Wie jeden Monat sitzt sie ihm gegenüber und holt die Bücher aus ihrer Tasche. Zehn insgesamt. Er wirft einen raschen Blick darauf und legt sie vor sich hin. Seit Jahren weicht sie hartnäckig seinen Blick aus. Sie muss einmal ganz hübsch gewesen sein, soweit ihre aufgedunsenen Gesichtszüge eine frühere Schönheit überhaupt erkennen lassen. Aber er mag diese Frau. Sie ist die einzige Person, die ihn besucht. Er ist scharfsinnig genug, um zu bemerken, dass sie ihm schon seit langem etwas sagen will. Nur was? Er weiß es nicht. Er spürt nur, dass sie etwas bedrückt. Haben sie mit den Zeitungsverlagen über das gesprochen, was sie überlegt haben? Ja, mit mehreren an der Küste. Sie sind, wie soll ich sagen, neugierig, sie überlegen. Aber ich glaube, es wäre möglich. Sie wendet den Blick wieder ab. Es ist ein bisschen gewagt für sie, verstehen sie? Sie meinen als Literaturkritiker? Oh nein, darüber werden sie sich ihre eigene Meinung bilden. Es geht mehr darum, zu enthüllen oder nicht zu enthüllen, wer sie sind. Und wenn Verleger oder Redakteure nicht preisgeben, wer sie sind, könnte man es ihnen eines Tages vorwerfen. Und zugleich sagen sie sich, dass es eine Sensation wäre, wenn sie ihre Identität enthüllen. Naja, die Medien eben. Er nickt. Ich habe eine Menge Kritiken in meinem Leben gelesen. Ich wüsste nicht, worum ich die Kritiker beneiden sollte. Ich habe seit Beginn der 70er Jahre 3952 Bücher verschlungen. Gibt mir das jetzt nicht das Recht, eine Meinung über die Literatur zu haben? Ich denke doch. Sie haben mir gesagt, sie würden sie eher als Kritiker von Krimis sehen? Das riecht nach Sensationsmacherei. Sie werden ihnen sagen, dass Krimis mich nicht interessieren. Zu konventionell, zu viele Gemeinplätze, zu viele langweilige Rätsel. Sie sitzen gegenüber, ohne sich anzusehen. Plötzlich bricht es aus ihm hervor. Sie können ihnen die Zahl ruhig sagen. 3.952 Bücher. Von 1971 bis heute. Und wenn sie sie zum Lachen bringen wollen, sagen sie ihnen, dass ich zwischen meiner Geburt 1948 und 1971 nur ein einziges gelesen habe. Ich habe es dreimal gelesen. Erraten sie welches? Sie erwidert. Die Bibel? Nein, Schuld und Söde. Ein verdammt gutes Buch, wirklich. Ich glaube nicht, dass jemals ein besseres geschrieben wurde. Er setzt die Durchsicht der Bücher fort, die sie ihm mitgebracht hat und entdeckt eines, das aus der Reihe tanzt. Was macht dieses Kinderbuch hier? Das ist ein Vorschlag. Man hat festgestellt, dass es kaum Aufnahmen für Kinder gibt. Es gibt viel mehr blinde Kinder, als man denkt. Haben Sie das absichtlich gemacht? Sie versteht nicht, was er meint. Sie wissen wahrscheinlich nicht, dass meine Großmutter Kinderbücher geschrieben hat, sagt er sanft, um sie zu beruhigen. Aber das ist nicht der Punkt. Können Sie sich wirklich vorstellen, wie ich mit meiner Stimme CDs für Kinder aufnehme? Diese Begabung habe ich nicht. Ihre Antwort kommt prompt. Niemand hat so viele Preise für seine Aufnahmen bekommen wie Sie. Der Verleger, na ja, man will sie. Er verspricht, es zu versuchen. Das kostet ja nichts und jeder ist zufrieden. Er will über diese Kinderbuchgeschichte nicht weiter diskutieren. Es ist abgemacht. Er wird es versuchen. Ein klägliches Lächeln huscht über ihr Gesicht. Dabei blickt sie auf die Uhr, um sich von dem eindringlichen Blick zu befreien, mit dem er sie ansieht. Wann werden Sie wiederkommen? Sie wirkt mit einem Mal erleichtert. In vier Wochen, sagt sie. Können Sie mir eine CD mitbringen, wenn Sie wiederkommen? Ich sag Ihnen aber gleich, ich habe nicht die Mittel, sie Ihnen zu bezahlen. Sie ist überglücklich, ihm eine Freude machen zu können und nickt fast krampfartig. Wunderbar, sagt er und steht auf. Skip James, so viel wie möglich, aber vor allem Crow Jane und Devil Got My Woman. Sie verspricht es ihm und steht ebenfalls auf. Er dreht ihr den Rücken zu, hebt die Hand zum Abschied, zieht den Kopf ein, um durch die Tür zu gehen, und verlässt den Raum, wobei er seine Brille hochschiebt. An dem Tag, an dem Lee Harvey Oswald mir die Show gestohlen hat, wies in diesem Teil der Sierra Nevada nichts darauf hin, dass November war. Der Tag hatte begonnen wie so viele andere. Ich hatte vor dem Aufstehen zweimal in meinem Bett unarniert, ein bewährtes Mittel, um den Tag ruhig zu beginnen. Ich war gerade fertig, als meine Großmutter zu poltern begann, damit ich aufstehe. Dann kam sie, ohne anzuklopfen, in mein Zimmer. Ich konnte gerade noch die Decke über mich ziehen. Ohne mich anzusehen, sagte sie mit gespielter Liebenswürdigkeit, »Das ist ein verdammt schöner Tag. Du solltest schnell aufstehen und ein bisschen rausgehen.« Schließlich stand ich auf, aber erst später. Ich erinnere mich nicht mehr, ob es unter der Woche gewesen war oder am Wochenende. Es wäre nicht schwierig, es nachzuprüfen. Der 22. November 1963 ist ein ziemlich denkwürdiges Datum. Drei Tage zuvor hatte ich mit ihr und meinem Großvater meinen Geburtstag gefeiert. Der Alte hatte mir sein Geschenk mit feuchten Augen überreicht. Eine Winchester Henry 22 Long Rifle. »Um Kaninchen und Maulwürfe zu jagen,« hatte er gesagt, »und seine Hand auf meinen Arm gelegt.« Er war ein braver Mann, aber ich mochte ihn nicht, weil er mir in Gegenwart meiner Großmutter wie ein kleiner Hund vorkam. Sie verbracht ihre Zeit damit, ihm wie einem Knecht Befehle zu erteilen. Meine Großmutter war abrupt aufgestanden und hatte mit dieser Mine der Überlegenheit, die sie so gern aufsetzte, hinzugefügt, »Wenn ich sehe, dass du auf Vögel schießt, nehme ich dir die Winchester weg und werfe sie ins Feuer.« Das Geschenk überraschte mich. Meine Großmutter hatte angeblich dagegen protestiert, unter dem Vorwand, dass ich in Anbetracht meiner Fähigkeiten in der Schule nicht genügend arbeiten würde. Was konnte ich für meine Fähigkeiten? Intelligenztests hatten bewiesen, dass ich einen höheren IQ als Einstein hatte. Und trotz dieses Potenzials war ich nichts als Durchschnitt. Meine Großmutter fand, das sei Verschwendung. Und sie hasste Verschwendung. Wehe, man aß seinen Teller nicht leer, ließ das Licht in einem Zimmer brennen, in dem niemand war, ließ den Wasserhahn tropfen, benutzte zu viel Toilettenpapier oder hatte nicht die beste Note in allen Schulfächern. Dann wurde sie hysterisch. Sie hatte ständig Probleme mit der Gebärmutter. Das war ihr Lieblingsgesprächsthema, neben ihren Kinderbüchern. Ich habe nie eins gelesen, denn als ich zu ihr kam, war ich kein Kind mehr. Und was sie schrieb oder illustrierte, interessierte mich nicht die Bohne. Ich hatte die Winchester noch nicht ausprobiert. Ich hatte sie auf einen Tisch am Fußende meines Bettes zwischen meine Schulbücher gelegt. Es war eine leichte Waffe mit mattschwarzem Lauf. Sie faszinierte mich, aber ich traute mich nicht, sie anzurühren. An diesem Morgen des 22. November ging ich hinunter, um zu frühstücken. Meine Großmutter reinigte das Stühlbecken. Wir beobachteten uns eine ganze Weile. Dann fragte sie mich, was ich zu tun gedenke, da ich einen freien Tag hatte. Die Schule hatte eine Wildwasserfahrt organisiert und ich hatte mich wie üblich davon befreien lassen. Warum gehst du nicht jagen? Die Kaninchen fressen mir meine Beete, Karl. Fünf Cents pro Maulwurf, zehn Cents pro Kaninchen. Als wäre ich käuflich. Der Hund des Hauses, ein alter, ausgemergelter, englischer Setter, wedelte bereits ganz aufgeregt mit dem Schwanz und vergaß sein Rheuma. Ich ging wieder in meine Bude hinauf und lud sorgfältig meine Waffe. Ich zog die Militärjacke meines Vaters an, das einzige Kleidungsstück, an dem ich wirklich hing. Mit 15 überragte ich meinen Vater bereits um 8 Zentimeter und die Vorstellung, dass ich mich langsam, aber stetig auf 2,20 Meter zubewegte, gefiel mir nicht sonderlich. Ich konnte bereits nicht mehr durch eine Tür gehen, ohne mich zu bücken. Wenn ich im Unterricht saß, war ich so groß wie mein Klassenlehrer, wenn er vor seinen Schülern stand. Und ich wurde von allen Seiten angestarrt, als wäre ich ein merkwürdiges Tier. Meine Klassenkameraden behandelten mich niemals wohlwollend. Alle sahen in mir einen besonderen Schüler, einen geheimnisvollen Riesen, und meine dicken Brillengläser förderten den Kontakt nicht gerade, denn meine Augen waren nur undeutlich wie durch eine Doppelverglasung zu erkennen. Meine Fantasien über Mädchen waren meine einzige Verbindung zu dieser Gemeinschaft, eine Art Freiheit, ein rechtsfreier Raum. In meinen Träumen machte ich mit ihnen, was ich wollte, und niemand konnte mit reinreden. Meine Traumfantasien genügten mir. Ich zog es niemals in Betracht, wirklich mit einem Mädchen zu schlafen, nicht nur, weil ich wusste, dass es für mich schwierig sein würde, eine zu finden, die bereit dazu wäre. Es war auch eine Frage der Kontrolle. In meinen Fantasien hatte ich alles unter Kontrolle. Doch was hätte in der Realität passieren können? Es hätte alles aus dem Ruder laufen können. Mit Ava-Panzer war es etwas anderes. Von Anfang an verbannt uns etwas. Sie war ebenfalls sehr groß, nicht so groß wie ich, aber zu groß für ein Mädchen, über 1,85 Meter, was sie zu etwas Besonderem machte. Es dauerte drei Monate, bis wir miteinander sprachen. Wenn wir uns in den Gängen der Schule begegneten, sah ich nur sie, und sie sahen nur mich. Manchmal tauschten wir ein komplizenhaftes Lächeln aus. Was mich veranlasste, mit ihr zu reden, war die Tatsache, dass sie bereits den Führerschein hatte und dass ihre Eltern ihr einen alten, nachtblauen Dodge bezahlt hatten, mit dem sie nach Hause fahren konnte. Denn sie wohnte ziemlich weit von North Fork entfernt, und der Schulbus fuhr dort nicht hin. Das hatte ich aus unserem ersten Gespräch erfahren. Beim Verlassen der Schule waren wir im Gedränge aneinander gepresst worden. Und sie hatte mich angesprochen. Sie war weder schön noch hässlich, und genau das gefiel mir. Sie hatte eine ziemlich große Nase und große Füße. Alles in allem, aber war sie recht weiblich. Ich hasse maskuline Frauen. Wenn ich eine männliche Frau sehe, fühle ich mich noch unwohler, als wenn ich einem leicht weibischen Kerl begegne. Ava hatte wie ich einen deutschen Namen. Das hätte uns näher bringen können, aber uns war das egal. Ich wusste nicht viel über meine Herkunft, und auch sie wusste nicht viel über ihre. Und ich erinnerte mich, dass die Militärpolizei, bevor mein Vater während des Kriegs in die Special Forces eingetreten war, umfangreiche Nachforschungen über seine Herkunft angestellt hatte. Das hatte ihm seinen Namen nicht unbedingt sympathisch gemacht. Ihre Eltern hatten mich sofort gemocht, weil ich irgendwie ein Gefühl der Sicherheit ausstrahlte. Sie waren beide gute Menschen. Sie wollten mich ein paar Mal zum Abendessen darbehalten. Doch ich lehnte ab. Ich wusste, dass sie einer Art Kirche angehörten und dass das Tischgebet sich endlos in die Länge ziehen konnte. Und damals stand mir nicht der Sinn nach derartigen Albernheiten. Ava war wie ich. Sie lebte ohne ein bestimmtes Ziel. Es gab nichts, was sie besonders motivierte, wir sprachen nicht viel, und das mochte ich an ihr. Sie fuhr mich oft nach Hause, was meine Großmutter ihr, im Gegensatz zu ihren Eltern, die sich mehr gegenüber stets zuvorkommend verhielten, mit einem leicht verächtlichen Nicken dankte. Ava und ich bewahrten uns unsere Einsamkeit, da es zwischen uns um nichts ging. An einem ganz gewöhnlichen Tag, eine Woche vor dem berühmten 22. November, brach ich den Kontakt zu ihr ab. Wir machten einen langen, stummen Spaziergang, und ich fühlte mich nicht gut. Ein merkwürdiges Kribbeln in meinem Kopf hinderte mich daran, die Natur und die Ruhe zu genießen. Es fing an zu regnen. Wir suchten Schutz in einer Holzhütte, die den Goldgräbern im vorigen Jahrhundert wohl als Unterschlupf gedient hatte. Das Innere war sauber, obwohl die Hütte verlassen war. Die Sitzbank einer Limousine stand vor einem der kleinen Fenster. Wir setzten uns und warteten auf das Ende des Schauers. Während wir so nebeneinander saßen, legte sie plötzlich ihre Hand auf meinen Oberschenkel. Ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte. Da sie sah, dass ich mich nicht rührte, ließ sie ihre Hand zwischen meine Beine gleiten, während sie mir ihre Lippen bot. Ich war außerstande, sie zu küssen. Ich war wie gelähmt, während sie mich streichelte. Doch nichts rührte sich. Absolut nichts. Ich hinderte sie nicht daran, meinen Hosenstall zu öffnen und mein Glied herauszuholen. Sie betrachtete es lange, ohne etwas zu sagen. Ich hätte beinahe geweint, aber ich hatte zu viel Achtung vor mir selbst. Ich schob ihre Hand sanft weg, knöpfte meine Hose wieder zu und verließ die Hütte, ohne mich umzudrehen. Ich hatte soeben begriffen, dass alles, was real war, für mich verboten war. Und ich hatte nicht die geringste Ahnung, warum. In den Tagen, die uns vom 22. November trennten, ging ich ihr in der Schule geflissentlich aus dem Weg. Nachdem ich die Winchester geladen hatte, zog ich meine Stiefel an, aber ich war mir immer noch nicht klar, ob ich wirklich hinausgehen sollte. Der alte Hund fing an, sich vor der Tür im Kreis zu drehen. Ich ging die Treppe hinunter, der Köter hinter mir her. Ich ging hinaus, ohne Bescheid zu sagen, getrieben von dem Hund, der mir folgte. Ich ging zu den Beeten meiner Großmutter. Sie hatte sie reichlich gegossen, und die Erde war schwarz. Drei Kaninchen waren dort. Ich legte auf sie an, zweimal, ohne zu schießen. Nicht, dass ich Mitleid mit ihnen empfunden hätte, aber ich hatte keine Lust, meiner Großmutter ein Gefallen zu tun. Eine Art Dompfaff hatte sich auf das Dach des Werkzeugschuppens gesetzt. Ich zielte auf ihn, schoss und sang nichts mehr. Ich weiß nicht, ob ich ihn getroffen habe. Diese schwarze Erde hatte die Wut wieder geweckt, die mich erfüllte, seit ich vor vier Monaten in dieser Gegend gelandet war. Ich dachte an meinen Vater und bekam feuchte Augen. Ich erinnerte mich an den einzigen Augenblick tiefer Freude in meinem Leben, als ich von meiner Mutter in Helena, Montana, zu meinem Vater gereist war, der in Los Angeles lebte. Ich hatte die Reise per Anhalter gemacht mit der Vorstellung des gelobten Landes im Kopf. Und dann erinnerte ich mich an einen der schlimmsten Augenblicke meines Lebens. Von meinem Zimmer aus hörte man die Schnellstraße. Ein ohrenbetäubender Lärm, an den ich mich allerdings gewöhnt hatte, obwohl ich aus einem Staat kam, in dem das geringste Geräusch eine Beleidigung des Schöpfers zu sein scheint. Ich hatte die Rollos noch nicht hochgezogen, doch helles Licht drang bereits schräg herein. Ich wusste nicht so recht, was ich mit meinem Tag anfangen sollte. Das Haus schien verlassen zu sein. Normalerweise steckte mein Vater, wenn sie das Haus verließen, den Kopf in mein Zimmer, um mir zu sagen, wohin sie gingen, seine neue Frau und er und wann sie zurückkämen. Und jetzt war niemand da. Und das beunruhigte mich. Ich dachte, sie hätten mich verlassen, wie ein armen Köter, der die Zuneigung seiner Familie verloren hat. Daher stürzte ich ins Zimmer meines Vaters. Ich vergaß sogar zu klopfen. Ich öffnete die Tür mit einem jähen Ruck und stand vor der Frau meines Vaters, die sich splitterfasernackt im Spiegel ihres Schranks betrachtete. Sie drehte mir den Rücken zu. Ihr platinblondes Haar fiel lockig über ihre schmalen Schultern. Die Sehnsucht ist absolut nicht mein Ding. Doch wenn ich daran zurückdenke, sage ich mir, dass dies das erste und letzte Mal in meinem Leben gewesen ist, dass ich eine nackte Frau lebendig gesehen habe. Ich sah ihr Gesicht im Spiegel, obwohl ich mich eher auf ihre Brüste konzentrierte. Die Augen traten ihr Beine aus den Höhlen, und ich schloss die Tür, bevor sie ein Laut von sich geben konnte. Ich muss sie eine ganze Weile angestarrt haben, sonst hätte mein Vater bei seiner Rückkehr nicht ein solches Theater gemacht. Aber da war nicht nur dieser Vorfall. Er sagte mir, ich würde ihr mit meinem bedrückenden Schweigen Angst machen. Sie fühle sich nicht sicher, wenn ich allein mit ihr im Haus sei, als schwebte eine Bedrohung über ihr. Was für eine Bedrohung? fragte ich. Ich habe keine Ahnung, eine Bedrohung eben. Du kannst nicht hierbleiben, verstehst du, Al? Nein, wirklich. Wir können dich nicht hier behalten. Ich hörte, wie er meine Mutter anrief. Er war blass, und sein Gesicht zuckte unaufhörlich. Ich begriff, dass sie mich nicht mehr bei sich haben wollte. Sie einigten sich darauf, mich zu meinen Großeltern väterlicherseits in die Sierra Nevada zu schicken. Ich legte meine Winchester neben mir im Wohnzimmer ab, setzte mich, zog meine Stiefel aus und nahm meinen Kopf zwischen die Hände. Ich zitterte nicht, und doch kam es mir so vor. Ich fühlte mich seltsam. Ich hatte eine gewaltige Dummheit gemacht. Es war jetzt kalt, weil mir eine Großmutter an der Heizung sparte. Ich dachte daran, sie eine Stufe höher zu stellen, doch das hätte mich gezwungen, an einem Ort vorbeizulaufen, den ich auf keinen Fall noch mal betreten wollte. Und wenn ich das Haus verließ, hätte ich das gleiche Problem, also schaltete ich den Fernseher ein. Während das Gerät warm wurde, ging ich auf Beutezug in die Küche. Ich holte aus den Wandschränken, was mir ohne Mühe verzehrbar schien. Ich nahm auch ein Sixpack Bier mit. Das hatte ich mir verdient. Ich öffnete eine Flasche mit den Zähnen, weil ich das in Filmen gesehen hatte, und legte mich in ganzer Länge auf das Sofa, wobei ich auf beiden Seiten drüber hing. Ich blieb nicht lange in dieser Position. Ich stand auf, um den Ton lauter zu stellen. Auf den Präsidenten der Vereinigten Staaten war geschossen worden. Was mir an dieser Nachricht unglaublich erschien war, dass ein Typ sich so etwas erlaubt hatte. In den Nachrichten war von einem einzelnen Schützen die Rede. Ich konnte es nicht fassen. Ein ganz gewöhnlicher Typ war tatsächlich stark genug, ganz allein für sich zu beschließen, ich werde den Präsidenten der Vereinigten Staaten abknallen. Ich war grün vor Bewunderung und Eifersucht. Vor Eifersucht, weil dieser Kerl mir die Show stehlen würde. Das sollte mein Ruhmestag werden. Doch selbst in den Lokalblättern würden sie nur darüber sprechen. Ich verfolgte weiter die aufgeregte Berichterstattung und trank Bier dabei. Ich fand es auf einmal gar nicht so schlecht, dass Kennedy an diesem Tag getötet worden war. Auf diese Weise würde ich vielleicht unentdeckt bleiben. Nachdem ich darauf verzichtet hatte, die Kaninchen zu erschießen, verließ ich das Gelände der Farm und ging in die weite Landschaft hinaus. Und ich hörte meine Großmutter zetern, weil ich die Grenze ihres Gartens überschritten hatte. Ihre Stimme traf mich wie ein elektrischer Schlag. Ich ging weiter. Meine Großmutter krakelte noch immer. Der Hund folgte mir mit hängender Zunge. Schließlich erreichte ich einen Punkt, wo es keine Behausung, keine Spur menschlichen Lebens mehr gab. Ich setzte mich an eine Kiefer. Der Hund legte sich etwas weiter entfernt hin und betrachtete mich mit seinen glasigen Augen. Eine gute halbe Stunde saß ich so da, bis meine Wut sich gelegt hatte. Ich ging über einen anderen Pfad zurück, zum Haus meiner Großeltern. Als ich etwa hundert Meter vom Haus entfernt war, sah ich undeutlich die Gestalt meiner Großmutter. Die Alte stand vor dem Fenster Restzimmers mit dem Rücken zu mir. Sie war über eine Staffelei gebeugt und malte. Ich denke, eine Illustration für ein Kinderbuch. Ich ging auf sie zu. Mein Kopf war mehr oder weniger leer. Nur noch zwanzig Meter trennten mich von ihr. Sie musste das Geräusch meines Stiefel auf dem trockenen Boden hören, drehte sich aber nicht um. Das Einzige, was mir durch den Kopf ging, war, ich möchte wissen, wie sich das anfühlt, seine Großmutter zu töten. Ich wartete, sagen wir gut zehn Meter, dann verlangsamte ich den Schritt und spannte den Hahn. Sie drehte sich noch immer nicht um. Ich legte an und schoss ihr in den Nacken. Sie brach über ihre Staffelei zusammen. Ich hasste sie nicht so sehr, dass ich sie leiden lassen wollte, also schoss ich ihr zwei Kugeln in den Rücken, in der Gegend des Herzens. Es war kein Zweifel mehr möglich. Ich ließ sie unter dem entkeisterten Blick des Hundes liegen und ging ins Haus. Das Gefühl, eine Heldentat begangen zu haben, hatte sich im Laufe des Nachmittags in Luft aufgelöst und ich steckte ziemlich in der Klemme. Ich dachte daran, mich aus dem Staub zu machen. Doch ich wusste, dass ich nicht weit kommen würde. Ein Typ wie ich, über zwei Meter groß, bleibt nicht unbemerkt. Und? Ich hatte kein Geld. Ich durchsuchte das ganze Haus. Es amüsierte mich, mich in meine Großeltern hineinzuversetzen und mir vorzustellen, wo sie ihre Ersparnisse versteckt haben könnten. Der Alte hatte nicht genug Vertrauen zu den Banken, um sein ganzes Geld dort zu lassen. Ich begann damit, einen Blick in seine Brieftasche zu werfen. Sie steckte in seiner Jackentasche. Ich fühlte mich nicht sehr gut dabei. Als mein Großvater vom Einkaufen zurückgekommen war, hatte ich in einem verdammten Dilemma gesteckt. Als er mit dem Wagen auf den Hof fuhr, kam ich zu dem Schluss, dass ihm der Tod meiner Großmutter unendlichen Kummer bereiten und ich es nicht ertragen würde. Ich sah, wie er über den schmalen Weg näher kam mit dem zufriedenen Gesichtsausdruck, der für ihn typisch war. Nachdem er den Wagen geparkt hatte, stieg er langsam aus und ging dann zum Kofferraum, den er öffnete, indem er die Heckklappe herunterklappte. Ich schoss ihm zweimal in den Rücken. Ich hörte immer wieder seinen Satz. »Al, sei vorsichtig mit diesem Kaliber. Schieß nicht auf große Tiere. Es reicht nicht aus, um sie zu töten. Aber es lässt sie ziemlich leiden, es sei denn, du triffst sie in den Kopf.« Ich schlief zu ihm. Er war auf die Knie gesackt, sein Kopf lag auf der Heckklappe. Ich schoss ihm zwei Kugeln in den Schädel. Meine Großmutter zu töten, hatte meine Wut besänftigt, doch den Alten zu töten, das brachte mich völlig aus der Fassung. In diesem Augenblick kam der Hund, um mich aus meinen trüben Gedanken zu reißen. »Was würde aus diesem armen Köter werden, der schon so alt war?« Er beschnüffelte kurz den Körper meines Großvaters und ließ sich auf den Betonboden der Garage nieder. Ich fragte mich erneut, was ich mit ihm machen sollte, bevor ich zu ihm sagte, »Scheiße, Bobby! Ich kann auch nicht alle Probleme dieser Welt lösen!« Der Leichnam meines Großvaters wurde schon steif, als ich mich entschloss, seine Taschen zu durchsuchen. Die Scheine, die ich in seiner Brieftasche fand, würden mir erlauben, drei oder vier Tage auf der Flucht durchzuhalten. Dazu kamen die Essensvorräte für eine Woche für drei Personen, die immer noch im Kofferraum lagen. Ich zog die Leiche meines Großvaters zur Seite. Ich legte ihn behutsam etwas weiter weg auf eine Decke mit rot-grünem Schottenmuster. Anschließend setzte ich die Durchsuchung des Hauses fort. Ich brauchte nicht lange, um zu begreifen, dass das ideale Versteck für die Ersparnisse das Häuschen im Hof war, das als Klo diente. Das Geld steckte in einer Blechdose, die sich an der Stelle befand, wo das Abflussrohr eine Krümmung machte. Schöne, kleine Geldscheinbündel, die mir etwas Luft verschafften. Der Gedanke, ich würde sie stehlen, oder man könnte mich für die Art von menschlichem Abschaum halten, der seine Großeltern wegen ihres Geldes tötet, bekümmerte mich. Ich ging ins Haus zurück und nahm das Telefonbuch. Ich fand die Nummer der County Police. Ich wählte die Nummer, eine Frau meldete sich und ich verlangte den Sheriff. Worum geht es? Es ist persönlich. Wer spricht? Al Kenner. Woher? Von der Farm Wolf Creek, sieben Meilen nördlich von North Fork. Was willst du? Ihm sagen, dass ich meine Großeltern getötet habe. Ich werde es ihm sagen. Sie legte auf. Sie muss es für einen Scherz gehalten haben. Es ist schwierig, am Tag der Ermordung des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika jemanden zu überzeugen, dass man gerade einen Mord begangen hat. Doch wie auch immer, ich hatte die Flaschenpost abgeschickt und fühlte mich besser. Ich packte meine Sachen zusammen und zog meine Großmutter an den Füßen ins Haus, ohne sie anzusehen. Anschließend lud ich meine Sachen ins Auto, eine kleine Tasche, in die ich all meine Hemden gepackt hatte. Ich nahm das restliche Bier und zwei Flaschen Whisky mit, für den Fall, dass die Nächte kühl wären. Ich fand auch einen Gaskocher und Töpfe, um nicht auf Fast Food angewiesen zu sein, Decken und einen alten Militärschlafsack meines Vaters. Nachdem ich den Wagen aus der Garage gefahren hatte, schloss ich die Türen, ließ die Fensterläden aber geöffnet. Dann fuhr ich los. Nach knapp 100 Metern kehrte ich um. Meine Winchester war im Haus geblieben. Ja, und das war nicht gut. Als ich das zweite Mal losgefahren war, vernahm ich kurz darauf einen vertrauten Geruch im Wagen. Es war der Hund, der die offene Wagentür genutzt hatte, um einzusteigen. Ich überlegte, ihn zur Farm zurückzubringen, aber dann sagte ich mir, dass ich ihn in einem günstigen Augenblick irgendwo zurücklassen könnte. An der Kreuzung fuhr ich nach Norden, nur einen Gedanken im Kopf. So schnell wie möglich die Staatsgrenze hinter mir zu lassen und die Verwirrung, die die Ermordung von JFK ausgelöst hatte, zu nutzen, um unbemerkt zu verduften. Die Straße Richtung Norden führte nach Kanada. Gewiss, die Sierra Nevada und Mexiko waren näher, doch ich sprach nicht Spanisch und dieses Land reizte mich nicht. Kanada hatte den Vorteil, dass man dort Englisch sprach. Ich hatte die ersten 15 Jahre meines Lebens in einem Grenzstadt verbracht in Montana. Ich würde mich also nicht fremd fühlen, obwohl ich Montana nie gemocht hatte. Im Osten wurde ich sicher weniger schnell entdeckt. Aber ich musste zunächst über das Gebirge. Nach dem Gebirge kam man in den Staat Nevada, dessen Natur nicht gerade als gastlich gilt und ich hatte keine Lust, dort zu verdursten oder mitten in der Wüste stehen zu bleiben, weil ich kein Benzin mehr hatte. Ich würde mich also nordwestlich halten und ans Meer fahren, um dem strengen Winter auszuweichen. Ich hatte bereits einen Plan, nämlich so schnell wie möglich den Brake des Alten bei einem Gebrauchtwagenhändler loszuwerden, einen Gutteil des Geldes für meine Flucht zu behalten und mit dem Rest ein schweres Motorrad zu kaufen. Ich spürte, dass diese Reise gut verlaufen würde. Ich fühlte mich nicht wie ein Flüchtling, sondern eher wie ein Typ, der versucht, seine letzten Ferien zu genießen, bevor er einen Job anfängt, der nicht sehr lustig ist. Ich dachte keine Sekunde, dass ich ungeschoren davonkommen würde. Ich wollte lediglich noch einmal ordentlich frische Luft schnappen, bevor ich mich dem stellte, was mich erwartete. Lebenslängliche Haft oder sogar der elektrische Stuhl. Im Radio war nur von der Ermordung des Präsidenten die Rede. Sie hatten meinen Helden gefunden. Superman hatte sich in einem Kino versteckt, nachdem er JFK abgeknallt hatte. Was für eine Selbstsicherheit! Jedenfalls fuhr ich durch bis zwei um Morgens und machte Halt in Mount Shester, am Ufer eines Sees. Ich klappte die hintere Sitzbank zum Schlafen herunter. Trotzdem war ich gezwungen, mit angezogenen Beinen zu schlafen und der Boden des Brakes war verdammt hart. Ich jagte den Hund hinaus, um nicht seinen Geruch in der Nase zu haben und zu vermeiden, dass mir beim Aufwachen schlecht würde. Ich war so müde, dass ich sofort einschlief. Als es Tag wurde über dem See, war ich völlig durchgefroren und nahm mir vor, von jetzt an bis zur Grenze besser in einem Motel zu übernachten. Die Mittel dazu hatte ich ja. Ich nahm zwei Donuts aus meinen Vorräten und fuhr los in Richtung Stadt. Den Hund ließ ich zurück. Meine Abfahrt überraschte ihn, als er gerade beim Pissen war und ich dachte mir, dass er in dieser Gegend von Kalifornien sicher leicht eine Familie fände, die sich seiner annehmen würde. Ich wartete eine Weile, bis eine Bar öffnete, die ich mir ausgeguckt hatte. Ich bestellte gleich zwei Becherkaffee. Als die Kellnerin meine Größe sah, wunderte sie sich nicht. Sie wollte Konversation machen. Bleiben Sie ein wenig in unserer Gegend? Nein, ich fahre runter nach Los Angeles zu meinem Vater. Übrigens muss ich ihn anrufen. Haben Sie Telefon? Sie deutete auf eine Kabine hinten im Raum zwischen den Toiletten und dem Zigarettenautomaten. Mein Vater war nicht da. Seine Frau meldete sich. Kann ich ihm sagen, er soll dich zurückrufen? Nein. Bist du nicht auf der Farm deiner Großeltern? Nein. Was ist los, Al? Ich rufe in einer halben Stunde nochmal an. Ich legte auf und trank meinen zweiten Becherkaffee aus. Äh, gibt es hier in der Gegend einen Autohändler? fragte ich die Kellnerin. Sie nannte mir einen Typen am Stadtrand. Die halbe Stunde zog sich in die Länge. Ich begann zu bereuen, dass ich meinen Vater angerufen hatte. Nach einem weiteren Kaffee rief ich erneut an. Dad, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, dass ich Großmutter getötet habe. Die schlechte ist, dass ich auch Großvater getötet habe. Ich versichere dir, dass ich es getan habe, um ihm den Kummer zu ersparen, Großmutter tot vorzufinden. Es gab eine lange Pause. Verdammt, Al! Was hast du getan? Ich kann es nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. Sag mir, dass es nicht war. Sag mir, dass du das nicht getan hast. Warum nur? Warum? Verdammte Scheiße! Warum? Warum? Ich würde es dir sagen, Dad. Weil es getan werden musste. Weil du es hättest tun müssen. Und ich habe es für dich getan. Es tut mir leid für den Alten, das war nicht geplant. Nichts war geplant. Aber diese schmutzige Arbeit musste getan werden. Nach einer Pause hatte er sich wieder ein bisschen gefasst. Was hast du mit den Leichen gemacht? Fragte er. Ich habe sie liegen lassen. Und du? Wo bist du? Ich bin unterwegs. Wo? Unterwegs. Hast du mit jemandem gesprochen? Einen sehr kurzen Augenblick spürte ich, dass mein Vater das Spiel mitspielen könnte. Ich hoffe, du hast nicht die Polizei gerufen. Sie hatten andere Sorgen, wegen der Ermordung von JFK. Hast du die Absicht, dich zu stellen? Ja, aber nicht jetzt. Ich möchte eine Weile herumfahren und mir die frische Luft um die Nase wehen lassen. Wenn du die Dinge also nicht beschleunigen könntest. Aber ich muss die Polizei benachrichtigen, Al. Sie werden dich verfolgen, Al. Du hast doch nicht die Absicht, dich ihnen zu widersetzen. Oh nein, Dad. Du kennst mich gut genug. Du weißt, dass ich nicht gewalttätig bin. Ich werde mich stellen, ohne Schwierigkeiten zu machen, aber ich bin auch nicht bereit dazu. Worüber ich mir wirklich Gedanken mache, ist, dass die Großeltern beerdigt werden. Lass sie nicht so im Freien liegen. Der Alte verdient es nicht. Ich fühle mich ungeheuer erleichtert, dass ich es dir gesagt habe. Du bist vollkommen verrückt, Al. Deine Mutter hatte mich gewarnt. Ich werde die Polizei benachrichtigen und mit meinem Wagen zur Farm fahren. Ich weiß nicht, wo du bist. Kehr um! Ich werde zurückkommen. Nicht sofort. Ich muss ein bisschen frische Luft schnappen vor der Gaskammer. Minderjährige kommen nicht in die Gaskammer. Hast du die Waffe behalten? Ja, es ist die Winchester, die der Alte mir geschenkt hat. Du wirst doch nicht noch weitere Menschen töten, Al. Weitere Menschen? Wozu denn? Ich lege jetzt auf, Dad. Nochmals Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. Ich werde nicht lange wegbleiben. Ich schlägte auf. Während meines Telefongesprächs waren Einwohner des Orts hereingekommen, um ihren Morgenkaffee zu trinken. Die Unterhaltung drehte sich sofort um die Ermordung Kennedys. Es gab diejenigen, die traurig waren und diejenigen, die ganz offen sagten, dieser Hurensohn habe es nicht anders verdient. Ich verließ die Bar und Käthe zu meinem Wagen zurück. Ich folgte den Hinweisen des Mädchens. Ein Autohändler befand sich drei oder vier Meilen entfernt an der Straße in Richtung Autobahn. Der Werkstattbesitzer sah eher wie ein Vorzeigefarmer aus, der auf dem Etikett eines Insektizidkanisters posierte. Ich habe einen Brake zu verkaufen und möchte ihn gegen ein Motorrad eintauschen. Wir gingen zum Wagen. Er umrundete ihn, warf einen Blick ins Innere und wischte sich die Hände mit einem Lappen ab, den er aus seiner Tasche gezogen hatte. Er setzte sich hinein, rückte den Sitz mit einem komplizenhaften Lächeln ein gutes Stück nach vorn und fuhr los, um eine Runde im Hof zu drehen. Überzeugt stieg er wieder aus. Kein Problem, was den Wagen betrifft. Als Motorrad kann ich dir eine Indien anbeten. Das ist jedenfalls das einzige Motorrad, das deiner Größe entspricht. Es sei denn, du willst mit den Knien auf den Boden fahren. Er freute sich über seinen Scherz und lachte schallend. Die Indien stand auf der anderen Seite der Werkstatt, ein herrliches Motorrad, wie ich es immer erträumt hatte. Rot und weiß, Farbe und Chrom funkelnd, umhüllende Schutzbleche, Räder mit weißen Streifen, Sattel aus hellbraunem Leder mit Fransen. Während ich sie begeistert bewunderte, prüfte der Werkstattbesitzer die Wagenpapiere. Dann kam er zu dem Motorrad zurück. Eine 53er, eines der letzten Motorräder dieser Marke. Übrigens ist die Produktionsnummer fünfstellig, eine Zweizylinder mit 1300 Kubik hydraulische Gabeln. Du kannst eine Weltreise damit machen, mein Junge, zum Preis des Brake. Ich hatte keine Lust zu diskutieren. Ich wollte diesen Augenblick nicht verderben. Ich überließ ihm auch noch einen Gutteil der Einkäufe meines Großvaters, weil in die Satteltaschen der Indien nicht alles hineingepasst hätte. Als ich auf das Motorrad stieg, sah der Werkstattbesitzer mich verblüfft an. »Hä, wie viel wiegst du?« »Um die 120 Kilo.« »Nicht zu fassen. Das Motorrad hat sich kaum bewegt, als du dich draufgesetzt hast. Fahr vorsichtig auf den kleinen Straßen. Man gerät, ehe man sich's versieht, in die Spurrillen.« Er überprüfte, ob das Leder der Satteltaschen ausreichend eingefettet war. »Lass es niemals trocken werden, genau wie den Sattel.« Nachdem wir uns alles gesagt hatten, fügte er noch diplomatisch hinzu. »Ich denke, mit dem Verkauf des Brake werde ich noch ein bisschen warten. Irgendetwas sagt mir, dass das besser wäre.« Und als ich nichts erwiderte, fuhr er fort. »Die Ermordung Kennedys könnte eine neue Krise auslösen, wie diejenige, die meine Eltern 31 veranlasst hat, Arkansas zu verlassen. Und wenn es den Bach untergeht, trifft es immer zuerst den Automarkt. Übrigens, pass auf, dass du den Benzinschalter nicht mit dem Ölschalter auf dem rechten Halbtank verwechselst. Also, gute Fahrt!« Er drehte sich um und ging in seine Werkstatt zurück. Als ich losfahren wollte, schoss mir ein Gedanke durch den Kopf. Die Winchester lag noch unter der Rückbank. »Ich habe etwas vergessen!«, rief ich. Als ich die Waffe aus dem Wagen holte, sah er mich zuerst stumm mit einem verschwitzten Blick an und sagte dann, »Während des Krieges waren die Armeemotorräder mit einem Holster ausgestattet, in dem du ein Sturmgewehr unterbringen konntest. Ich habe keins.« »Ich habe keins.« »Und wenn du damit fährst, wirst du mehr Polizisten auf den Fersen haben, als eine läufige Hündin Köter.« »Ich rate dir, sie zu kürzen.« »Du wirst damit nicht weit schießen wollen.« »Es ist keine Jagdwaffe.« »Wir werden den Lauf absägen, und dann passt sie unbemerkt in eine Satteltasche.« Er griff sich die Winchester und ging entschlossen in seine Werkstatt, in der sich ein Schraubstock befand. Er spannte die Waffe ein und sägte den Lauf sorgfältig mit einer Säge ab. Als er fertig war, reichte er mir die Waffe. »Wenn die Bullen dich damit anhalten, kannst du ihnen sagen, dass du dich für Josh Randall in Josh, der Kopfgeldjäger, hältst. Er hat die gleiche Knarre.« Ich hatte die Serie gesehen, und die einzige Ähnlichkeit mit Steve McQueen war tatsächlich die Waffe. Das Motorrad vielleicht auch, aber da war ich mir nicht so sicher. Ich fuhr den ganzen Tag auf Nebenstraßen. Meine Körpermasse und der besonders tiefe Schwerpunkt drückten mich gegen die Straße, die sich nach Crater Lake schlängelt. Je höher ich kam, desto mehr spürte ich die Kälte, trotz der Ausrüstung, die ich mir nach und nach gekauft hatte. Eine wunderschöne Jacke aus Pferdeleder, mit Schaffell gefütterte Manschettenhandschuhe und Trapperstiefel. Auf dem Gipfel eines Hügels hielt ich an. Dort oben lag ein Sommerferienhotel neben der Straße. Es war geschlossen. Ein Weg führte rechts nach Crater Lake. Ich folgte der Hauptstraße bis zu einer Kreuzung, an der ich nach links in Richtung der 101 abbog. Kleine Ferienhütten säumten einen Bach. Zu einer etwas abseitsgelegenen fuhr ich hinüber. Mit einem Schulterstoß brach ich die Tür auf und fürchtete, die ganze Hütte würde über mir zusammenbrechen. Innen war sauber und aufgeräumt. Ich machte Feuer in dem kleinen steinernen Kamin und betete, dass es während der Nacht nicht schneien möge. Ich leerte eine Flasche Whisky und überlegte schon, direkt im Kamin selbst zu essen, so kalt war es. Es deprimierte mich, dass ich nur einen leichten Rausch spürte. Wind kam auf, als ich mich schlafen legte und mit geschlossenen Augen und angezogenen Beinen, um nicht hinaus zu ragen, auf einem harten Bett lag. Die Höhe und die Müdigkeit gaben mir den Rest. Ich fiel in einen tiefen Schlaf. Bei Tagesanbruch fühlte ich mich ziemlich neben mir und der Whisky machte sich wieder bemerkbar. Ein Typ klopfte einen Kaffee in der Hand, um mich um Zucker zu bitten. Ich gab ihm welchen. Doch das genügt ihm nicht. Er wollte reden. Stolz erzählte er mir, dass der Mörder Kennedys seinerseits niedergeschossen worden sei, als er aus einem Kommissariat oder so gekommen sei. Der Killer hieß Jack Ruby. Er hatte meinen Helden umgelegt. Das machte mich traurig. Die Quasselstrippe lebte etwas weiter unten von Gelegenheitsjobs als Förster. Ich muss ihm merkwürdig vorgekommen sein, mit meiner Manie immer an zwei Dinge gleichzeitig zu denken, was dazu führt, dass ich manchmal nicht gleich antwortete. Als er begann, mich über mich auszufragen, zog ich mich in mein Schneckenhaus zurück. Nur, dass die Schnecke niemals so böse ist, wie man es mir unterstellt, wenn ich der Meinung bin, das Gespräch habe lang genug gedauert. Während er ging, entschuldigte er sich für die Störung, wobei er sich mehrmals umdrehte. Irgendetwas an meinem Verhalten beunruhigte ihn wohl. Ich verließ die Hütte und schloss die Tür mehr schlecht als recht. Ich hatte sie ganz schön demoliert. Die Indien schief, sprang sofort an und ich setzte meinen Weg in Richtung Kanada fort. Die langsame Fahrt hinunter ins Tal brachte mich ins Leben zurück. Ich fuhr die weiten Serpentinen hinab und die frische Luft elektrisierte meinen Geist. In der Ebene fuhr ich schneller. Die steigende Temperatur erlaubte es. Nach ein paar Meilen erstreckte sich eine Industriestadt vor mir, wo Güterzüge darauf warteten, beladen zu werden. Etwas weiter entfernt spuckten Schornsteine dicken, grauen Rauch aus, der Mühe hatte, zum Himmel emporzusteigen. Diese Stadt konnte einen deprimieren mit ihrer beängstigenden Ordnung. Ich war versucht, aufs Gaspedal zu drücken, doch ich hatte nicht mehr genug Benzin dafür. An der Hauptstraße fand ich eine Tankstelle. Ein Alter, dessen Beine so krumm waren, als wäre er als Kind eher auf einem Tankwagen als auf einem Holzpferd geritten, bediente mich, nachdem er sorgfältig seine Zigarette ausgedrückt hatte. »Schönes Motorrad!« Ich antwortete nicht. »Wo ist das Büro des Sheriffs?« fragte ich stattdessen. Er streckte den Arm aus. »Aber sie werden ihn um diese Zeit nicht antreffen. Er ist ins Gebirge gerufen worden. Ein Förster, der seine Frau mit der flachen Axt verprügelt hat. Kein schöner Anblick, wie es heißt, auch wenn es noch niemand gesehen hat. Der Alkohol ist schlecht für die Leute, aber einer seiner beiden Deputies muss im Büro sein.« Er warf einen Blick auf eine Uhr, deren Zifferblatt gespalten war. »Müsste gleich öffnen.« Dann sah er mich an wie einen riesen Mammutbaum. »Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie jemanden gesehen, der so groß ist wie du, mein Junge.« Was soll man darauf antworten? Ich bezahlte und fuhr die Hauptstraße weiter bis zum Büro des Sheriffs. Ich blieb ein paar Minuten unentschlossen davor auf meiner Maschine sitzen. Schließlich stellte ich den Motor ab. Als ich eintrat, dachte ich, es sei niemand da. Doch der runde Kopf einer blonden Frau überragte den Tresen. »Was kann ich für Sie tun?« fragte sie. Ich legte den Helm mit meinen Handschuhen darin auf den Tresen und öffnete meine Lederjacke. »Ich bin gekommen, um mich zu stellen.« Sie lachte. »Sich stellen? Werden Sie wegen zu hoher Geschwindigkeit gesucht?« »Nein, wegen zweifachen Mordes.« Sie musterte mich, um zu sehen, ob ich es ernst meinte. »In unserem County?« »Nein, südlicher, in Northfolk, Sierra Nevada, Kalifornien. Ihre Kollegen in Freenow müssten Bescheid wissen.« »Wieso sollten Sie?« Sie war immer noch nicht überzeugt. »Mein Vater wird Sie benachrichtigt haben. Übrigens müsste er jetzt dort sein.« »Sehr gut. Setzen Sie sich auf die Bank dort. Ich werde Sie anrufen. Solange ich keine Bestätigung habe, kann ich Sie nicht verhaften.« »Dann werde ich mir inzwischen einen Donut kaufen. Ich komme wieder.« Ich nahm meinen Helm und meine Handschuhe und ging unter dem verblüfften Blick der Frau hinaus. Die Bullen fanden mich auf den Stufen eines Holzlagers am Ortsausgang, während ich einen dünnen Kaffeetrank, einen Donut in der Hand. Aus dem Polizeiwagen stiegen die beiden Deputies. Sie hatten jede eine Hand auf ihrer Waffe, was ich ziemlich pathetisch fand. Ich wollte mein Motorrad zur Wache zurückfahren und bat sie mir, einen geschützten Ort zu nennen, wo ich es abstellen könnte. Als ich sah, dass sie zögerten, sagte ich, »Warum hätte ich mich Ihnen gestellt, wenn ich die Absicht hätte zu fliehen? Können Sie mir das sagen?« Das Argument überzeugte sie und ich konnte mein Motorrad in die Garage der Bullen fahren. Anschließend lasen sie mir meine Rechte vor. Nach ein paar Telefongesprächen brachten sie mich nach Freenow. Wir machten einen Zwischenhalt in einem Nest, wo ich die Nacht in einer Zelle mit zwei Betrunkenen verbrachte. Im Morgengrauen fuhren wir weiter. Im Wagen sprachen wir ebenso wenig wie am Tag zuvor. Die beiden Bullen redeten über belanglose Dinge und kümmerten sich nur um mich, wenn ich mich bemerkbar machte. Als wir ankamen, erwarteten uns ein paar Fotografen der lokalen Käseblätter. Die beiden Bullen posierten neben mir wie Hemingway neben einem auf hoher See gefangenen, zwei Meter langen Schwertfisch. Sie brachten mich zu dem für meinen Fall zuständigen Officer. Er grüßte mich mit einem kläglichen Lächeln und führte mich in einen Verhörraum. Dort öffnete er eine Akte mit meinem Namen, in der sich die Fotos der Leichen meiner Großeltern befanden und breitete sie vor mir aus. »Das ist das, was du getan hast.« Er erwartete, dass ich den Blick abwandte, doch ich betrachtete die Fotos eins nach dem anderen. Die alten hatten sich nicht sehr verändert, seit ich sie verlassen hatte. Ein bisschen starr, ledern, das war alles. Warum hast du das getan? Ich wollte wissen, wie sich das anfühlt. Seit gut zwei Wochen fragte ich mich, wie sich das anfühlen würde, meine Großmutter zu töten. Das war eine fixe Idee. Ich dachte daran und dann war es wieder weg. Es kehrte noch stärker zurück und verschwand wieder. Und als ich es tat, stellte ich mir die Frage nicht mehr. Was den alten betrifft, das ist was anderes. Ich hatte ihn niemals töten wollen. Die Umstände haben mich dazu gezwungen. Hätte ich ihn die alte überleben lassen, so hätte ich ihn damit verurteilt, bis ans Ende seiner Tage zu leiden. Hast du daran gedacht, was du ihnen angetan hast, was du deinem Vater angetan hast? Um ehrlich zu sein, ich musste meine Großmutter töten und die Frage, ob es gut oder schlecht war, stellte sich mir nicht. Für den alten tat es mir leid und das tut es immer noch. Und meinem Vater habe ich einen Gefallen getan. Natürlich, er steht unter Schock genau wie sie, aber in ein paar Wochen, wenn die Erschütterung vorbei ist, werden die positiven Aspekte meiner Tat an die Oberfläche kommen. Wo ist mein Vater? Er ist gegenüber, in der Bar. Er will dich nicht sehen, nicht im Augenblick. Er wird sich um die Überführung der Leichen nach Los Angeles kümmern und er hat mir gesagt, er werde wiederkommen, wenn er weiß, was mit dir weiter geschehen wird. Sie sollten auf ihn aufpassen. Warum? Er neigt dazu zu trinken, wenn ihn etwas ärgert. Wir haben deine Mutter kontaktiert. Und? Sie sagt, das sei keine Überraschung für sie. Du würdest das schon lange in dir tragen. Du hättest bereits eine Katze geköpft. Und wenn alle Jugendlichen meines Alters, die in diesem Land eine Katze geköpft haben, ihre Großeltern umbringen würden, könnten sie die Altersheime zusperren. Kurz, sie will nicht kommen. Sie wartet die Entscheidung des Gerichts ab. Und was wird es entscheiden? Ein Sachverständiger wird dich untersuchen, da du noch nicht 16 bist, wird er ermitteln, ob du für deine Taten verantwortlich bist oder nicht. Anschließend muss die California Youth Authority entscheiden, ob du ins Gefängnis oder in eine psychiatrische Klinik kommst. Warum hast du dich gestellt? Weil ich nicht mehr die Kraft hatte, so weiter zu machen. Ich liebe es, stundenlang und ganze Nächte zu fahren. Und außerdem spüre ich eine tiefe Entschleunigung in mir. Ich bin immer eingesperrt gewesen, aber wenn ich frei und an der frischen Luft bin, dann erinnert mich nach ein paar Tagen ein Schwindel daran, dass ich nicht für diese Freiheit geschaffen bin. Dabei wäre ich bereit, jeden zu töten, der sie mir nehmen wollte. Genau das habe ich mit meiner Großmutter getan. Ihre Ermordung hat mir 40 Stunden Freiheit geschenkt. Und du glaubst, das war es wert? Ja. Er sitzt bereits seit einer guten Minute da, als er sieht, wie die Tür aufgeht und ihr aufgedunsener Kopf erscheint. Sie atmet geräuschvoll. Ich muss jedes Mal dieses Formular unterschreiben, deswegen bin ich zu spät. Welches Formular? Die Erklärung, dass ich nicht gerichtlich gegen die Gefängnisverwaltung vorgehen werde, sollten Sie nicht angreifen. Er lacht. Wenn ich Sie angreife, würden Sie jedenfalls keine Gelegenheit mehr haben, gegen irgendjemanden gerechtlich vorzugehen. Sie findet das nicht lustig oder zeigt es zumindest nicht. Er betrachtet den Stapel Bücher, den sie nicht ohne Mühe auf den Tisch gelegt hat, der sie trennt. Sie murmelt, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Woher wissen Sie, dass ich Geburtstag habe? Weil ich vier Jahre vor Ihnen am selben Tag wie Sie geboren wurde? Sie errötet, wie um sich für diesen Zufall zu entschuldigen. Sie wollen damit sagen, dass Sie 59 sind? Das dachte ich mir. Ein Jahr älter werden, das bedeutet draußen, ein Jahr weniger zu leben. Ein Jahr weniger Langeweile, das ist nicht ganz das Gleiche. Ich würde das nicht alles lesen. Sie werden tun, was sie können. Wie üblich sind das Vorschläge, aber wir haben uns so an ihre Schnelligkeit gewöhnt. Ich habe angefangen zu schreiben. Zu schreiben? Sie beginnt zu zittern. Man will mich nicht als Literaturkritiker, also habe ich einen Roman begonnen. Eine romanhafte Autobiografie. Kennen Sie einen Verleger, den das interessieren könnte? Sie wiederholt. Zu schreiben? Er bejaht, genervt. Sie werden alles erzählen? Das ist genau der Punkt. Ich werde einer Veröffentlichung nur zustimmen, wenn man meinen Text in Gänze annimmt. Ich verstehe nur, nur nichts. Kennen Sie einen Verleger? Ich kenne welche. Sie wirkt mit einem Mal furchtbar verstört. Diese Geschichte mit dem Buch hat ihr einen Schlag versetzt. Und darum dramatisiert er. Ich habe um eine Verlegung gebeten. Nun ist sie vollkommen verwirrt. Eine Verlegung? Wohin? Ins Paradies. Aber sie ist abgelehnt worden. Nein, ernsthaft. Ich habe darum gebeten, in das Louisiana State Penitentiary Angola verlegt zu werden. Es wird vermutlich eine Weile dauern, weil ein gleichaltriger Häftling in Angola, der ebenfalls lebenslänglich sitzt, ein Gegengesuch stellen muss. Und das wäre für wann? Morgen, in einem Monat. In zehn Aber dann hätten sie niemanden mehr, der sie dort besucht. Na und? Sie gibt keine Antwort. Nach so vielen Jahren fragt man sich manchmal, was einen aufrecht hält. Das Lesen, jetzt das Schreiben, mein Beitrag zum Verständnis der Serienmörder. Ich habe erfahren, dass die Häftlinge sich in Angola um eine Ranch mit Pferden kümmern. Ich habe Erinnerungen an Pferde aus meiner Kindheit in Monterna. Das sind praktisch meine einzigen schönen Erinnerungen. Sie sind menschlicher als wir. Ich freue mich immer, sie zu sehen. Aber sie kommen nur einmal im Monat. Und dort hätte ich täglich die Gesellschaft die Pferde. Verstehen Sie? Die Bücher für die Blinden und dieser ganze Blödsinn. Ich bin nicht überzeugt, dass das der Hauptgrund ist, der sie hergeführt hat. Aber ich werde offen zu ihnen sein. Ich will diesen Grund gar nicht wissen. Der stärker sein muss als die anderen, weil er verborgen ist. Ich pfeife drauf, Susan. Wir haben eine professionelle Beziehung über einen bestimmten Zeitraum und das ist perfekt so. Ich mag ihre Besuche. Ich könnte genauso gut auch darauf verzichten. Nach ihnen wird mich niemand mehr besuchen. Na gut, was soll's? Sie sind das einzige weibliche Wesen für mich in einer Welt, in der ich nur Typen sehe, die sich mehrmals am Tag einen runterholen in der Hoffnung, die Wände ihrer Zelle würden zurück weichen. Aber wenn ich darauf verzichten muss? Ihr Kopf kippt nach unten und sie deutet ein klägliches Lächeln an, das sofort wieder verschwindet. Er geht den Bücherstapel durch. Keine Geschichte darunter, die ihn reizt. Das ist übrigens selten der Fall. Er sortiert drei Bücher aus, die zu umfangreich sind. Wenn die Geschichte zu lang ist, verliert der Hörer sich, selbst, wenn er blind ist. Er steht auf. Denken Sie daran, einem Verleger von meinem Buch zu erzählen. Sie würden mir damit einen Gefallen tun. Bis bald. Er dreht sich ein letztes Mal um, bevor er hinaus geht. Wenn mein Gesuch auf Verlegung nach Angola angenommen wird, werde ich ihn schreiben, um es ihnen mitzuteilen. Die Diagnose des Sachverständigen des Gerichts war eindeutig. Paranoide Schizophrenie. Die Verhandlung dauerte eine Viertelstunde. Der Psychiater trug seine Notizen mit eintöniger Stimme vor. Er erklärte, ich sei psychotisch, verwirrt, unfähig, mich einzufügen, gefährlich für die Gesellschaft und für mich selbst. Er meinte, dass die Behandlung, die mich möglicherweise von meinen Störungen kurieren könnte, sehr, sehr langwierig sein würde und dass er folglich der Ansicht sei, man müsse mich für unzurechnungsfähig erklären. Im Gerichtssaal herrschte eine trostlose Stimmung. Die Morgenstunde und die überhitzte Luft in dem Gebäude lähmten den Verstand. Der Richter nieste mehrmals, bevor er mich für unzurechnungsfähig erklärte und mich der California Youth Authority anvertraute. Ich erkannte an seinem Blick, dass dieses Urteil ihn erleichterte, weil er sich nicht mehr mit meinem Fall befassen musste. An die wenigen Wochen, die ich im Gefängnis verbrachte, während ich darauf wartete, zu erfahren, was endgültig mit mir geschehen würde, habe ich keine besondere Erinnerung. Ich wurde gut behandelt und die Mitgefangenen ließen mich in Ruhe. Ich spürte, dass sie vor meiner Körpergröße Respekt hatten. Ich freundete mich mit niemandem an. Es ist nicht meine Art und ich sah keinen Anlass dazu. Trotzdem verließ ich das Gefängnis ein bisschen angespannt. In dem Wagen, der mich in das Atascadero State Hospital überführte, sah ich durch das Fenster lebenslustige schöne Mädchen, die unbeschwert durch die Straßen gingen und ich hätte am liebsten geheult. Die Sehnsucht nach dem, was ich nie kennengelernt hatte. Das Verlangen, verdrängte rasch die Emotion. Das Verlangen war nicht jenes, sie zu besitzen, sondern irgendetwas Komplizierteres, das sich aus meinem Geist verscheuchte. Mit einem Mal bekam ich Muffensausen. Wenn ich nun wirklich verrückt würde! Ich wollte nicht mehr dorthin. Ich fing an, das Gefängnis vorzuziehen. Ich erinnerte mich an die Geschichten, die über normale Leute kursierten, die wegen irgendwelcher Lappalien eingewiesen worden waren und deren Gehirn, als sie wieder rauskamen, gewaschen war wie das Deck eines Schiffs. Ich fragte die beiden Polizisten, die mich hinbrachten, wie Atascadero so sei. Sie erwiderten, sie wüssten so gut wie nichts darüber. Ihnen zufolge war es der Ort, wo man die Bürger Kaliforniens gegen Verrückte aller Art schützte. Ich fragte sie auch, welche Art von Kranken es dort drin gäbe. Der Vorgesetzte strich sich über seinen Bart und sagte, er glaube, ein Drittel seien kriminelle und zwei Drittel durchgeknallte Typen, die keine Fliege etwas zu Leide tun würden. Derjenige, der bis dahin nichts gesagt hatte, fing an, gegen all die Dreckskerle zu stänkern, die auf Kosten der Steuerzahler eingesperrt und angeblich behandelt würden. Er drehte sich zu mir um und spuckte mir seine Verachtung entgegen. Glaubst du etwa, ein Typ, der seine Großeltern getötet hat, kann eines Tages ein guter amerikanischer Bürger werden? Glaubst du das wirklich, Kleiner? Ich ließ mich nicht einschüchtern und erwiderte, ich hatte Gründe dafür. Was dich zu einem Irren macht, ist, dass du glaubst, du hättest gute Gründe, deine Großeltern zu töten. Sie werden dich jahrelang dabei halten, damit du lernst, zu bedauern, was du getan hast, aber das Böse ist in dir, du hast die Seiten gewechselt, und jetzt ist es so spät. Er zündete sich eine Zigarette an und ließ das Fenster auf seiner Seite runter. Du hast die Linie überschritten, ich würde dich dafür nicht töten, aber ich würde dich nicht rauslassen. Aus der Ferne wirkte das Krankenhaus wie eine große Geburtstagscremetorte auf einer Decke mit zu lebhaften Farben. An der Seite hatte das Eis angefangen zu schmelzen. Als wir näher kamen, wurde die Torte größer, ebenso wie die Mauern, die sie umgaben. Stacheldraht zog sich auf den Mauern um das Gelände. Ich sah keine Wachtürmer, aber das Ganze machte auf mich den Eindruck eines verdammten Untersuchungsgefängnisses. Krankenpfleger, die sich für kräftig gehalten hatten, bevor sie mich sahen, holten mich in der Verwaltung ab. Sie führten mich zu einer liebenswürdigen und energischen Dame. Sie blieben bei uns, während wir einen Fragebogen ausfüllten, der ihnen ein Maximum an Informationen über mich liefern sollte. Ich fragte sie, ob ich Besuch bekommen könnte. Sie meinte, ja, machte dann jedoch ein betrübtes Gesicht, um mir mitzuteilen, sie hätten meinen Vater und meine Mutter kontaktiert, doch keiner von beiden wolle für den Augenblick etwas von mir wissen. Das sei häufig so, doch mit der Zeit regelte sich das von ganz allein. Sie verabschiedete sich mit einem Lächeln. Die beiden Krankenpfleger führten mich zu meinem Zimmer. Die Sicherheitsabteilung glich mehr einem Gefängnis als einem Krankenhaus. Mein Zimmer war schmal wie ein Hosenbein. Man konnte zwischen Schrank und Bett nicht hindurchgehen. Das Fenster, in ziemlicher Höhe, aber ohne Gitterstäbe, war für einen normalen Mann nicht erreichbar. Die Krankenpfleger entschuldigten sich, niemand habe ihnen gesagt, dass ich so korpulent sei. Sie ließen mich eine halbe Stunde warten, bevor sie wiederkamen und mich in ein nur wenig größeres Zimmer brachten, in dem ich mich umdrehen konnte, ohne gegen die Wände zu stoßen. Als ich sah, dass das Klo draußen war, begriff ich, dass es nicht darum ging, mich zu bestrafen, auch wenn es, von ein paar Details abgesehen, schwierig war, den Unterschied zu einem Bundesgefängnis zu erkennen. Und wenn man allein in einem Zimmer war, änderten sich die Perspektiven. Trotz des scheinbaren Widerspruchs begann ich, dieses Zimmer zu mögen, so wie ich gelegentlich die weiten Landschaften mochte. Ich wurde ruhig darin. Ich streckte mich auf meinem Bett aus und betrachtete gut zwei Stunden die Decke, ohne an etwas zu denken, gewiegt in einem merkwürdigen Gefühl der Sicherheit. Ich konnte unmöglich jahrelang in dieser Klinik bleiben und mit angezogenen Beinen schlafen. Ich schriefe einen Wärter und demonstrierte ihm ganz offen, dass ich gut 30 Zentimeter über das Bett hinausragte. Die Bettpfosten waren fest im Boden verankert. Man konnte an nichts ändern. Er versprach mir, einen Blick in das Lager zu werfen und zu schauen, ob ein Krankenhausbett Abhilfe schaffen könnte. Ich wartete bis zum Abendessen. Ich zog die Uniform an, die für die gefährlichsten Insassen vorgeschrieben war und zusammengefaltet am Fußende meines Lager lag und als das Zeichen ertönte, öffnete mir ein Wärter. Jeder Häftling musste zu den anderen Abstand halten. Wir begaben uns im Gleichschritt zum Speisesaal. Dort stellten wir uns in einer Reihe von den dampfenden Kesseln an, in denen ein zerkleinertes Essen köchelte, damit wir ohne Messer essen konnten. Ich suchte mir einen zufälligen Platz. Die anderen Kranken begnügten sich damit, mich meist verstohlen anzustarren. Meine Masse beeindruckte sie. Jeder der Häftlinge, der sich in meine Nähe setzte, tat so, als ignorierte er mich mit Ausnahme eines noch ganz 50-jährigen Typen, der durch sein kultiviertes Aussehen auffiel. Er lächelte mich mehrmals verstohlen an, um mich willkommen zu heißen, und zwinkerte mir zu, als wären wir Komplizen. In welcher Hinsicht, keine Ahnung. Ich bemerkte zwei oder drei Typen, die ihn furchterregend aussahen. Vor allem einen Mann in den Ziegern, eine einartige Mischung aus Indianer-Häuptling und irischem Lastwagenfahrer. Ein breiter Kopf, der einen Hutmacher hätte erbleichen lassen, eine lange gezogene Augenpartie, Augen aber, die vor allem schwarz waren und mordsmäßig schielten. Das Essen war passabel. Niemand sprach mit mir, aber ich spürte, dass manches nur zu gern getan hätten, neugierig wie sie waren, zu erfahren, was ich in meinem Alter dort zu suchen hatte. Ein kleiner Spindeldürrer hässlich, als hätten seine Eltern dies mit Absicht getan, setzte sich mehr gegenüber. Er zappelte auf seinem Stuhl herum und schnitt Grimassen. Ein herablassendes Grinsen verzerrte sein Gesicht alle 30 Sekunden. Seine Kalköpfigkeit hatte nichts zu tun mit derjenigen der Leute, die ihre Haare verlieren. Seine schienen im Gegenteil nie richtig gewachsen zu sein, als hätte irgendetwas sie davon abgehalten. Ich merkte, dass er mit mir reden wollte, aber er brachte nichts heraus. Wenn ich mit niemandem Blicke austauschen will, ist es ganz einfach. Ich starre vor mich hin, was mich weit über alle anderen erhebt. Um eine militärische Metapher meines Vaters zu bemühen, ich benutze einen Luftkorridor, der mich vor der Artillerie schützt. Als das Abendessen beendet war, gingen wir in unsere Zimmer zurück. Der Wärter verschloss meines. Ich fragte ihn, wo ich etwas zu lesen finden könnte. Er erwiderte, er würde mir fürs Erste zusammen mit meinen Medikamenten eine Zeitschrift bringen und am nächsten Tag hätte ich Zugang zur Bibliothek. Die Zeitschriften und die Medikamente kamen eine halbe Stunde später. Ich fragte nicht, wofür die Medikamente seien, zwangsläufig um die Krankheit zu behandeln, die mich dazu gebracht hatte, meine Großeltern zu töten. Ich war gerade mal auf der dritten Seite der Zeitschrift und konnte den Blick nicht von Marilyn Monroe hintern lassen, die seit mehr als anderthalb Jahren tot war, was der Erotik des Fotos keinen Abbruch tat, als ich spürte, dass mir die Augen zufielen. Als ich aufwachte, war ich ohne jede Kraft. Vor dem Frühstück trennte ich trotzdem reflexartig das Foto von Marilyn Monroe heraus und legte es zusammengefaltet in meinen Wandschrank. Die Mahlzeit verlief noch stiller als am Abend zuvor. Die anderen starrten mich erneut an. Nachdem ich meinen Kaffee und den widerlichen Donut, den es dazu gab, runtergewirkt hatte, brachte man mich in mein Zimmer zurück, wo ich auf mein erstes Gespräch mit dem Psychiater wartete. Ich schlief erneut ein, als hätte ich Jahre des Schlafs nachzuholen. Ein Pfleger weckte mich augenblicklich. Als der Psychiater hereinkam, forderte er mich auf, mich zu setzen. Ich erwiderte ihm, ich würde sitzen. Und er lächelte. Wir werden nicht immer in diesem Raum sein. Wir wollen nur sehen, ob du dich gut benimmst, woran ich nicht zweifle. Es ist etwas Schreckliches geschehen. Wir werden versuchen, das wieder gut zu machen, damit du eines Tages hier rauskommst. Das wünschst du dir doch. Mein Gehirn arbeitete wie in Zeitlupe. Was soll ich mir wünschen? Er lächelte erneut. Hier wieder rauszukommen. Willst du das? Ich zögerte. Im Augenblick weiß ich nicht so recht. Willst du in das Leben der Jugendlichen deines Alters zurückkehren? In ein normales Leben? Ich hatte mich wieder gefasst und sagte, man sieht, dass sie nicht wissen, wie diese sogenannten normalen Typen leben. Natürlich will ich hier wieder raus, aber nicht, um genauso bescheuert wie sie zu werden. Ich habe in deiner Akte gesehen, dass du überdurchschnittlich intelligent bist, Al. Um ganz ehrlich zu sein, ich bin noch nie jemandem begegnet, der so intelligent ist. Und er fügt hinzu. Deine ungewöhnliche Intelligenz ist im Augenblick fehlgeleitet. Du wirst hier rauskommen, sobald eine Kommission der Meinung sein wird, dass du keine Gefahr fahrt bist. Weder für die Gesetze noch für dich. Und deine geile Flexibilität dich zu jemandem macht, der sich anpassen kann. Ja, aber ich bin doch gar keine Gefahr für die Gesellschaft. Ich habe meine Großmutter umgelegt, weil sie mich erstickt hat, und ich sie für verantwortlich hielt für das, was aus meinem Vater geworden ist. Was meinen Großvater betrifft, das weiß ich alles. Du sagst mir gerade, dass du absolut verantwortlich für deine Taten bist. Das will ich nicht hören. Vor allem, nachdem du mir gesagt hast, du seist nicht sicher, ob du hier rauskommen willst. Mit dieser Art von Widerspruch müssen wir uns auseinandersetzen. Wir werden uns jeden Vormittag sehen. Am Nachmittag wirst du einer richtigen Arbeit mit anderen Häftlingen nachgehen. In ein paar Wochen kannst du, wenn ich der Meinung bin, dass das möglich ist, wieder in die Schule gehen. Erzähl mir, was du gerne machst. Deine Hobbys. Das ist eine dieser Fragen, auf die jemand wie ich nicht sofort antworten kann. Vor allem Motorrad fahren? Ich mag es mir, den Wind um die Nase wehen zu lassen und dahin zu brausen. Dann fühle ich mich wohl. Ansonsten habe ich gern mit dem Gewehr geschossen. Und was noch? Sonst nichts. Gibt es nichts, was dich interessiert? Wie soll ich Ihnen das erklären? Immer wenn mich etwas interessiert, werde ich dessen schnell wieder überdrüssig. Ich verstehe. Wir werden Zeit haben, darauf zurückzukommen. Du schaffst es also nicht, ein Buch zu Ende zu lesen. Ist es so? Genau. Dann schlage ich dir einen Handel vor. Du wirst dir ein Buch aus der Bibliothek holen und dich zwingen, jeden Tag zu lesen, ohne an etwas anderes zu denken. Zehn, zwanzig Seiten, so viel du kannst. Du wirst versuchen, deine Gedanken so weit wie möglich zurückzudrängen. Du wirst dir rauskommen, sobald die Ärzte überzeugt sind, dass du entscheidest, woran du denkst. Verstanden? Verstanden. Eine Frage brannte mir auf der Zunge. Sagen Sie, was ist paranoide Schizophrenie? Warum fragst du mich das? Das hat der Sachverständige des Gerichts gesagt. Meine Krankheit. Ach so, ich verstehe. Das ist Psychiater-Jargon. Niemand weiß so genau, was ein Sophrener ist. Um es kurz zu machen, das ist alles, was nicht normal ist. Aber die Leute, die töten sind, töten sind. Vielleicht bist du ja ganz normal, L. Wenn sie mich normal finden, schicken sie mich dann ins Gefängnis? Er begriff durchaus, dass ich mich davor nicht fürchtete. Oh nein, mein Junge, du verstehst nicht alle Feinheiten des Systems. Wenn du zum Zeitpunkt der Tat als normal eingestuft worden wärst, würdest du lebenslänglich Länglich-Fängnis sitzen. Aber wenn du hier wieder normal wirst, dann wird dann wohl etwas kuriert sein. Wenn ich dir ein Rat geben darf, halte dich fern von den anderen. Versuch dich nicht mit ihnen anzufreunden. Sie werden dir viel nehmen und nur wenig geben. Er stand auf und klopfte mir freundschaftlich auf die Schulter. Wir sehen uns morgen. Dann in meinem Büro. Ich habe Mühe, genau zu sagen, was ich nach dieser ersten Begegnung empfunden habe. In der Regel empfinde ich nichts. Es kommt vor, dass ich jemanden nicht mag, weil ich instinktiv eine Bedrohung spüre. Ich verachte Menschen auch sehr leicht. Das geht bei mir ganz schnell, denn ich habe so viele Leute gesehen, die aufgrund ihres offenkundigen Mangels an Intelligenz erbärmlich sind. Kurze Dr. Leitner schien mir nichts Böses zu wollen. Ich ging in die Bibliothek, die ein Gebäude wie alle anderen war, lang, schmal und hoch. Innerhalb von zwei Sekunden begriff ich, dass der Bibliothekar schon sehr lange und für immer da war. Der Pfleger, der mich begleitete, begrüßte ihn mit seinem Namen. Doch der andere antwortete nicht. Er sortierte Bücher, die er aus einem Karton nahm, auf zwei Haufen, die sichtlich zwei verschiedenen Pünktchen entsprachen, einem gelben und einem roten. Ein Buch schien ihm Probleme zu bereiten. Er wusste nicht, auf welche Seite er es legen sollte. Als er mich schließlich fragte, was ich wolle, betrachtete er lange meine Uniform, die ihm sagte, dass ich ein Verbrecher war. Er schob seine Brille auf der Nase hoch und ging in einen Gang zwischen Regalen. Er kam mit einem Exemplar von Schuld und Sühne zurück und legte es vor mich hin. Warum schreiben die Leute? Häufig, weil eine unbestimmte Eitelkeit sie stolz auf ihr Unglück macht und sie es mit dem Rest der Menschheit teilen wollen. Häufig schreiben sie auch, um eine Spur ihres armseligen kleinen Lebens zu hinterlassen. Ich weiß, warum ich schreibe. Ich will wieder auf den Zug der Menschheit aufspringen. Dostoyevsky ist etwas anderes. Ich vertiefte mich in ihn, ausgestreckt auf diesem kümmerlichen Bett, das sich auf beiden Seiten überragte. Ich hielt 20 Seiten durch, bevor die schlechten Gedanken mich überschwemmten. In den ersten Monaten meiner Therapie sprach Leitner niemals über meine Großeltern mit mir. Wenn ich das Thema ansprach, überhörte er es geflissentlich, als handelte es sich um etwas Zweitrangiges. Ihr Tod und seine Umstände waren nicht das, was ihn vorrangig interessierte. Für unsere erste Arbeitssitzung legte er die Spielregeln fest. Er erkundigte sich, ob ich Schach spielen könne. Mein Großvater hatte mir die Grundkenntnisse beigebracht. Leitner stellte das Schachbrett zwischen uns auf einen Hocker. Ich nutzte diese Zeit, um ihn zu fragen, was er an seinen Wochenenden mache. Ich spürte, dass er zögerte, einem Patienten auf eine so persönliche Frage zu antworten, doch sein Zögern dauerte nicht lange. Ich habe mir gerade eine Harley von 1957 gekauft und fahre den Highway 1 damit entlang. Ja, ich konnte es nicht fassen. Er begriff, dass er einen Punkt gemacht hatte. Welches Modell? Die XL Sportster. Welche Farbe? Zwei farbig, Cremefarben und Mattgold. Er hat der erste 900 Kubikmotor. In OHV-Ventilbauweise. Getriebe integriert ins Gehäuse. Er musste eine leichte Erregung bei mir gespürt haben. Du wirkst ja richtig begeistert. Ich dachte über seinen Satz nach und korrigierte ihn. Interessiert. Ich bin interessiert, aber begeistert. Nein, ich freue mich sehr, mich jetzt hier mit Ihnen über Motorräder zu unterhalten, aber sollten wir zu lange darüber reden, würde es mir langweilig und ich würde das Thema wechseln. Verstehen Sie? Ah, ich verstehe. Ich erzählte ihm trotzdem von meiner Fahrt mit der Indien vor meiner Verhaftung. Ich fügte zu, dass ich sie gern eines Tages zurückholen würde, wenn ich aus dieser Klinik käme. Ich nahm meinen Mut zusammen und fragte ihn, ob er sie nicht für mich holen könne, da ich niemanden kennen würde, der es tun könnte. Er fand das heikel, versprach mir jedoch, darüber nachzudenken. Wir begannen, Schach zu spielen. Er erklärte, dass es förderlich sei, zwischen den Zügen zu reden und dass ich mir so viel Zeit lassen solle, wie ich wolle, um sie mir zu überlegen. Eine Partie könne eine Stunde dauern oder eine Woche. Für ihn habe das keine Bedeutung. In dieser Pause solle ich ihm mein Leben erzählen, mein ganzes Leben. Von Zeit zu Zeit, wenn er es für richtig halte, werde er mich unterbrechen, um mir eine Geschichte zu erzählen, die einen Bezug zu meinen Problemen habe. Und als Beweis seines Wohlwollens in diesem Abenteuer, das wir monatelang miteinander teilen würden, gab er mir sein Einverständnis, dass er versuchen würde, meine Indien bei der State Police von Oregon abzuholen. Um dieses Thema abzuschließen, zwei Monate später teilte er mir etwas enttäuscht mit, die Indien sei vom Gericht verkauft worden, um einige Kosten zu decken, die mein Fall verursacht habe. Stell dir vor, du schreibst einen Roman. Wie würdest du deine Geschichte erzählen? Ich hatte aus erwähnten Gründen noch nie einen Roman zu Ende gelesen, aber ich habe immerhin eine ganze Menge angefangen. Mir fiel auf, dass der amerikanische Erzähler meist mit der Herkunft seiner Familie beginnt. Ich fragte Leitner, ob ich chronologisch erzählen müsse, oder meinte, ganz kategorisch, du bist zu nichts verpflichtet. Trotzdem machte ich es, wie jeder. Ich rückte einen Bauern vor und los ging's. Ich erzählte ihm, dass ich als Kind viel Zeit gehabt hätte, über das Leben und den Tod nachzudenken, aus Gründen, auf die ich später zu sprechen käme. Schon als Kind war ich fasziniert davon, welchen Wert die Erwachsenen dem Leben beimaßen und was für eine Angst sie vor dem Tod hatten. Dann kam ich, ohne Übergang, auf die Größe der Füße meines Vaters zu sprechen. Mein Vater ähnelt John Wayne. Er ist viel größer als Wayne, aber vom Gesicht her könnte man sie für Brüder halten. Man erkennt, dass sie brave, mutige Kerle sind. Sie haben vor allem den gleichen Gang. Ich sah, dass Leitner sich über meine Redseligkeit freute. Ein Patient, der redet, ohne dass man ihn darum bittet, ist sicher besser als das Gegenteil. Mein Vater hat mehr Typen getötet als ich, gut 30, und er ist alles andere als ein Prahlhans. Aber für eine gute Sache, entgegnete Leitner, um eine Phrase zu benutzen. Der Staat hat das Monopol der legitimen Gewalt. Auch ich habe getötet, Al, 1944, in der Normandie. Er schien ebenfalls nicht stolz darauf zu sein. Glauben Sie, dass ich mich in zwei Jahren nach Vietnam verpflichten kann? Aber zu? Vielleicht könnte das Töten mit dem Segen meines Landes mich rehabilitieren. Genauso beginnt die Geschichte meines Vaters. Er hatte ein Motorrad in der Nähe von Los Angeles geklaut und die Bullen beschimpft, die ihn verhafteten. Sie merkten, dass er eine Art Deserteur war, weil er seine Arbeit in einem Betrieb verlassen hatte, der Kriegsflugzeuge herstellte. Er arbeitete als Elektriker bei McDonnell. Er baute elektrische Systeme in die B-25 ein. Er war vom Virus der Straße infiziert worden und hatte sich eine kleine Pause gegönnt. Da er nicht die Mittel hatte, sich eine Harley zu leisten, hatte er eine geklaut und war den Highway 101 bis Olympia hinaufgefahren. Er hatte nicht die Absicht gehabt, die Grenze zu überschreiten. Nach einer Desertionsvermutung brummten sie ihm drei Jahre auf. Ein paar Wochen nach seiner Inhaftierung wurde ihm angeboten, in eine Brigade der Special Forces einzutreten. Er verließ das Gefängnis von Los Angeles und fuhr eskortiert von der Militärpolizei mit dem Zug nach Helena. Die meisten der dort stationierten Männer waren mit der Justiz in Konflikt geraten, doch keiner dieser Typen hatte einen Mord oder ein schlimmes Verbrechen begangen. Ihr Profil als rauflustige Kleinkriminelle machte sie eigentlich ganz sympathisch. Diese Ansammlung von Haudegen unterwarf sich schließlich dem Training, das aus ihnen eine Elite-Truppe machen sollte. Eines der besten Kommandos in der Armee der Vereinigten Staaten. Ein Winter, in dem sie in den Rocky Mountains kletterten, Skiabfahrten zwischen Bäumen machten und lernten, leichte Flugzeuge zu fliegen und sich alle Waffen der Schöpfung zu bedienen, bereitete sie auf den Dienst vor. Mehr hat mein Vater mir nie erzählt. Ich weiß, dass er nach Italien geschickt worden ist. Zu viele Tote unter seinen Kameraden hatten es ihm verleidet, mit seinen Erfahrungen zu prahlen. Doch für mich war er ein Held. Das stand außer Zweifel. Ich habe Montana nie wirklich gemocht. Die Winter dort sind kälter als ein Grab und die Sommer drückend heiß. An diesem Punkt meiner Erzählung stellte ich fest, dass sich Leitner Schachmatt setzen würde. Meine Mutter wurde auf einer Farm in Montana geboren, wo sie mit ihren drei Schwestern aufwuchs. Ich habe meine Großeltern mütterlicherseits nicht kennengelernt. Sie starben bei einem Unfall gegen Ende des Krieges. Der Großvater war deutscher Abstammung, aus Bayern. Sein Großvater war aus Deutschland nach Montana gekommen. Meine Großeltern kamen durch die Trunkenheit meines Großvaters ums Leben, der an dem Tag gut fünf Liter Bier getrunken hatte. Sie kamen in einer Haarnadelkurve von der Straße ab und der Wagen überschlug sich mehrmals, bevor er zum Stillstand kam. Das geschah ein paar Wochen, nachdem meine Eltern sich eines Samstags in einer Bar in Helena begegnet waren. Es waren drei seiner Kumpels dabei gewesen, von denen zwei den Krieg überlebt hatten. Sie hatten ganz schön geschluckt, und mein Vater hatte sich von der großen Frau angezogen gefühlt. Sie ist fast ein Meter neunzig groß, eine Größe, die sie bei den normalen Männern disqualifiziert. Ich denke, meine Mutter hat sich auf meinen Vater gestürzt, weil sich die Chance, einem Typen zu begegnen, der zwanzig Zentimeter größer als sie ist und sie klein aussehen ließe, nicht so schnell wiederergeben würde. So wie ich meine Dame platziert hatte, blieb Leitner nur eine Möglichkeit, roschieren. Doch nach drei weiteren Zügen wusste ich, dass er am Ende war. Mit meinem Vater hatte meine Mutter einen Helden geheiratet, der sie mit meiner älteren Schwester geschwängert hatte. Aber dann musste sie feststellen, dass sie mit einem kleinen Elektriker zusammenlebte, der in irgendeiner Baufirma arbeitete und seine Freizeit damit verbrachte, zu jagen und mit seinen Kumpels Karten zu spielen. Er spielte Draw Poker, immer mit denselben. Bruce Gabery und Andrew Stamp, zwei Veteranen der Special Forces, die wie er nie in Erinnerung schwelgten. Mein Vater hatte das Bedürfnis, sie schweigend in seiner Nähe zu spüren. Sie sprachen über eine Menge anderer Dinge, aber nie über den Krieg. Wenn Joe Benford, der Vierte, auf dieses Thema zu sprechen kam, mit der Rätseligkeit der Typen, die drei Jahre in Sicherheit in der Messe einer Kommandozentrale verbracht haben, stieß er auf eine Verschwörung des Schweigens. Sie spielten jeden Samstag in dem Keller neben meinem Zimmer. In der Regel scherzten sie viel, doch wenn plötzlich Stille eintrat, dann hatte Benford das Thema des Kriegs angesprochen. Der Keller war der einzige Ort, an dem meine Mutter die Kartenspiele erlaubte. Das Haus gehörte ihr. Sie hat es mit ihrem Anteil am Verkauf der Ranch meiner Großeltern nach deren Unfalltot gekauft. Mindestens zwei oder dreimal am Tag gab sie zu verstehen, dass es ihr Zuhause sei, was für meinen Vater ziemlich demütigend war. Und sie ließ auch keinen Tag verstreichen, ohne ihn daran zu erinnern, wie sehr er sie enttäuschte. Sie wollte Montana verlassen. Mein Vater sollte in die Flugzeugindustrie zurückkehren und Stufe um Stufe die Karriereleiter hinaufsteigen, damit sie ein richtiges gesellschaftliches Leben in einem schönen Haus an der Westküste führen könnten. Mein Vater erwiderte, er sei noch nicht bereit, Montana zu verlassen. Er brauche seine weiten Ebenen und seine Natur, um zu überleben. Um was zu überleben, du Blödmann? Und als er nicht antwortete, legte sie nach. Hätte ich gewusst, dass ich ein kleines Mädchen heiraten würde, das sich in der Erinnerung an den Tod seiner Kameraden verliert, dann hätte ich mich dir nicht genährt. Ich hätte einen weiten Bogen um dich gemacht. Ich hätte nicht drei Kinder mit dir gezeugt. Ich hätte dir nicht meinen gesellschaftlichen Aufstieg geopfert. Mein Vater reagierte niemals auf Beleidigungen. Ich spürte immer nur dann eine gewisse Aufgeregtheit bei ihm, wenn meine Mutter sich ihm mit gewalttätigen Absichten näherte, die ihn vollkommen hilflos machten. In solchen Augenblicken betrachtete er seine Füße, ausschließlich seine Füße. Doch er stand reglos da, wie ein kleiner Junge, der darauf wartet, dass seine Mutter sich beruhigt. Sie hat sich niemals getraut, ihn zu schlagen. Ich bin überzeugt, dass er meine Mutter auf jeden Fall getötet hätte, wenn sie vor mir ihre Hand gegen ihn erhoben hätte. Vor meinen Schwestern hätte sie noch eine Chance gehabt, mit heiler Haut davonzukommen, weil mein Vater nicht dumm war. Meine Schwestern waren nichts als fette, dumme Gänse. Wohingegen ich alles war, was er liebte, auch wenn es ihm schwer fiel, es mir zu zeigen. Oft spürte ich bei ihm so etwas wie eine Scham, dass er kein vorbildlicher Vater war. Ich spürte, dass Leitner sich mächtig freute und mich bremsen wollte, weil alles zu schnell ging. Um ihm mein Hintertürchen offen zu lassen, setzte ich ihn schachmatt. Er konnte es nicht fassen. Das war sicher das erste Mal, dass ein bald 16-jähriger Junge ihm einen solchen Streich spielte. Doch ich stellte fest, dass ihn das überhaupt nicht störte, sondern im Gegenteil freute. Dieser Typ hatte eine tiefe Achtung vor der Intelligenz, auch wenn man in meinem Fall der Meinung sein konnte, dass sie etwas auf Abwege geraten war. Er nahm seine Brille ab und legte sie neben sich, bevor er sie ausführlich putzte. Ich erinnere mich sehr genau an diesen Augenblick, der sich meinem Gedächtnis als einer der seltenen Momente echter, unbändiger Freude, Begeisterung und Hoffnung eingeprägt hatte, die mir vergönnt waren. Die Sitzung ging zu Ende. Doch Leitner wollte wissen, wie es mit meiner Lektüre gelaufen war. Welches Buch hast du dir ausgesucht? Dosto, Schuld und Sühne, ich weiß, das ist das Buch, das der Bibliothekar den Neuankömmlingen deiner Abteilung mit Vorliebe antritt. Hast du es geschafft, dich zu konzentrieren? Oh, ich glaube. Und die schlechten Gedanken? Sie haben gewartet. Kannst du in diesem Stadium etwas über deine Lektüre sagen? Oh, ein oder zwei Sätze. Damals glaubte er noch nicht an die Realität seiner Träumereien und ließ sich nur von ihrer niederträchtigen und verführerischen Kühnheit erregen. Und etwas weiter. Er hatte sich fast gegen seinen Willen angewöhnt, den niederträchtigen Traum als etwas Realisierbares zu betrachten. Gut ausgedrückt, nicht wahr? Leitner notierte es und belohnte mich mit einem Lächeln, während er auf die Uhr blickte. Wir hatten die Zeit, die er für dieses Gespräch vorgesehen hatte, kräftig überzogen. Beim Mittagessen setzte sich am Anfang niemand neben mich. Stefford, der schon seit einer Weile zu mir herüberschielte, zögerte lange. Schließlich stand er auf und setzte sich neben mich. Er war zwischen 40 und 60. Offensichtlich wollte er sich mit mir anfreunden, und das war die Art von Ansinnen, die ich von vornherein als Aggression betrachtete. Ich begnügte mich damit, gerade auf meinem Stuhl zu sitzen und vor mich hin zu starren. Dann zog er mich am Ärmel meiner Uniform. Willst du nicht reden, mein Junge? Ich nahm mir die Zeit, einen großen Löffel Püree zu nehmen und in aller Ruhe zu essen. Reden ist das Einfachste auf der Welt. Jeder redet, schwatzt, man hat das Gefühl, das hört nie auf, er nickte. Dann fragte er mich leise, was mich hierher gebracht habe. Als ich ihm sagte, ich hätte meine Großeltern weggepustet, schien er nicht so recht überzeugt und sogar enttäuscht zu sein. Ich erinnerte mich an Leitners Rat. Keiner der Typen dieser Abteilung war wirklich gefährlich für mich. Aber ich hatte nichts davon, mich mit diesen Perversen anzufreunden. Der Gedanke, man könnte mich mit diesem Gesindel in einen Topf werfen, machte mich wütend. Ich kehrte in mein Zimmer zurück. Es war vorgesehen, dass ich um diese Zeit an einer Gruppentherapie teilnahm, aber man wusste noch nicht genau, in welche Gruppe man mich stecken sollte. Ausgestreckt auf meinem Bett las ich gut anderthalb Stunden. Langsam stellte sich eine Vertrautheit mit meinem Buch ein. Zuerst war ich noch ein wenig misstrauisch, bevor ich mich schließlich gehen ließ. Der Wärter unterbrach meine Lektüre, um mich in die Wäscherei zu bringen. Ich wusste, dass in dieser Wäscherei viel für mich auf dem Spiel stand. Dort würde beurteilt werden, ob ich für die Arbeit und folglich für die Resozialisierung geeignet sei. 2000 Laken ging jede Woche durch die Wäscherei und gut 1000 Uniformen in verschiedenen Größen, ganz zu schweigen von der Unterwäsche. Die Organisation war gigantisch. Neben der Küche war das die Arbeit, die am meisten Arbeitskräfte benötigte. Zwei oder drei Patienten waren Teil des Betreuungspersonals geworden, aber es war zu spüren, dass sie als Sicherheit für die anderen Aufseher dienten, die aus der Überwachungsabteilung der Anstalt kamen. Schließlich waren abgesehen von mir, und das meine ich ganz aufrichtig, alle Männer in dieser Anstalt Geisteskranke der schlimmsten Sorte. Man konnte verstehen, dass man so wichtige Aufgaben nicht Patienten anvertraute. Ich hatte die Absicht, das zu ändern. Zumindest bis ich in der Wäscherei anfing, wo ich glaubte, ich würde umkippen. Der Wäschegeruch in Verbindung mit der Feuchtigkeit eines maurischen Bads erinnerte mich an die Waschküche in Monterna. Ich fühlte mich dermaßen schlecht, dass ich beinahe kehrt gemacht hätte. Meine Entschlossenheit zu untermauern, dass ich nicht zu dieser Gemeinschaft von Bekloppen gehörte, hielt mich davon ab. Die einzige Möglichkeit zu beweisen, dass mein Verstand diese beiden Verbrechen befohlen hatte, war, bei jeder Gelegenheit als der normale Mensch zu handeln, der ich war. In diesem Augenblick hätte ich gern 20 Jahre Gefängnis gegen die Anerkennung meiner Zurechnungsfähigkeit eingetauscht. Der Wärter, der mich hierher gebracht hatte, stellte mich einem Aufseher vor, der sich die Zeit nahm, mir meine Arbeit zu erklären. Die kleinen Jobs, die ich in meiner Jugend gemacht hatte, fielen mir wieder ein. Die Leute, die mich beschäftigt hatten, waren stets überrascht gewesen, mit welcher Geschwindigkeit ich die Aufgaben erledigt hatte. Ich hatte einem Hufschmied auf einer Ranch geholfen. Ich war mit der Markierung des Viehs beauftragt worden und ich hatte Zeitungen in einer Fußgängerzone in Helena mitten im Winter verkauft. Es war dermaßen kalt gewesen, dass man hatte hören können, wie die Felsen der Berge sich mit einem unheilvollen Knacken spalteten. Um mich abzuhärten, hatte meine Mutter mir verboten, Handschuhe zu tragen. Sie sagte, die Erziehung meines Vaters würde ein Mädchen aus mir machen. So war sie, wenn sie nüchtern war. Wenn sie jedoch getrunken hatte, schnauzte sie ihn an und warf ihm geradewegs vor, er würde einen dicken, 100 Kilo schweren Homo aus mir machen und ich begriff absolut nicht, was mein Gewicht mit meiner sexuellen Orientierung zu tun haben sollte. Meine Abneigung gegen Monterna entwickelte sich sicherlich damals, als meine Mutter die Schmerzen, die die Temperaturen mir verursachten, noch verschlimmerte. Wenn es kalt war, tat sie alles, das sich mehr als ein gewöhnlicher Pilger vor. Sie schickte mich im Hemd mit einer ungefütterten Leinenjacke in die Schule, ohne Handschuhe und Mütze, sodass das Warten auf der Schulbus zu einem echten Martyrium wurde. Wenn er jemand deswegen Vorwürfe machte, erwiderte sie, ich sei im Unterschied zu den zu warm angezogenen Jungs nie krank und wenn es unerträglich heiß wurde, nutzte sie das aus, um mich mit anstrengenden Aufgaben zu schikanieren. Anfangs war ich dem Falten der Laken zugeteilt worden. Wir waren zehn und arbeiteten zu zweit. Man hatte mich mit einem alten Mann mit traurigen Augen zusammengespannt, der die ganze Zeit lächelte. Ich nahm die Dinge in die Hand, als mir klar wurde, dass er dreimal so lange brauchte wie nötig, um unseren Teil der Arbeit zu erledigen. Ich machte ihm ein bisschen Dampf. Er hatte wohl aufmucken wollen, doch meine Größe und seine Medikamente hielten ihn davon Absicht zu wehren. In den folgenden Tagen benahm er sich mir gegenüber wie ein herrenloser Hund, der sich einem neuen Herrchen anschließt. Ich war recht stolz auf meinen Einfluss. Ihm verdanke ich, dass ich beschlossen habe, niemals die Tabletten zu nehmen, die man mir abends zuteilte, bevor der Strom abgeschaltet wurde. Ich war ganz offen zu Leitner und sagte ihm, dass ich nicht all diesen Gespenstern ähneln wolle, die in der Klinik herumgeisterten. Er beruhigte mich, der Wirkstoff, der mir verabreicht werde, habe nur das Ziel, mich zu entspannen und mir Angstanfälle zu ersparen, die das Schuldgefühl über das, was ich getan hätte, auslösen könnte. Ich habe mich oft schuldig gefühlt, aber ich wusste nie, warum. Er wollte über die Medikamente keine Grundsatzdebatte führen und überließ es mir, sie zu nehmen oder nicht zu nehmen. Doch die Frage des Schuldgefühls schien ihm keine Ruhe zu lassen. Bist du niemals traurig? Wegen deines Großvaters? Ich habe es versucht, aber ich finde keinen Grund dafür. Warum fragen sie mich das? Meine Arbeit besteht darin, Fragen zu stellen. Eine Menge Fragen. Um ehrlich zu sein, ich habe meinen Großvater nicht sehr gut gekannt. Er hat mir eine Winchester 22 zum Geburtstag geschenkt, aber weniger, um mir eine Freude zu machen, als um mich für die Ausrottung der Schädlinge zu benutzen, denn die Maulwürfe und die Kaninchen waren die Obsession meiner Großmutter. Hätte ich das Gefühl gehabt, mein Vater hätte seine Eltern wirklich geliebt, hätte ich vielleicht gezögert, auf sie zu schießen. Ich bin sicher, dass er schockiert war, aber jetzt ist es ihm egal. Ich mache ihm Angst. Ich weiß es. Er ist mir nicht böse, das ist sicher. Er hat ebenfalls getötet. Er weiß, wie sich das anfühlt und er weiß, dass man manchmal nicht anders kann, außer man stirbt selbst. Und warum hätte ich mein Leben gegen das der Alten eintauschen sollen? Und du, L, hast du das Gefühl, in dem einen oder anderen Augenblick den Verstand verloren zu haben? Schicken Sie mich ins Gefängnis zurück, wenn Sie wollen, aber ich habe niemals den Kopf verloren. Ich muss Ihnen etwas sagen, Dr. Leitner. Es lässt mir keine Ruhe, dass man mich nicht ins Gefängnis gesteckt hat. Man hat sich damit begnügt, mich mit einer Handbewegung wegzuschieben, indem man mich als armes Kind und unzurechnungsfähig bezeichnet hat. Und es geht so weiter, verstehen Sie? Meine Mutter blickte mich an wie ein Pferd, sein Pferdeapfel. Meine Schwestern sahen in mir ein Hindernis zwischen ihnen und dem Kühlschrank. Und für meinen Großvater war ich der Typ, der im Ärger mit seiner Frau einbrachte. Wenn man das alles erlebt hat, hat man Grund genug, sich schuldig zu fühlen, sich zu sagen, dass man ein Monster sein muss, um eine so einmütige Behandlung zu verdienen. Selbst wenn mein Vater versuchte, auf mich zuzugehen, wenn meine Mutter es ihm erlaubte. Sie sehen, ich kenne mich aus mit Schuldgefühlen. Wenn ich also sage, ich habe keinen Grund, mich für meine Tat schuldig zu fühlen, dann möchte ich auch, dass es anerkannt wird. Es ist nicht die Rede davon, dich ins Gefängnis zu schicken. Mein Ziel ist es, dir zu erlauben, früher oder später in die Gesellschaft zurückzukehren, sobald wir denken, dass du keine Gefahr mehr für sie darstellst. Solange du überzeugt bist, dass du im Recht warst, als du deine Großmutter getötet und deinen Großvater von seinem Leben erlöst hast, wirst du für alle ein pathologischer Fall sein. Wir kennen uns noch nicht lange, L. Du hast etwas an dir, das dich anziehen macht. Vergiss nicht, dass die Gesellschaft dich wieder achten wird, sobald du dich schuldig fühlst für das, was du getan hast. Ohne Schuldgefühle gibt es keine Zivilisation, L. Da werden wir wieder zu Tieren. Du unterscheidest nicht zwischen Gut und Böse, gewiss, weil nie jemand wirklich gut zu dir war und niemand dir das beigebracht hat. Dadurch ist die Grenze zwischen beidem durchlässig. Ich werde versuchen, sie zu rekonstruieren und du wirst mir dabei helfen. Jetzt sag mir, du behauptest, das, was deine Tat ausgelöst hat, sei die Stimme deiner Großmutter gewesen, als du die Grenze des Gartens überschritten hast. Warum? Hat dich das an etwas erinnert? Oder nein, machen wir es anders. Du hast mir gesagt, du hättest in deiner Kindheit manchmal ein sehr starkes Schuldgefühl empfunden. Was war der Auslöser dafür? Ich erinnerte mich an diffuse heftige Ängste, die mich oben auf der Treppe überfielen, die vom Keller ins Erdgeschoss des Hauses führte, dorthin, wo die anderen leben durften. Sobald ich in die Helligkeit und den Raum trat, hatte ich das Gefühl, nicht mehr an meinem Platz zu sein. Das Zimmer, in das ich seit meiner Geburt einquartiert worden war, war gar nicht so klein, auch wenn die Augen eines Kindes die Ausmaße etwas großzügiger auslegen. Es war sogar zu groß für ein Kind. Es nahm ein gutes Drittel des Kellers ein. Ich weiß nicht, ob man überhaupt von Zimmer sprechen kann, denn es war nicht abgetrennt vom Heizungskessel. Ein großer Ölheizungskessel, der pausenlos in Betrieb war, denn wenn er das Haus nicht mehr heizte, erhitzte er weiter in das Wasser. Jede Stunde sprang er für eine gute Viertelstunde an. Ich konnte sehen, wie er Höllenfeuer aus seinem offenen inneren Spieh. Als man uns im Religionsunterricht erzählte, dass Gott am Ende unseres Lebens darüber entscheiden würde, uns ins Paradies oder in die Hölle zu schicken, dachte ich, für mich sei das bereits entschieden. Ich hatte mich dem Priester anvertraut, der über die kleine katholische Gemeinde von Helen erwachte. Eines Tages besuchte er meine Mutter, als sie es nicht erwartete. Der Priester ließ sich weder von der Größe meiner Mutter noch von ihrer tiefen, vom Alkohol und vom Tabak angegriffenen Stimme einschüchtern. Meine Mutter dachte, er sei gekommen, um sich über mein Benehmen im Religionsunterricht zu beklagen, weswegen sie nicht zu Wort kommen ließ, bevor sie ihm gesagt hatte, ich sei ein Kind, das das Böse in sich trage. Der Priester erwiderte ihr, das bezweifle er. und kam dann auf den Grund seines Besuchs zu sprechen. Sie blickte ihn lange schweigend an. Dann erklärte sie ihm, dass die Nähe dieses Heizkessels mich daran erinnern solle, wo ich enden würde, wenn ich mich nicht bessere. Dann stand sie auf, um ihn zu verabschieden, ohne ihm eine Tasse Kaffee angeboten zu haben. Nachdem er gegangen war, versteckte ich mich, um nicht von ihrem Zorn getroffen zu werden. Doch als es Zeit für das Abendessen war, hatte sie meinem Vater ganz andere Vorwürfe zu machen, die jene verdrängten, die sie für mich bereithielt. Am nächsten Tag bestrafte ich sie. Meine Mutter liebte Katzen. Sie waren das Einzige, was ich sie jemals habe lieben sehen. Sie war stolz auf sie, weil sie Schönheitswettbewerber gewann. Sie hatte eine schwarze Langhaarkatze, eine sehr beliebte Rasse, die sie hatte schwängern lassen. Sie hatte ein Kätzchen behalten und die anderen verkauft. Als ich am Tag nach dem Besuch des Priesters von der Schule nach Hause kam, packte ich, allein zu Hause, das Kätzchen. Es krallte sich mit seinen kleinen Krallen in meine Hände, als ahnte es, was es erwartete. Ich schwankte zwischen dem Mitleid, das seine Unschuld in mir weckte und einem unbändigen Bedürfnis meine Mutter zu bestrafen. Und dann landete das Kätzchen plötzlich im Inneren des Heizkessels. Ich kostete den Augenblick aus, als meine Mutter vor mir saß, mich unbarmherzig anstarrte und mich fragte, wo das Kätzchen sei. Ich genoss das Schweigen, das ich ihr entgegensetzte, ohne den Blick abzuwenden. Sie hätte mich am liebsten geschlagen, um mich zum Reden zu bringen, doch sie verzichtete darauf und goss sich einen Scotch ein. Das war das letzte Mal, dass ich eines ihrer Wettbewerbs-Kätzchen bei lebendigem Leib einäscherte. Sechs Monate später enthauptete ich eines, begrub seinen Körper und bewahrte den Kopf in meinem Zimmer in einer Dose für Fahrradfliegsack auf. Meine Mutter durchsuchte regelmäßig mein Zimmer. Sie stellte es gründlich auf den Kopf wie die Wärter im Gefängnis. Man weiß nicht recht, was sie suchen, doch sie wissen es bestimmt. Sie stieß auf die Dose, in der der Kopf des Kätzchens verweste, und fing an zu schreien. Anfangs war es Wut, dann Verzweiflung darüber, einen Henker gezeugt zu haben. Doch wie so oft, je lauter ihr Zorn wurde, umso mehr entfernte er sich von mir. Sie brüllte niemals fünf Zentimeter vor meinem Gesicht. Merkwürdigerweise brachte dieser Vorfall mich meiner jüngeren Schwester näher. Die Geschichte der Enthauptung ließ Leitner zusammenzucken, obwohl er sie eigentlich schon gekannt haben musste. Sie war in einem Polizeiprotokoll enthalten, das festhielt, was meine Mutter zum Zeitpunkt meiner Verhaftung ausgesagt hatte. Sie hatte erklärt, meine Tat habe sie nicht überrascht, weil ich fähig sei, eine Katze zu enthaupten. Er stand auf und ging in seinem Büro auf und ab. Als er sich widersetzte, strahlte sein Gesicht vor Zufriedenheit. Er sprach wie zu sich selbst, Sie lässt dich den Kopf verlieren. Sie lässt dich den Kopf verlieren und du schneidest dem Wesen, das für sie am meisten zählt, den Kopf ab. Du lässt sie den Kopf verlieren. Ihr seid quitt. Zuerst wirfst du das Kätzchen in den Heizkessel. Das ist eine Reaktion ersten Grades auf den Heizkessel, dessen Nachbarschaft sie dir aufzwingt. Aber das genügt nicht. Du enthauptest ihre Katze und hebst den Kopf in einer Dose in deinem Zimmer auf, obwohl du genau weißt, dass sie sie früher oder später finden wird. Kannst du mir folgen? Ich konnte ihm folgen. Das ist symbolisch. Du tötest ihre Katze, indem du sie enthauptest, weil du dir nicht erlaubst, es mit deiner Mutter zu tun. Hast du daran gedacht, deine Mutter zu enthaupten? Nein, nie. Trotzdem hat sie dich den Kopf verlieren lassen. Er dachte eine ganze Weile nach. Bis dahin hast du alles unter Kontrolle. Kritisch wert ist, als du zu deinen Großeltern kommst. Du kennst deine Großmutter kaum. Wie oft hast du sie vorher gesehen? Zweimal. Aber sie ist dir fremd? Empfindest du Zuneigung zu ihr? Ich glaube nicht, dass ich jemals Zuneigung zu irgendjemandem empfunden habe. Nicht einmal zu deinem Vater? Doch, sicher. Deine Großmutter erinnert dich an deine Mutter. Sie ist eine Seelenmörderin wie sie. Für dich ist deine Großmutter das Modell, das dein Vater in deiner Mutter geheiratet hat. Unbewusst machst du sie verantwortlich für die Verbindung zwischen deinen Eltern. Kannst du mir folgen? Ich konnte ihm folgen und in aller Bescheidenheit ich erfuhr nicht viel Neues. Du machst deine Mutter für deine Geburt verantwortlich. Sie ist die wahre Verantwortliche. Was du dir von deiner Mutter gefallen lässt, weil sie deine Mutter ist, kannst du von deiner Großmutter nicht hinnehmen. Das ist der Keim des Gedankens sie zu töten. Was dich davon abgehalten hat deine Mutter zu töten, hält dich nicht davon ab deine Großmutter zu töten. Die Türen öffnen sich weit vor dir. Du wartest nur noch auf ein Signal. Dieses Signal kommt, als du die Stimme hörst, während anderen Orts, der dir als Aufenthaltsort zugewiesen wurde, der Keller des Hauses. Es steht also zweifelsfrei fest, dass du handeln musst. Entweder sie oder du, entweder ihr Leben oder dein Wahnsinn. Indem du sie tötest, entgehst du dem Wahnsinn. Also bist du nicht wahnsinnig, du bist insofern nicht zurechnungsfähig, als ein wahnsinniger Impuls dich zu deiner Tat getrieben hat. Er dachte einen Augenblick nach, als beunruhigt ihn etwas. Dann sagte er, ich bin sicher, dass du daran gedacht hast, dir das Leben zu nehmen, bevor du nach Los Angeles gegangen bist. Ja, zweimal. Wie oft hast du daran gedacht, deine Mutter zu töten? Auch zweimal. Hast du daran gedacht, Selbstmord zu begehen, gleich nachdem du geplant hattest, deine Mutter zu töten? Ja, gleich danach. Daraufhin brach er die Sitzung abrupt ab, als wäre das alles zu schnell gegangen. Die Schachpartie war noch nicht einmal angefangen worden. Die folgenden Sitzungen fanden statt, als wäre das Wesentliche gesagt worden, doch wir fuhren fort, den Faden der Geschichte abzuspulen. Meine Beziehung zu meiner jüngeren Schwester interessierte ihn. Sie war meine Partnerin bei sehr speziellen Spielen. Ein alter Friseurstuhl, der im Haus herumstand, keine Ahnung warum, diente uns als elektrischer Stuhl. Nacheinander fesselten wir die Unterarme mit Kupferdraht an den Stuhl. Mithilfe eines stufenlosen Transformators, den wir unter dem Material meines Vaters gefunden hatten, ließen wir den Strom fließen und steigerten schrittweise die Stärke. Auf Maximum gestellt leitete er einen Saft in den Stuhl, der einen Stier umgehauen hätte. Auf diese Weise testeten wir unsere Schmerz Empfindlichkeit. Der stufenlose Transformator hatte eine Skala von eins bis sechs. Immer wenn einer von uns in den Augen meiner Mutter etwas angestellt hatte, wurde er unserer häuslichen Justiz unterstellt. Die Entdeckung des mumifizierten Kopfs des Wettbewerbs Kätzchens brachte mir einen Stromstoß der Stufe sechs ein. Wir wussten, dass diese Stromstärke tödlich sein konnte. Die Versuchung war stärker als die Vernunft. Ich setzte mich auf den Stuhl und meine Schwester waren sorgfältig meine Handgelenke fest. Sie hielt den Transformator in ihren Händen und ich spürte, dass sie es außerordentlich genoss. Sie schickte den Stromstoß ohne Vorwarnung und ich wurde ohnmächtig. Sie bekam es mit der Angst zu tun und ging sofort nach oben zu meiner Mutter. Sie kam in aller Seelenruhe herunter und als sie sah, dass ich wieder zu mir gekommen war, stellte sie mir eine Strafe in Aussicht. Ich hatte gerade auf dem elektrischen Stuhl gesessen. Was hatte ich also groß zu befürchten? Doch sie hat es nie wieder erwähnt, als wäre die Tatsache, dass man sein Leben in morbiden Spielen riskiert, nicht weiter der Rede wert. Von Sitzung zu Sitzung schien Leitner zuversichtlicher zu werden, was meinen Fall betraf. Eine kleine Kommission trat zusammen, um darüber zu entscheiden, ob es zu verantworten sei, mich wieder am Schulunterricht teilnehmen zu lassen. Ich nahm an der Sitzung teil, um die Fragen der Mitglieder zu beantworten. Bestärkt durch Leitners überzeugenden Bericht stellten sie mir keine. Die Frage, die sie beschäftigte, war, ob ich mich meinen Kameraden gegenüber gewalttätig zeigen könnte. Es war eine verdammt große Verantwortung, die sie da übernahmen. Leitner äußerte sich unmissverständlich. Al Kenner hat aus einem unwiderstehlichen innerfamiliären Impuls herausgetötet. Nichts prädestiniert ihn dazu, dass er außerhalb dieses Kontextes tötet. Er hat weder den Wunsch noch die Neigung. Die anderen Sachverständigen kamen auf das erste Urteil zurück, das über mich gefällt worden war, diese berühmte paranoide Schizophrenie. Ich denke nicht, dass man von einem Fall Al Kenner sprechen und ihm das Etikett dieser oder jener Pathologie aufkleben kann. Ich glaube, er hat getötet, um sich gegen die Psychose zu schützen, als Reaktion auf ein absolut zerstörerisches familiäres Milieu. Aber er ist nicht verrückt und er ist überdurchschnittlich intelligent. Er wird hier bleiben, um zu lernen, die Seinen nicht mehr zu töten. Ich sehe wirklich nichts, was ihn veranlassen könnte, auf eine Person außerhalb seines familiären Umfelds loszugehen. Ich beschäftige mich seit Monaten mit seinem Fall und es gibt nichts, was erlauben würde, ihn als echten Schizophrenen im Sinne einer Wahnbildung zu bezeichnen. Ich habe einen Jungen erlebt, der in der Realität verankert ist und voll und ganz über die Fähigkeit verfügt, seine Handlungen zu analysieren. Es gibt zwei Arten im Leben vorsichtig zu sein, die Dinge vorsichtig anzupacken oder überhaupt nichts zu tun und es war offensichtlich, dass die Sachverständigen letzterer Lösung zuneigten. Doch Leitner insistierte auf dem Ziel der Wiedereingliederung in die Gesellschaft, die für meine Einweisung maßgeblich gewesen sei. Keiner hat seit fast acht Monaten keine Schule mehr besucht. Wir können uns nicht erlauben, ihn noch länger vom Unterricht fernzuhalten. Das Schlimmste, was diesem überlegenen Geist passieren könnte, wäre, durch ein zu niedriges Bildungsniveau sozial benachteiligt zu sein. Vergessen Sie nicht, dass er erst 16 ist. Diese Klinik war bis jetzt insofern vorteilhaft für ihn, als er sich seiner Selbst und seiner psychischen Störungen bewusst geworden ist. Wir treten jetzt in eine Phase, in der diese Internierung sich, wenn sie nicht von einem Schulbesuch begleitet wird, negativ auswirken wird. Ich will ganz offen zu Ihnen sein. Ginge es nur nach mir, würde ich ihn in sechs bis zehn Monaten entlassen, mit dem strikten Verbot, wen auch immer aus seiner Familie und ganz besonders seine Mutter wiederzusehen. Was immer auch passieren mag, in diesem Punkt bin ich ganz strikt. Er darf seine Mutter niemals wiedersehen. Aber das ist doch im Augenblick nicht das Problem, Leitner, entgegnete ein Mitglied der Kommission. Könnten Sie uns ein Papier unterschreiben, in dem Sie ausdrücklich bestätigen, dass dieser junge Mann nicht mehr gefährlich ist? fragte einer der Sachverständigen. Leitner war eindeutig, die Kommission Schritt zur Abstimmung. Drei Wochen später, nachdem der Papierkram auf dem richtigen Stapel gelandet war, kehrte ich in die Schule zurück. Ein Pfleger brachte mich jeden Morgen hin und holte mich abends wieder ab. Der Pfleger war während der Fahrten nicht sehr gesprächig. Trotz seiner Muskelpakete, die die Knöpfe seines Hemds fast zum Platzen brachten, quälte ihn vermutlich die Frage, ob er, falls nötig, mit mir fertig werden würde. Die Fahrt dauerte gut 20 Minuten, in denen mir nie der Gedanke kam, in die freie Welt auszubrechen. Leitner hatte mir Schlüssel gegeben, aber nicht genügend, um zu diesem Zeitpunkt in die Gesellschaft zurückzukehren. Trotz seiner Behauptungen fühlte ich mich imstande, jemanden zu töten, der sich mir entgegenstellen würde. Mit Leitner wollte ich darüber nicht sprechen, aus Furcht seinen schönen Optimismus anzukratzen, und außerdem wusste er vermutlich besser als ich, ob ich imstande war, zur Tat überzugehen oder nicht. Diesen Ausdruck benutzte er oft, die letzte Schranke zwischen den normalen Menschen und Typen wie mir. Er behauptete, Mordgedanken gäbe es schon seit unserer frühesten Kindheit in uns, symbolisch zuerst, dann als Fantasie. Er lehlt sich stundenlang mit mir über das Verhältnis zwischen Phantasma und Wahnwelt, zwischen Phantasma und Übergang zur Tat. Lange Zeit ließ er mich mehr Fragen stellen, als er mir stellte. Der Rahmen unserer Gespräche war immer derselbe. Sein Büro und der kleine Tisch, auf dem das Schachspiel aufgebaut war. Ich hatte ihm niemals erlaubt, mich zu schlagen. Und je mehr Zeit verging, desto häufiger waren die Partien rasch beendet. Es kam vor, dass wir drei oder vier Partien während einer Therapiesitzung spielten. Leitner vergaß niemals etwas. Wir hatten beide die gleiche Art von Hypermnesie, wodurch ich mich an die Farbe und Form der Knöpfe der Bluse meiner Mutter in jeder Phase der Erzählung meiner Szenen mit ihr erinnern konnte. Wichtige Dinge, die wir für immer verschüttet glaubten, gub er plötzlich wieder aus. So etwa das, was ich die schlechten Gedanken genannt hatte, die eine Weile meine Konzentration erschwert, ja sogar unmöglich gemacht hatten. Diese schlechten Gedanken waren nach wie vor da, aber zurückhaltender, seit wir darüber gesprochen hatten, ohne dass er es wusste. Ich begriff es etwas dadurch, dass man es benannte, teilweise entschärft werden konnte. Wenn das Verbot aufgehoben wurde, darüber zu sprechen, verflogen die Essenzen nach und nach wie bei einem Parfüm, das man offen stehen lässt. Ich fühlte mich manchmal sehr unbehaglich und es fiel mir schwer, offen darüber zu sprechen. Ich sage unbehaglich, denn ich hatte das Gefühl, als würde ich mich an Halloween mitten auf der Straße nackt ausziehen. Angesichts dieses merkwürdigen Schamgefühls, das mich überfiel, bohrte Leitner nicht weiter nach. Aber ich erinnerte mich, dass er vor der Kommission den Wahn als Kriterium für die Schizophrenie erwähnt hatte. Aus guten Gründen wollte ich, dass er die Symptome dieser Geisteskrankheit für mich ausschloss. Ich habe von Schizophrenie gesprochen, weil Sie mit dieser Klassifizierung etwas anfangen mit einem Etikett zu versehen, um es zu verstehen. Der menschliche Geist mit all seinen Störungen hat nichts gemein mit einem Apothekenschrank, in dem jede Pflanze, jedes Medikament ordentlich eingeräumt ist. Aber was quält dich eigentlich so? Man muss schon von Obsession sprechen. Dieser Gedanke hatte sich in meinem Geist eingenistet und tyrannisierte ihn, indem er mich verrückt machte. Doch tief in meinem Innern wusste ich, dass ich ohne ihn wirklich verrückt würde, weil es anders nicht möglich war, Lust zu empfinden. Ich gestand alles in einem Aufwasch. Ich erzählte ihm von der Unabhängigkeitsfeier in meinem zwölften Lebensjahr. Ein riesiger Jahrmarkt war auf einem Gelände der Stadt aufgebaut worden. Meine Mutter hatte meinem Vater schließlich nachgegeben, der darauf bestanden hatte, einen Familienausflug zu machen. Wir parkten ziemlich weit entfernt und meine Mutter hörte nicht auf zu schimpfen, weil sie es hasste, zu Fuß zu gehen. Mein Vater und ich vergingen hinter meiner Mutter, die von ihren beiden Töchtern umrahmt wurde. Mein Vater schlug vor, uns aufzuteilen und wir verabredeten uns eine Stunde später vor einem großen Galgen, der mehr einer Guillotine ernelte und machten uns aus dem Staub. Dann hielten wir uns eine ganze Weile am Schießstand auf. Mein Vater schaffte es, kein einziges Mal daneben zu schießen vor einer Gruppe von Jägern, die verblüfft waren, dass man so präzise schießen kann. Schließlich verlor er die Lust und an seinem Gesichtsausdruck konnte man erkennen, dass er teuer bezahlt hatte für die Befriedigung, öffentlich eine so gute Figur zu machen. Ein Gewitter braute sich über unseren Köpfen zusammen und mein Vater meinte, es würde Zeit, sich zum Treffpunkt zu begeben. Die drei Frauen warteten schon auf uns, ein paar Meter vom Galgen entfernt und wussten nicht, wo sie hinschauen sollten. Ich wollte den Galgen in Aktion sehen. Ich sagte es meinem Vater, der sich mit meiner Bitte an meine Mutter wandte, die dagegen war. Doch meinem Vater war das egal. Hinter dem Galgen waren die Berge näher gerückt. Ein Zeichen, dass es jeden Augenblick regnen würde. Es dauerte schätzungsweise noch eine gute Viertelstunde, bevor die Menge durch den Schauer auseinander getrieben würde, und als ich den Himmel kritisch beäugte, präsentierte der Schausteller, dem der Galgen gehörte, ein wunderschönes junges Mädchen. Etwas so Schönes hatte ich noch nie gesehen. Sie war blond und ihr Haar fiel in Wellen bis zu ihren knospenden Brüsten Von meinem Platz aus konnte ich ihre Augen nicht erkennen, doch ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie eine andere Farbe als ein flammendes Blau haben könnten. Ich bemerkte, dass die Großtuerei einer Menge anderer Burschen um mich herum sich abrupt in stumme Bewunderung verwandelt hatte. So sprachlos hatte diese Anmut sie gemacht, die sich jeder ordinären Anmacher widersetzt hätte. Sie kniete nieder, um ihren Kopf der Guillotine darzubieten. Doch ich konnte sie schon nicht mehr sehen, da mir die Sicht durch das Gedränge versperrt wurde. Ein Blitz durchzuckte den Himmel, als der Schausteller den Mechanismus in Gang setzte, der das Fallbeil herabsausen ließ. Es glänzte, während es fiel, schwer zu glauben, dass das junge Mädchen nicht geköpft wurde, und sei es auch nur vorgetäuscht. Dieser Anblick löste bei mir einen Orgasmus aus und eine unkontrollierter Ekstase bemächtigte sich meiner Sinne, wie ich sie in meinem kurzen Leben nie zuvor empfunden hatte. Im selben Augenblick begannen dicke Tropfen auf die Zuschauer niederzuprasseln. Es klang wie Applaus. Die Menge machte sich unaufgeregt auf den Weg zum Parkplatz. Ich suchte mit dem Blick verzweifelt das Mädchen. Doch es war verschwunden. Am Abend begehrte mein Vater zum ersten Mal gegen meine Verbannung in den Keller auf. Da meine Mutter nichts hören wollte, drohte er die Polizei zu rufen, um die schlechte Behandlung, der ich ausgesetzt sei, feststellen zu lassen. Meine Mutter gab schließlich nach. Sie ließ meinen Vater die Nacht auf dem Sofa im Wohnzimmer verbringen, um ihn zu bestrafen, und ich konnte im Gästezimmer schlafen. Am frühen Morgen verließ mein Vater uns zum ersten Mal. Zwei Tage später kam er zurück und sprach ganz offen von Scheidung. Aber noch fehlte ihm der Mut dazu, und ich will glauben, dass er zunächst blieb, weil er mich nicht allein unter der Fuchtel meiner Mutter lassen wollte. Hätte er mich nicht auf diese Weise geschützt, hätte ich vielleicht nicht seine Eltern getötet, um ihm meine Leitner saß lange da, den Kopf zwischen den Händen, und ich spürte, dass meine Erzählung ihn etwas irritiert hatte. Er fragte mich, ob ich danach einen deutlichen Drang verspürt hätte, zur Tat überzugehen. Wir hatten mittlerweile ein so gutes Verhältnis, dass ich ihn nicht belügen wollte. Ich gestand ihm, dass ich zwei Monate später geplant hätte, einen meiner Lehrer zu töten, eine Frau, die erst kürzlich an die Schule gekommen war und sich, warum weiß ich nicht, ganz besonders um mich kümmerte. Ich fand sie ungewöhnlich elegant. Eines Abends packte ich zusammen, was ich brauchte, und näherte mich ihrem Haus, das sich isoliert in einer Wohnanlage befand, in der es keine Zäune gab. Ihr Hund, der auf der Außentreppe schlief, empfing mich schwanzwedelnd. Ich beobachtete sie durch die vorhanglosen Fenster des Erdgeschosses. Sie war beim Kochen. Moderne, sehr fröhliche Musik drang durch die Fenster. Immer wenn sie an einem Spiegel vorbeikam, der an einer der Wände hing, prüfte sie ihre Frisur und steckte sie ein wenig hoch. Sie trug eine enge Jeans, doch ihre Formen beeindruckten mich nicht so sehr wie ihre klaren Augen. In der Ferne sah ich die Scheinwerfer eines Autos näher kommen. Es hielt vor dem Haus. Ein gut aussehender Typ stieg aus und ging zur Außentreppe. Ich versteckte mich hinter einer Baumgruppe. Sie öffnete ihm, wobei sie von einem Bein auf das andere trat. Ein Zeichen von Schüchternheit. Der Mann wirkte selbstsicherer. Die Tür schloss sich hinter ihn und ich kehrte nach Hause zurück. Ob ich glaube, dass ich fähig gewesen wäre, meinen Plan in die Tat umzusetzen? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Wäre sie allein geblieben, hätte ich mich damit begnügt, mich an der Idee zu erfreuen und heimlich, still und leise nach Hause zurück zu kehren. Leitner, der häufig laut nachdachte, suchte eine neue Bedeutung für mein Phantasma. Dass den Kopf verlieren lassen, reichte ihm nicht mehr. Er suchte eine Dimension, die mit Kastration und Autorität zu tun hatte. Die direkteste Frage, die er mir stellte, lautete, ob ich fähig sei, allein auch auf andere Weise als durch eine Enthauptungsfantasie Lust zu empfinden. Ich musste es verneinen. Leitner machte sich immer größere Sorgen um mich und ich wurde immer erleichterter. Es gab keinen noch so verborgenen Winkel meines Geistes, den ich ihm nicht offenbart hatte. Ich hatte das Spiel bis zum Ende mit gespielt. Ich danke dir, L. Während er das sagte, legte er eine Hand auf meinen Unterarm. Dann stand er auf, stopfte sich eine Pfeife, zündete sie an und lief im Büro hin und her. Perverse Schutzmechanismen gegen die Psychose. Wir haben noch ein gutes Stück Arbeit vor uns, aber ich denke, dass du nicht grundsätzlich gefährlich für die anderen bist und sicher nicht für deine Klassenkameraden, die nur männlich sind. Hast du jemals das Verlangen verspürt, einen Mann zu enthaupten, L.? Mein Gott, nein, ich glaube, ich müsste mich übergeben. Er lachte, und ich auch. Und dann wurde ich wieder ein wenig traurig bei dem Gedanken, dass er von nun an alles tun würde, um mir meine schlechten Gedanken zu nehmen. Was würde mir also bleiben? Ich betrachtete Leitner, der ins Nachdenken versunken war und spürte, wie sehr ich von ihm abhängig war. Ich war wie ein großes Haus, in dem nur noch ein Möbelstück steht, und er bot mir an, es nach draußen zu schaffen, um es zu verbrennen. Ich war durchaus bereit, das Spiel mitzuspielen, vorausgesetzt, er würde sich verpflichten, mir die Mittel zu geben, es wieder zu möblieren. Wäre er dazu imstande? Zum ersten Mal zweifelte ich an ihm, nicht an seinen Fähigkeiten Tabula Rasa zu machen, aber daran, etwas wieder aufzubauen, dass mich all die Jahre, die mich vom Tod trennten, am Leben halten würde. Damals bekam ich einen Brief von meiner Mutter, der ein wenig dem ähnelte, den Raskolnikov zu Beginn von Schuld und Sühne liest. Die Parallele verblüffte mich, denn in ihrem Brief teilte meine Mutter mir auch die Hochzeit meiner Schwester mit. Es handelte sich um die Ältere, ich konnte es nicht fassen. An keiner Stelle erkundigte sich meine Mutter, wie es mir geht? Oder machte sich Sorgen wegen meiner Gesundheit? Es war diese Art von Informationsbrief, den man schreibt, wenn man nichts anderes zu tun hat. Sie nutzte die Gelegenheit, um über meinen Vater herzuziehen, der spurlos verschwunden war. Sie verstand, dass er vor seinem Sohn, der nichts als ein kranker Krimineller war, desertiert war, aber seine Töchter im Stich lassen, wie konnte er sowas nur tun? Über ihre eigene Heirat mit einem prominenten Klempner ließ sie sich nicht weiter aus. Sie schrieb auch, wenn ihr Schwieger so nach Kalifornien versetzt werde, werde sie die beiden dorthin begleiten. Zum Schluss teilte sie mir mit, dass sie mit der Verwaltung der Klinik telefoniert habe und dass sie ihr, nachdem sie sich bei den Therapeuten erkundigt hätten, erklärt hätten, ich müsse vielleicht noch drei oder vier Jahre dableiben, was ihr zufolge nicht lang genug sei, um wieder ein normaler Junge zu werden. Nebenbei erlaubte sie sich zu wiederholen, dass sie zwar überrascht gewesen sei, dass ihr Sohn ein Krimineller geworden sei, dass sie aber, je mehr sie in ihren Erinnerungen krame, immer stärker eine Logik in meiner geistigen Zerrüttung erkennen könne. Was für eine Logik! Sie machte sich nicht Vermutlich ließ ihr die Enthauptung ihres Wettbewerbs Kätzchens noch immer keine Ruhe. Irgendwie widerstrebt es ihr, zum Ende zu kommen, denn sie hatte ein Postskriptum angefügt, in dem sie mich fragte, ob ich bereuen würde, nicht, was ich getan hätte, sondern, dass ich Schmach und Schande über unsere Familie gebracht hätte, eine ehrbare und geachtete Familie und wie ich den Schaden, den ich unserem Ruf zugefügt hätte, wieder gut zu machen Gedächte. Sie sei froh, dass der Staat Kalifornien ihr nicht die Rechnung für meine Internierung präsentiert habe, was der Schande den Ruin hinzugefügt hätte. Sie unterschrieb mit großen, deutlich lesbaren Buchstaben. Cornell Patterson. Patterson musste der Name ihres neuen Ehemanns sein. Stafford war der einzige Typ, mit dem ich mich in all diesen Monaten anfreundete. Den ersten Schritt hatte er gemacht. Vermutlich hatte er geahnt, dass wir das gleiche intellektuelle Niveau hatten, auch wenn ich weder sein Alter noch seine Erziehung hatte. Er war eine Art Aristokrat. Er war Literaturprofessor an einer der größten Universitäten an der Westküste gewesen. Zum Verhängnis geworden waren ihm die Vergewaltigung von elf seiner Studentinnen und die Ermordung der Letzten. Er war jemand, der eine hohe Meinung von sich hatte. Er hatte mir erzählt, zu der Zeit, da er unterrichtet habe, seien die Studentinnen verrückt nach ihm gewesen. Sein Charisma, sein Wissen, sein Aussehen, all das habe eine große Wirkung auf die jungen Frauen ausgeübt. Anstatt sie zu verführen, vergewaltigte er sie lieber. Er erklärte mir, er habe sich gestellt, weil er niemals die Absicht gehabt habe, zu töten und weil er die gerechte Strafe für sein Vergehen gesucht habe. Die Kommission aus psychiatrischen Sachverständigen habe ihn mit knapper Mehrheit für uns so rechnungsfähig erklärt. Seit gut zehn Jahren vermuderte er jetzt schon in dieser Klinik. Da Leitner wusste, dass ich mich mit ihm angefreundet hatte, hat er mir von ihm erzählt. Er hatte mir anvertraut, dass Stafford innerhalb von zehn Jahren keine Fortschritte gemacht habe, weil er seine ganze Intelligenz mobilisiere, um die Therapie zu vereiteln. Ich hatte mittlerweile eine verantwortungsvolle Aufgabe in der Wäscherei übernommen. Ich leitete eine Gruppe von gut zwanzig Typen, alle älter als ich. Aber ich entwickelte mich nicht weiter, die Arbeit wurde allmählich zur Routine, mein Problem mit der Routine war alt bekannt. Die Wiederholung der Dinge nach einer unwandelbaren Ordnung beruhigte mich, bis sie mir so sehr zur Last wurde, dass ich nicht mehr weitermachen konnte. An diesem Punkt war ich angelangt. Stafford war gern gesehen in der Bibliothek. Ich fragte ihn, ob er mir dort einen Job verschaffen könne. Ein paar Tage, nachdem ich ihn darauf angesprochen hatte, wurde ich in die Bibliothek versetzt. Ich hatte nicht ohne Grund in die Bibliothek versetzt werden wollen. Ich wollte ernsthaft zu lesen anfangen und so viel lernen, wie mein Gehirn mir erlauben würde. In meinem Inneren liebäugelte ich damit, mich in die Psychiatrie einzuarbeiten und mir mit der Zeit so viel Wissen über dieses Gebiet anzueignen, dass ich mich selbst zu verstehen in der Lage wäre. Meine ersten Studien beschäftigten sich mit Stafford. Durch ihn und die Bücher, die ich las, wurde mir das Problem der Perversität sehr rasch vertraut und ich brauchte nicht lange, um die Rolle des Vaters hinsichtlich dieser Krankheit zu verstehen. Eines Abends, als sich die anderen Kranken unserer Abteilung ein Fußballspiel im Fernsehen anschauten, begann Stafford mir von seinem Vater zu erzählen, von seiner Gewalttätigkeit, seiner Feigheit und seiner tiefen Verachtung für seinen Sohn. Dann wechselte er abrupt das Thema und empfahl mir, Amerika von Kafka zu lesen, allerdings ohne mir zu sagen, warum. Ich habe es nie gelesen. Ich sage nicht, dass du ein Autist bist, Al, ganz im Gegenteil, aber jede Persönlichkeit weist in mehr oder weniger leichter Form klassifizierte Symptome auf. Du kapselst dich ab, weil in deinem Geist die starke Unsicherheit, die deine Mutter dir durch ihr destabilisierendes Verhalten offenbart hat, in Form von Todesangst zurückkehrt, die du bekämpfst, indem du dich auf den unmittelbar bevorstehenden Tod vorbereitest. Ich weiß zum Beispiel, dass deine Enthauptungsfantasien schwächer werden, wenn du dich in diesem leicht krankhaften Schwebezustand befindest. Wenn du dagegen in einer aktiven Phase bist, begleiten diese Fantasien deinen Wunsch zu leben. Das mag etwas widersprüchlich klingen, aber es ist so. Diese Diskrepanz muss sich unbedingt aufheben, damit du in einem psychologisch stabilen Zustand entlassen werden kannst. Diese Anfälle der Niedergeschlagenheit dürfen nicht deine Beziehung zur Gesellschaft bedrohen. Du musst zu einer gewissen Beständigkeit in deinen Wünschen zurückfinden. Weißt du, L, ich habe viel nachgedacht über deine Fantasie, über das, was du deine schlechten Gedanken nennst. Ich habe lange gezögert, aber letztlich glaube ich, dass eine Verbindung mit Kastrationsängsten denkbar ist. Ich bitte dich, mir wirklich ehrlich zu antworten, kann ich mich auf dich verlassen? Gut, also, dann sag mir, ob du im Stande bist, auf andere Weise Lust zu empfinden, als wenn du dir vorstellst, eine Frau zu enthaupten. Denn tief in deinem Inneren hast du das Gefühl, dass deine Mutter dich kastriert hat. Durch ihren Einfluss hat sie dein normales Verlangen nach einer Frau zerstört. Gegen diese Kastration schützt du dich, indem du in deinen Träumen Frauen die Köpfe abschneidest. Das ist eine Möglichkeit, ihnen heimzuzahlen, was du durchgemacht hast. Ich bin mir meiner Schlussfolgerungen noch nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass ich nah dran bin. Wir werden es hinkriegen, L. Das war unser letztes Gespräch, an einem Freitagabend. Herr Leitner hatte mir soeben gesagt, er denke, dass er noch ein oder zwei Jahre mit mir arbeiten müsse, bevor er mich in die Freiheit entlassen könne. Am Montag darauf waren wir für den frühen Nachmittag verabredet. Ich begab mich zu seinem Büro. Dort fand ich zwei hohe Tiere aus der Verwaltung vor, in schwarzem Anzug und mit Krawatte und Trauermine. Sie forderten mich auf, in mein Zimmer zurückzukehren unter dem Vorwand, meine Therapiesitzung sei bis auf weiteres abgesagt. Ich konnte nicht umhin, sie zu fragen, wo Dr. Leitner sei, aber sie gaben mir keine Antwort und an ihrem besorgten Gesichtsausdruck erkannte ich, dass etwas Ungewöhnliches passiert sein musste. Am Nachmittag hatte ich Schule und am nächsten Morgen ging ich zu meiner Therapiesitzung, wo mich ein neuer Psychiater erwartete, dem das Ausmaß seiner Aufgabe Sorgen bereitete. Er bat mich, mich zu setzen und erklärte mir, ohne mich anzusehen, er sei mein neuer Therapeut. Er war älter als Leitner. In meiner Akte vertieft sagte er, dass Leitner tot sei und erklärte, er sei beim Fliegenfischen im Norden des Staates in einer besonders gefährlichen Stromschnelle ertrunken. Diese Nachricht überraschte mich, würde ich sagen, sie hat mich erschüttert, so würde ich lügen. Ich hatte Leitner geschätzt, ja, ich hatte ihn gemocht. Er hatte mir Wohlwollen entgegengebracht wie niemand zuvor, mit Ausnahme meines Vaters vielleicht. Der neue Psychiater arbeitete nicht nach den Methoden Leitners. Er war mir dankbar, dass ich mit ihm weiterarbeitete, als wäre nichts geschehen. Andere Patienten machten ziemliches Theater, ich nicht, aber eins war klar für mich, ich hatte nicht die geringste Absicht, mich von ihm behandeln zu lassen. Ich wollte zurück, auf den Weg in die Freiheit. Man kann nicht zwei Personen in derselben Sache vertrauen. Ich begriff schnell, dass Welton das genaue Gegenteil von Leitner war. Es beruhigte ihn, die Krankheitsbilder zu benennen. Er war ein Anhänger der Klassifizierungen und überzeugt sich innerhalb einer exakten Wissenschaft zu bewegen. Mein Fall war Gegenstand mehrerer Berichte gewesen, darunter desjenigen, der mir gestattet hatte, wieder auf die Schule zu gehen. Ich begriff, dass dieser Typ sich eine eindeutige Klassifizierung meines Falls und einen Beweis für meine Genesung erhoffte. Ich erwähnte ihm gegenüber mit keinem Wort meine Fantasien und meine schlechten Gedanken. Innerhalb weniger Monate hatte ich sämtlich in der Bibliothek vorhandenen Bücher über Psychiatrie verschlungen. Welton war beeindruckt von meinen Kenntnissen. Schließlich machte er mich sogar zu seinem Assistenten für die psychologischen Tests der anderen Kranken. Es heißt immer, ein Flugzeugunglück sei das Zusammentreffen mehrerer Faktoren. In etwa das Gleiche gilt auch, wenn man eine bedingte Freilassung erreichen will. Der Platzmangel in der Klinik beförderte mich hinaus. Zahlreiche Vietnamkämpfer, die bereits entlassen worden und nach Hause zurückgekehrt waren, litten unter schweren psychischen Störungen. Täglich kamen neue zu uns in die Abteilungen, die unter Halluzinationen und Wahnvorstellungen litten. Meine schulischen Leistungen erlaubten mir, auf eine Universität zu gehen. Zwischen der Entscheidung, mich zu entlassen und dem Zeitpunkt, da ich die Klinik verließ, vergingen zwei Monate. Sie versuchten, meinen Vater ausfindig zu machen, doch er war verschwunden. Anschließend brauchten sie einige Zeit, um meine Mutter zu finden, die mit meiner Schwester und ihrem Mann nach Kalifornien gezogen war. Die Papiere der bedingten Freilassung bestimmten, dass ich nicht wieder bei meiner Mutter leben durfte, aber man konnte mich auch nicht einfach gehen lassen. Sie erklärte sich bereit, mich bei sich aufzunehmen, mich aber sofort wieder gehen zu lassen. Der Bewährungshelfer würde alle drei Monate überprüfen, dass ich nicht mit ihr unter einem Dach lebte. Als ich sie im Büro der Verwaltung wieder sah, wäre ich am liebsten zurückgewichen. Die Gefühlsarmut ihres Blicks bewirkte, dass ich mich fühlte wie ein armseliges Stück Plasma, das sie hinter sich herzog. Ohne mich zu grüßen, vertiefte sie sich in meine Entlassungspapiere. Mehrmals las sie die Klauseln, die sie verpflichteten, und ließ sich einzelne Abschnitte ganz genau erklären. Ich war wie gelähmt. Die Welt draußen verursachte mir Schwindel und meiner Mutter Übelkeit. Ich war drauf und dran, wieder auf mein Zimmer zu gehen. Doch dann unterschrieb sie die letzte Seite, und wir gingen hinaus zum Wagen, sie voraus, ich hinterher. Ich setzte mich neben sie. Als wir auf der Straße waren, brach es aus ihr heraus. »Was hast du ihnen erzählt, L? Was hast du ihnen gesagt, damit sie verlangen, dass du dich von mir fernhalten sollst, hm? Du bist nicht mehr wert als Vogelscheiße, hast du gehört?« Sie war so rot wie die Schonbezüge der Sitze. »Du bist ihnen mit der alten Leier der Kriminellen gekommen, die ihre Verantwortung auf ihre Eltern abwälzen. Du bist nicht einmal fähig, zu dem Scheiß zu stehen, den du gebaut hast. Habe ich dir etwa das Gewehr in die Hände gegeben und den Abzug gedrückt?« Dann atmete sie tief ein und schien sich zu beruhigen. »Hör mir gut zu, L. Du bist vielleicht mein Sohn, aber nichts zwingt mich, dich zu lieben, so wie nichts dich zwingt, mich zu lieben. Hör zu! Ich habe hier eine gute Stelle an der Universität, als persönliche Assistentin des Dekans. Ich will nicht, dass du weiter meinen Ruf beschmutzt. Sie haben dich entlassen, weil sie der Meinung sind, dass du geheilt bist. Jetzt wirst du dir Arbeit suchen und verschwinden. Ich behörberge dich drei Tage, hast du verstanden? Drei Tage! Und dann bist du verschwunden!« Sie fuhr in aller Ruhe wieder los und fragte übertrieben freundlich. »Was hast du jetzt vor?« Ehrlich gesagt hatte ich mir darüber noch nicht den Kopf zerbrochen. »Ich werde mich nach Vietnam verpflichten.« Sie fand die Idee interessant, vermutlich, weil sie radikal war. »Ist es mit der bedingten Freilassung vereinbar?« »Ich weiß nicht.« »Du solltest dich erkundigen, und zwar sofort.« Sie drehte um und fuhr zur Verwaltung zurück. Die Frau war vollkommen verdattert, als sie uns zurückkommen sah. Hinsichtlich der Verpflichtung wusste sie nicht so recht Bescheid. Dann steckte einer ihrer Vorgesetzten seinen Kopf in ihr Büro. Sie stellte ihm die Frage. Er beantwortete sie positiv. »Solange ich bei der Armee wäre, würde ich ja unter Überwachung stehen. Das wäre also kein Verstoß gegen meine bedingte Freilassung.« Er gab mir seine Adresse und Telefonnummer, damit das Militär mit ihm Kontakt aufnehmen könne, und versprach, sich mit dem Justizministerium in Verbindung zu setzen. Noch bevor ich überhaupt darüber nachgedacht hatte, hatte ich mich für den Krieg gemeldet. Ich hatte die Gelegenheit ergriffen, die mich kostenlos so weit wie nur möglich von meiner Mutter entfernte. Um drei Uhr nachmittags erreichten wir Santa Cruz. Meine Mutter setzte mich im Zentrum ab und fuhr weiter zur Universität, unschlüssig, ob sie mir die Zweitschlüssel für ihr Haus aushändigen sollte. Von dem wenigen Geld, das sie mir widerwillig gegeben hatte, kaufte ich mir einen Hamburger. Kaum hatte ich ihn verschlungen, ging ich schon durch die Tür des Rekrutierungsbüros der Armee. Es war ein enges Büro, und der Diensthabende, kurz geschoren und mit blütenweißem Hemd, blickte mich schäl an und fragte mich, was ich wolle. Nachdem ich ein kleines Formular ausgefüllt hatte, verwies er mich an einen unteren Dienstgrad, der in einem Büro hinter seinem einen Comic las. Dieser gab sich einen Anschein von Wichtigkeit, in den sich eine kalkulierte Naivität mischte, und wir kamen gleich zur Sache. Ich verschwieg ihm nichts. Die Erwähnung der Ermordung meiner Großeltern überraschte ihn. Sehr schnell kam er auf mein Äußeres zu sprechen, das meine Verwendungsmöglichkeiten einschränkte. Er betrachtete meine Füße. Sein Gesichtsausdruck schien auszudrücken, dass man in der Armee keine Schuhe in meiner Größe finden würde. Der Typ machte einen bekümmerten Eindruck. Freiwillige für Vietnam waren nicht gerade zahlreich. Er notierte sich meine Adresse und Telefonnummer und versprach mir, sich zu melden, falls sie mich brauchen könnten. Meine Mutter hatte ein Haus gemietet, das sich von den anderen Häusern ihrer Straße in nichts unterschied. Es war nicht sehr alt, 15 Jahre vielleicht. Eine Mittelschicht Sauberkeit gab dem ganzen Viertel etwas Steriles. Die Tür, die auf den hinteren Teil des Gartens ging, war abgesperrt. Durch die Glasscheibe konnte ich sehen, dass sie daraus das Paradies ihrer Wettbewerbskatzen gemacht hatte, die sich in der Sonne regelten. Meine Mutter hatte ein Zimmer im Erdgeschoss neben dem Eingang für mich bestimmt. Meine Sachen mussten in meiner Tasche bleiben für den Fall, dass unerwartet ein Bewährungshelfer aufkreuzen würde. Während ich auf das Abendessen wartete, machte ich einen Spaziergang in die Stadt. Ich traute meinen Augen kaum. Innerhalb von vier Jahren hatte die Welt sich stärker verändert, als zwischen dem Anfang und dem Ende des Krieges, soweit ich das beurteilen konnte. Hunderte von jungen Leuten schlenderten umher, gekleidet und schmutzig wie Penner, in Hemden, geblümten Kleidern und Sandalen. Ich hatte noch nie so von Kopf bis Fuß zerlumpte und grellbunte Menschenwesen gesehen. Diese bewusste Hässlichkeit musste einen Grund haben. Zwei oder dreimal sprachen mich sogar Mädchen an, die mit mir über irgendwelche obskuren Dinge reden wollten, in denen sich Jesus, der Frieden in Vietnam, die Reinkarnation und ein Haufen Unsinn, der ihren bekifften Gehirn entsprungen war, vermischten. Ich war nicht in der Stimmung, mich mit diesem Gesindel abzugeben. Ich wollte nur in Ruhe gelassen werden. Ein unbestimmtes Verlangen, Schluss zu machen, keimte in mir auf, und ich versuchte, ihm zu widerstehen. Ich setzte mich in einen Park. Ich wirkte wohl so furchterregend, dass niemand sich traute, sich neben mich zu setzen. So saß ich eine gute Stunde da, beobachtete die Leute und dachte bei mir, dass dieses ganze Leben keinen Sinn hatte. Santa Cruz machte keinen sonderlich guten Eindruck auf mich. Ich kochte vor Wut, weil diese verdammte Klinik mich zu meiner Mutter zurückgeschickt hatte, wie in die Abhängigkeit eines Neugeborenen, ohne Geld und ohne Perspektive. Ich spürte, wie ein Hass auf all diese Typen in mir hochkam, die sich angeblich bemüht hatten, mich vier Jahre lang zu behandeln und mich jetzt im Stich gelassen hatten. Ich wollte in die Klinik zurück, um meine Würde zurückzugewinnen. Verdammt noch mal, wie hatten sie so etwas nur tun können? Sie wussten nicht, wozu ich fähig war, wenn ich eine Stinkwut bekam. Ich hätte nur zu gern ihre Gesichter gesehen, wenn sie morgen früh erführen, dass ich auf zwanzig Spaziergänger in diesem Park geschossen hatte, und außerdem auf zwei, drei Bullen, bevor ihre Kumpel aufkreuzten und mich abknallten. Bevor sie mich entließen, hätten sie eine Arbeit für mich finden sollen. Vor Wut weinte ich auf meiner Bank. Meine Mutter kam nach Hause mit Essen für zwei, es roch nach Bratun und warmem Einwickelpapier. Die Pommes Fritz befanden sich getrennt in fettriefenden Papiertüten. Sie blickte abwechselnd nach oben und nach unten, aber nur selten direkt ihr Gegenüber an. Ich habe einen Job für dich bei einer Tankstelle an der Ausfahrt der Stadt gefunden und ein möbliertes Zimmer bei einer anständigen Dame für etwas mehr als ein Drittel deines Fixums. Wenn du gute Trinkgelder bekommst, wirst du die Miete kaum merken. Was haben sie wegen Vietnam gesagt? Sie haben nichts gesagt. Ich glaube, sie hatten Angst, keine Schuhe für mich finden zu können. Ist das alles? Nein, das kannst du dir ja vorstellen. Hätte ich Indianer getötet, hätten sie mich genommen, aber meine eigenen Großeltern? Ich habe gespürt, wie sie zögerten. Sie wollen sich melden. Sie werden sich niemals melden. Ein Typ, der fähig ist, seine Großeltern zu töten, ist ebenfalls fähig, seine Regimentskameraden von hinten zu erschießen. Voller Wut stand ich auf. So etwas darfst du nicht sagen. Doch, ich darf, weil ich das denke. Ich setzte mich wieder. Sie öffnete eine weitere Flasche Bier, ohne mir eine anzubieten. Meine Wut fiel in sich zusammen wie ein Soufflé. Wir aßen schweigend weiter. Sie schaltete den Fernseher ein, in dem gerade eine Reportage über Vietnam lief. Dann wechselte sie zu einem anderen Sender, wo ein Baseballspiel übertragen wurde. Ich wäre so gern stolz auf dich gewesen, Al, wenn ich all die Studenten in der Universität sehe, sage ich mir immer, dass du einer von ihnen sein könntest. Was spricht dagegen? Du wirst niemals ein Stipendium bekommen, und ich kann es mir nicht leisten. Ich leugne nicht, dass du intelligent bist, Al, aber es fehlt dir an nötigen Willen. Weißt du überhaupt, was du aus deinem Leben machen willst? Außer es zu verpfuschen? Sie stand auf, um das Geschirr abzuräumen und zu spülen. Ich blieb sitzen. Wütend sagte sie. Hältst du mich für deine Angestellte? Kannst du nicht aufstehen, um mir zu helfen? Ich stand langsam auf und nahm einen Zettel und einen Stift, um die Adresse der Tankstelle und der Vermieterin aufzuschreiben, die sie mir entnervt diktierte. Als sie fertig war, zerriss ich den Zettel. Was tust du da? Das siehst du doch. Ich habe ihn zerrissen. Ich brauche keinen Zettel, um mich an eine Adresse zu erinnern. Und vor allem brauche ich dich nicht, um einen Job zu finden. Ich werde nicht zu dieser Tankstelle gehen und auch nicht zu der Vermieterin. Ich will dir nichts schuldig sein, nicht mal die Nacht hier. Ich werde meine Tasche nehmen und abhauen, aber nicht, ohne dir vorher noch etwas zu sagen. Ich bereue wirklich, dass ich die Großeltern getötet habe. Du bereust? Wie schön! Es war ihr völlig egal. Ja, ich bereue. Ich hätte sie niemals umlegen dürfen. Dich hätte ich erschießen sollen. Sie lachte leise und böse, doch ich sah, dass sie Angst hatte. Schön, da du mir mit dem Geschirr nicht helfen willst, werde ich es allein fertig spülen. Du kannst gehen. Sie spielte die Stolze. An deiner Stelle, L, würde ich solche Drohungen nicht zu oft aussprechen, denn dann werde ich deinem Bewährungshelfer davon erzählen und du bist sofort wieder in der psychiatrischen Klinik. Aber das will ich nicht. Pack deine Sachen. Verschwinde! Während sie das sagte, hatte sie mir den Rücken zugewandt und ich betrachtete ihren Nacken. Ich ging in mein Zimmer. Ich packte meine wenigen Sachen und ging ohne ein weiteres Wort mit dem unbestimmten Gefühl, dass ich ihr das Leben gerettet hatte. Ich ging wieder zu dem Park, in dem ich am Nachmittag gesessen hatte. Es fällt mir schwer, die Freude zu beschreiben, die ich empfinde, wenn ich spazieren gehe, während eine unbestimmte Gefahr in der Luft schwebt. Es kann nichts passieren, aber man spürt, dass schon eine Kleinigkeit genügen würde, damit die Situation eskaliert. Die Klinik war schon sehr weit weg für mich und Leitner noch weiter. Während ich durch die menschenleeren Straßen von Santa Cruz ging, fragte ich mich, ob ich ihn wirklich kennengelernt hatte. Ich dachte an meinen verschwundenen Vater und nahm mir vor, ihn wiederzusehen. Ich wollte ihm meine Tat erklären, damit er sich in Kenntnis der Sachlage ein Urteil bilden könnte. Ich konnte mir durchaus vorstellen, in seine Nachbarschaft zu ziehen. Wir hatten uns gut verstanden, als wir zusammen in Los Angeles gelebt hatten. Es waren stets die Frauen, die uns auseinandergebracht haben. Meine Mutter und meine Schwestern, die er wie die Pest gemieden hat. Seine zweite Frau, die sich eingebildet hatte, ich würde sie anstarren. Und dann die neue, von der ich nichts wusste. Vor allem jedoch meine Mutter, meine Großmutter. Als ich sie tötete, hatte ich ein merkwürdiges Schuldgefühl in ihm geweckt. Weil er nicht geweint hat, denn ich bin sicher, dass der Tod seiner Mutter ihn nicht bewegt hat. Zu meiner großen Überraschung war der Park zu dieser späten Stunde. Belebter als mitten am Tag. Ich musste eine Weile herumlaufen, bevor ich eine Bank fand, auf der ich allein schlafen konnte. Ich hatte nie zuvor eine solche Anhäufung von Freaks erlebt. Gut zehn Menschenansammlungen bildeten einen Kreis und machten mit überaus inspirierten Posen Musik. Ich setzte mich in die Mitte der Bank, um mein Revier zu markieren, und wollte erst einmal gut schlafen, bevor ich auf Arbeitssucher ging. Gewiegt von indischer Musik schlummerte ich langsam ein, als ich spürte, dass jemand unmittelbar vor mir stand. Ich öffnete die Augen, und vor mir stand ein Mädchen ungefähr in meinem Alter. Ihr offenes, blaunes Haar fiel fast bis auf ihren Po. Der Ansatz ihrer üppigen Brüste war von einem verknitterten, weißen, fast durchsichtigen Kleid bedeckt. Sie schaute mich wohlwollend an. Ich erwiderte ihren Gruß, weil ich sie wirklich sehr hübsch fand. »Ziehst du umher?« Sie setzte sich ans Ende der Bank. »Ganz im Gegenteil, ich versuche, mich niederzulassen.« »Hast du in Vietnam gekämpft?« »Nein, sie wollen mich nicht. Ich falle zu sehr auf.« Sie nickte. »Das stand geschrieben.« »Was stand geschrieben?« »Seit deiner Geburt stand geschrieben, dass du nicht dort sterben wirst, weil du ein zu großes Ziel bist.« »Ein Glück für dich. Du hast ein gutes Karma.« »Ich habe einen Bruder dort. Ich spüre ganz tief in mir, dass er nicht zurückkommen wird.« »Deswegen ziehe ich umher.« »Ich komme aus Sacramento.« »Ich will nicht da sein, wenn Männer in Uniform bei meinen Eltern an der Tür klingeln, um ihnen den Tod meines Bruders mitzuteilen.« »Ich wollte, dass er desertiert.« »Er wollte nicht.« »Ich bin mit einer Gemeinschaft unterwegs, die sich nach und nach durch immer neue Begegnungen bildet.« »Wir sind schon fünfzehn.« »Wenn dich das reizt, bist du willkommen.« »Was für eine Art von Gemeinschaft.« »Wir versuchen nach unseren Prinzipien zu leben, die Abschaffung des Besitzes von Gütern und Menschen.« »Ich sagte, kommunistisch angehaucht also.« »Oh nein, absolut nicht. Naja, ich weiß nicht genau, was Kommunismus ist.« »Wir ziehen weiter nach Norden, um Land zu bestellen und von dem zu leben, was wir anbauen.« »Alles, was wir besitzen, wird allen gehören. Die Liebe wird frei sein.« »Frei?« »Ja, wir werden sogar Kinder machen, die der Gemeinschaft gehören werden. Nie zuvor in der Geschichte der Menschheit werden Kinder mit so viel Liebe empfangen worden sein.« »Wir werden eine neue Welt ohne Krieg erfinden, in der nur noch die Liebe zählen wird.« Sie holte Luft und sagte, »Willst du ficken?« Hätte mich in diesem Augenblick ein Lastwagen überfahren, ich wäre nicht überraschter gewesen. Sie stand auf und hob ihren Rock, um sich rittlings auf meinen Schoß zu setzen. Ich schob sie sanft, aber bestimmt zurück, und sie begriff, dass es ein verhängnisvoller Fehler wäre, weiter zu insistieren.« »Du bist noch nicht bereit für den großen Sprung in eine bessere Welt. Ich verstehe es, Bruder, aber wenn du dich unserer Gemeinschaft anschließen willst, wir sind noch zwei Tage hier, um mit kleinen Jobs genügend Geld zu verdienen. Anschließend ziehen wir weiter zu Mountchester im Norden. Kennst du ihn?« »Natürlich kannte ich ihn, hielt mich aber bedeckt.« »Wenn du eines Tages den Wunsch nach einer besseren Welt hast, wirst du immer willkommen sein.« »Wie heißt du?« »El.« »Ich bin Lisbeth.« Es war schrecklich, ein Mädchen wie sie gehen zu lassen, nur weil man nicht weiß, was man mit ihr machen soll. Sie machte mir ein kleines Zeichen mit den Fingern, bevor sie im Halbdunkel verschwand. Am nächsten Morgen machte ich mich auf den Weg ins Zentrum, gerädert von der unbequemen Nacht. Ich wollte unbedingt vor dem Abend Arbeit finden, um nicht gezwungen zu sein, meine Mutter wiederzusehen. Der Besitzer der ersten Tankstelle, die ich aufsuchte, bedauerte, dass er mir keinen Job anbieten konnte. Bei der zweiten war der Boss nicht da und ich hatte keine Lust zu warten, bei der dritten hatte ich Glück. Der Pächter von Texaco war ein pummeliger Italiener. Er wirkte wie einer, der eher Pizzas als Benzin verkauft, aber das ist eines dieser Klischees, die keine große Aussagekraft haben. Wie ich erwartet hatte, bot er mir kein Fixum an. Die Trinkgelder fürs Tanken, für das Waschen der Windschutzscheibe, das Aufpumpen der Reifen und für kleine Wartungsdienste, wie das Überprüfen des Öl- und Kühlwasserstands, gehörten mir. Ihm zufolge würde ich mehr verdienen, als ich hoffte. Er fragte mich, ob ich mich in Automechanik auskenne, weil der Tankstelle eine Werkstatt angeschlossen sei, die ihm gehöre. Der Form halber erkundigte er sich, woher ich käme. Die Antwort interessierte ihn ummäßig. Ich erzählte ihm, dass ich aus Montana komme. Er meinte, das sei ja eine ganz schön lange Reise, um als Tankwart zu arbeiten oder als Motorradmechaniker, da ich erklärt hatte, ich verfüge über eine gewisse Fachkenntnis auf diesem Gebiet. Gleich am ersten Tag erlaubten mir meine Trinkgelder, mich bei einer Vermieterin vorzustellen. Aus Respekt oder Furcht vor meiner Größe steckten die Kunden die Hand in die Tasche, ohne mit der Wimper zu zucken. Diese Frau wohnte in einem Haus, das viel zu groß für sie allein war. Früher müssen alle Zimmer bewohnt gewesen sein. Ich konnte es spüren. Trauerfälle, Auszüge, Fälle von Durchbrennen, was weiß ich, hatten die Familie dezimiert, und jetzt war nur noch eine alte, runzlige Frau übrig, die ihre Vormittage damit verbrachte, sich Wasserwellen zu machen. Sie mochte mich sofort, als ich ihr erzählte, dass ich als Tankwart arbeiten würde, um mir mein Studium zu verdienen. Nach einem Monat besuchte mich der Bewährungshelfer, unangemeldet. Da ich ihm keinen Lohnzettel zeigen konnte, lud ich ihn ein, sich vom Gehsteig gegenüber der Tankstelle zu überzeugen, dass sich diese Arbeit wirklich ausübte. Er wollte wissen, ob ich unabhängig von meiner Mutter lebte. Ich beruhigte ihn diesbezüglich, war aber ebenso beunruhigt wie er, weil abgesehen von ihm niemand mehr auf mich aufpasste. Er erinnerte mich daran, dass es mir nicht gestattet sei, den Staat zu verlassen, und dass der geringste Verstoß gegen diese Verfügung zur Aufhebung meiner bedingten Freilassung führen werde. Wo soll ich denn hingehen? Soll ich etwa das Klima von Kalifornien verlassen, um den Schneemann in Alaska zu spielen? Ich merkte, dass er irgendetwas im Schilde führte. Sorgfältig durchsuchte er meine Wohnung nach Alkohol oder Rauschgift, bevor er mich, als ich es am wenigsten erwartete, fragte, ob es mir gut gehe. Meine lakonische und unmissverständliche Antwort bauschte er zu einem ganzen Abschnitt auf, den er mit winziger Schrift, die er vor meinem Blick verbarg, auf ein Blatt in seiner Akte schrieb. Dieser Typ hatte die Offenheit eines Reptils, das seine harten Schuppen für einen weichen Pflaum ausgeben möchte. Meine Begeisterung darüber, Tanks zu füllen und Windschutzscheiben zu putzen, hielt nicht länger als zwei Monate an. Ein Kunde, der mich schätzte und der bei der Straßen- und Brückenverwaltung arbeitete, bot mir an, mich zu einem Festgehalt anzustellen. Die Perspektive einer Arbeit an der frischen Luft gefiel mir. Obwohl mein Chef mich nur ungern gehen ließ, war er doch stolz darauf, dass ein gewissenhafter Typ wie ich versuchte, in der Gesellschaft voranzukommen, zu einem Zeitpunkt, da so viele junge Leute beschlossen, sich mehr schlecht als recht durchzuschlagen. Friede und Liebe. Sie hatten nur diese beiden Worte, die aus ihrem Mund kamen, wie die Schaumblasen einer parfümierten Seife für alte Frauen. In den letzten zwei Monaten hatte ich nur die nötigsten Worte mit meinem Chef, meinem Bewährungshelfer und meiner Vermieterin gewechselt. Das war zu wenig, um eine Vorstellung von dem zu bekommen, was mich wirklich zu beschäftigen begann. Ich wollte meinem Land nützlich sein und ihm helfen, das Phänomen der Entachtung unserer Jugend einzudämmen. Diese Selbsterkenntnis führte zu einem unwiderstehlichen Drang, in die Polizei einzutreten. Ich ahnte, dass das angesichts meiner Vorgeschichte nicht so einfach sein würde, aber wenn ich es intelligent anstellte, müsste ich eine Chance haben. Am Abend bummelte ich ein wenig durch die Stadt. Als der Hunger sich meldete, steuerte ich das Haus meiner Mutter an, um ein kostenloses Abendessen zu schnorren. Sie öffnete mir und säupte auf. Irgendwie wirkte sie niedergedrückt. »Du kannst nicht reinkommen, ehrlich, habe Besuch.« Das traf sich gut. Vor anderen konnte sie nicht die Oberhand über mich behalten und war gezwungen, ihre Wut zu zügeln, wenn sie nicht als hysterisch gelten wollte. Ich drückte die Tür auf, damit sie begriff, dass ich nicht die Absicht hatte, klein beizugeben. Sie drehte sich um mit einer Stinkwut, die sie so schlecht verbarg, dass ich mich fragte, wie sie sich Luft machen würde. Der Typ, den sie zu Besuch hatte, war ein nicht mehr ganz junger Professor. Meine Mutter hatte die kleinen Teller auf die großen gestellt und sich gekleidet, als würde sie ausgehen. Dieser alte Professor leitete einen Psychologie-Fachbereich, und er wollte unbedingt zeigen, dass er in den Leuten zu lesen verstand. Daraus leitete er eine Überlegenheit ab, die ihn schnell unsympathisch machte. Alles, was ihn interessierte, war, ob ich über das Abendessen hinaus bleiben würde, was seine Pläne erheblich gestört hätte. Deine Mutter und ich sprachen über all diese jungen Leute, die aus ganz Amerika in diesen Teil Kaliforniens strömen. Was sagst du dazu, L? Ich sage, dass das eine Bande von Defettisten ist, die sich als Pazifisten ausgeben. Mit solchen Leuten kann man die Schlüssel Amerikas gleich den Sowjets geben. Sie brauchen die Frauen gar nicht zu vergewaltigen. Sie bieten sich in freiwilligen Blumenkörben an. Er fand meine Antwort amüsant. Das Eis war gebrochen. Ich habe versucht, mich nach Vietnam zu verpflichten, aber sie wollten mich nicht. Und was hast du vor? Ich würde gern studieren und zur Polizei gehen. Ich könnte ihr helfen. Wobei zum Beispiel, ein psychologisches Profil der Killer zu erstellen, in bestimmten Milieus zu ermitteln. Kennst du dich in Psychologie aus? Ich habe mich in den letzten Jahren intensiv mit Psychologie beschäftigt. Ich habe sogar ein paar Psychiatern dabei assistiert, Kranke zu testen, als ich im State Hospital in Etta Scadero angestellt war. Ich habe mich viel mit den Perversen beschäftigt. Mit den Schizophrenen auch. Mit den manisch-depressiven kenne ich mich weniger aus. Er schätzte meine Offenheit. Warum schreibst du dich nicht an der Universität ein? An unserer Universität? Das könnte ich. Ich habe die erforderlichen Zeugnisse. Und meine Mutter hat es ihnen vielleicht nicht erzählt, aber man hat bei mir einen IQ festgestellt, der höher ist als der von Einstein. Meine Mutter nickte. Beeindruckend! Das war alles. Während des Abendessens sabbelte ich ihm die Ohren voll über das Versagen des Vaters als einer der Gründe für Perversität. Er hörte mir aufmerksam zu, nickte in regelmäßigen Abständen und kam schließlich zu dem Schluss, es wäre schade, ihn seine Studie nicht fortsetzen zu lassen. Zuerst tat meine Mutter so, als hätte sie nicht zugehört, doch dann sagte sie zu ihm, Intelligenz ist nicht immer ausreichend. Man muss noch andere Qualitäten haben, wie Beständigkeit, Hausdauer. Sie haben nicht etwa die Absicht, aus ihm einen Politiker zu machen? Nach dieser humorvollen Bemerkung wandte sich das Gespräch anderen Themen zu, die mich nicht interessierten. Ich stand etwas abrupt auf und ging. Ich war nicht lange unterwegs, dann betrat ich eine erste Bar. Sie war voller Freaks und ich war gleich wieder draußen. Die nächste war leer und die Vorstellung allein an einem Tresen zu trinken begeisterte mich nicht gerade. In der dritten Bar schienen nur Stammgäste und eher konservative Leute zu verkehren, die einzigen Menschen, die zu meiner augenblicklichen Stimmung passten. Drei funkelnde Harleys, die davor parkten, überzeugten mich, dass ich am richtigen Ort war. Sie mussten einer Gruppe von Kumpeln gehören, alle drei waren Chopper auf der Grundlage der FLH I-960, verkromt bis zur kleinsten Mutter. Als ich eintrat, sah ich nur die enormen Brüste der Kellnerin und den Billardtisch in der Mitte des Raums. Dazwischen eine Menge angesäuselter Gäste in der Hauptsache Männer. Ein Freak hatte die glorreiche Idee, hinter mir einzutreten, doch drei stämmige Kerle bauten sich vor ihm auf und deuteten mit ihren Fingern eine Schere an. Nicht so leicht, mit einem Pazifisten eine Schlägerei anzufangen. Der Typ entschuldigte sich mit einer Handbewegung und ging wieder hinaus. Die drei gratulierten sich, als hätten sie eine Heldentat vollbracht, und ich bestellte bei der Kellnerin, die sich für nichts zu interessieren schien, einen doppelten Jack Daniels. Ich trank Ex und bestellte einen zweiten. Ihr Blick verriet mir, dass sie mich in Verdacht hatte, mich betrinken zu wollen, und daher kam ich ihr zuvor, indem ich sie mit der Bemerkung beruhigte, es seien Galonen nötig, um eine Fläche wie meine zu bewässern. Sie tat so, als hätte sie mich nicht gehört, sodass ich die Musik überschrie, um eine Flasche Wein zu bestellen. Der Whisky brannte mir unangenehm in der Speiseröhre. Zwei der Motorradfahrer setzten sich neben mich an den Tresen, während sie ihre Frauen an der Hand hielten, eine blonde und eine rothaarige, üppig, ohne vulgär zu wirken, aber auch ohne Klasse. Sie begrüßten mich aus Respekt vor meiner Größe. Ich hatte bereits die Hälfte meiner Flasche getrunken, als wir ins Gespräch kamen. Sie tranken ein Bier nach dem anderen, was ohne Folgen blieb, da sie kräftig genug gebaut waren, um einer Überschwemmung zu trotzen. Die vier trugen Hells Angels Klamotten. Wir sprachen über Motorräder und sie merkten, dass ich Ahnung davon hatte. Ich erzählte ihnen von meiner Indien, die ich in Oregon gelassen hatte. Es war klar für sie, dass meine Größe eine der dicksten Maschinen verlangte, wenn ich beim Fahren nicht meine Knie als Sonnenbrille benutzen wollte. Sie boten mir an, mich mit einem Typen bekannt zu machen, der eine Penhead Police Solo von 1954 zu einem guten Preis verkaufe. Sie birgten dafür, dass sie in einem guten Zustand sei. Ich muss zugeben, dass der Gedanke, ein altes Polizeimotorrad zu fahren, mich begeisterte. Und für eine Maschine, die neu 1000 Dollar gekostet hatte, 150 zu bezahlen, war ein gutes Geschäft. Ich akzeptierte unter dem Vorbehalt, dass sie mir etwas Zeit einräumten, um das nötige Geld beim Straßenbau zu verdienen. Die Angels mochten den scheinheiligen Pazifismus der Freaks und ihre affektierte Art, sich auszugrenzen, gar nicht. Die Freaks wollten die Erde in das Urparadies verwandeln. Die Angels dagegen brauchsten durch die Hölle, ohne sie abkühlen zu wollen. Ihre Vorstellungen waren unvereinbar, das begriff ich sofort. Ich fühlte mich von ihnen angezogen. Ich stellte mir vor, wenn ich mich einer Gruppe anschlöße und mich von ihr tragen ließe, könnte mich das ein wenig von mir selbst befreien, auch wenn ihre langen Haare und ihre Lederkleidung, die sie wie eine zweite Haut trugen, nicht unbedingt mein Ding waren. Es hieß, sie seien gewalttätig und obwohl ich kein Pazifist war, machten Schlägereien mir Angst. Sie erzählten, in Monterey werde ein Popmusikfestival stattfinden und tausende von Freaks würden dorthin strömen. Sie konnten nichts gegen diese Invasion tun. An diesem Punkt der Unterhaltung bestellte ich eine zweite Flasche Wein und kann mich nicht mehr so recht erinnern, wie das Gespräch endete. Ich weiß, dass wir auf gewisse Weise in vielen unserer Ansichten übereinstimmten, eine Verbrüderung, die die ganze Nacht anhielt. Es wurde spät. Ich bezahlte, was sich der Kellnerin schuldete, die das Geld nahm, ohne mich eines Blicks zu würdigen und ging nach einem freundlichen und schüchternen Schlag auf die Schulter eines Hells Angel, der mit sich selbst sprach. Ich verbrachte den Rest der Nacht zwischen zwei Mülleimern sitzend und schlief den ersten großen Rausch meines Lebens aus. Haben Sie einen Verleger für mich gefunden? Ich habe mit drei Verlegern gesprochen, aber keiner ist so richtig interessiert. Wenn Sie alles erzählen, könnten die Leser schockiert sein. Wenn Sie nichts erzählen, werden die Leser sich nicht dafür interessieren. Der Stapel Bücher befindet sich vor ihm. Er hat ihn so heftig zurückgeschoben, um, dass Susan beim Zurückweichen fast von ihrem Stuhl gefallen wäre. Warum tun Sie das? Ich habe es satt. Ich kann diese verdammten Bücher nicht mehr für verdammte Blinde lesen. Für mich tut nie jemand etwas. Man hat mir meine Geschichte geklaut, um Biografien daraus zu machen. Sie hat zwei Filme inspiriert, von denen einer weltweit einer der größten Kinoerfolge war. Und jetzt, da ich darum bitte, veröffentlicht zu werden, schließen sich alle Türen. Auch ich möchte Zeugnis darüber ablegen, was wir sind, denn ich bin Teil dieser Gemeinschaft. Ich weiß, Al, ich weiß. Warum besuchen Sie mich dann seit Jahren und sehen mich mit Augen an, die an eine tiefgefrorene mexikanische Dorade erinnern? Susan schluchzt. Weil Sie mir das Leben gerettet haben. Er schweigt, als hätte er den größten Unsinn seines Lebens gehört. Ich habe Ihnen das Leben gerettet? Es war gegen Ende 1970. Es war Nacht geworden über der Universität von Santa Cruz. Ich bin länger geblieben, um meine Sachen zusammen zu suchen. Ich hatte gerade mein Semester erfolgreich beendet. Ich musste ins Zentrum und wollte per Anhalter fahren. Ich stellte mich unter eine Laterne. Ich hatte ein bisschen Angst. Ich sah einen weißen Kleintransporter näher kommen, dessen Fahrer ein ehrliches Gesicht hatte. Sie hielten neben mir an. Ich bin ohne Zögern eingestiegen. Ihre Körperfülle hatte irgendwie etwas Beruhigendes. Sie sagten, ich habe eigentlich keine Zeit, sie irgendwo hinzubringen, aber wenn ich es nicht tue und Ihnen passiert etwas, werde ich mir mein Leben lang Vorwürfe machen. Ich sagte Ihnen, wo ich wohnte und wir fingen an, uns zu unterhalten. Er ist hypermnestisch und leidet manchmal darunter, dass er nichts vergisst. Ihr Gesicht kann also selbst nach 40 Jahren nicht aus seinem Gedächtnis verschwunden sein. Haben Sie sich denn so sehr verändert? Haben Sie ein Foto von sich aus jener Zeit? Sie holt ein Foto hervor und er erkennt sie sofort. Die Zeit kennt wirklich kein Mitleid. Er schweigt, um sie weiter erzählen zu lassen. Sie wollten mich nach Hause fahren und unterwegs erzählte ich Ihnen von einer Gemeinschaft im Norden von San Francisco und wir beschlossen ganz spontan dorthin zu fahren. Erinnern Sie sich? Ich erinnere mich sehr gut. Als ich ein paar Monate später nach Santa Cruz zurückkehrte, waren sie das Stadtgespräch und mir wurde klar, dass sie mir das Leben gerettet hatten. Ich hatte nur einen Gedanken, sie aufzusuchen, denn einen solchen Akt der Liebe hatte ich vorher noch nie erlebt. Verstehen Sie? Er ist perplex und fragt, ein Akt der Liebe? Ich war überzeugt, dass irgendetwas in mir sie verwirrt hat, auch wenn es ihnen nicht bewusst war. Irre ich mich? Ist das wichtig? Ich könnte ja sagen, damit sie die nächsten zehn Jahre ruhig schlafen können, aber das wäre sinnlos. Ich habe sie niemals geliebt und noch weniger begehrt, weder damals noch später. Ich weiß, dass sie mich geliebt haben. Wenn es nicht so wäre, hätte ich ihnen nicht all diese Jahre geopfert, hätte ich nicht darauf verzichtet, mit jemandem zu leben. Sie haben keine Ahnung von der Liebe der Frau und L, aber sie ist eine Himmelsmacht. Seit einundvierzig Jahren liebe ich sie. Er findet, das geht ein bisschen zu weit. Verdammt noch mal, spinnen sie oder was? Sie starrt in eine Weile an. Sie spinnen? Ich habe die Hippies, Frauen wie Männer, damals gehasst? Natürlich hätte ich ihnen niemals etwas angetan, aber ich fand euch zügellos in eurer unkontrollierten Art zu ficken, zu fixen und euch in den Straßen herumzutreiben. Ihr habt mir Angst gemacht, wenn sie es genau wissen wollen. Das war kollektiver Selbstmord. Die Frauen waren besonders abstoßend. Ihr Gehirn wurde weich unter der Wirkung der Droge, man hatte das Gefühl, man brauche nur mit dem Finger auf ihren Schädel zu drücken, damit sie die Beine spreizten. Ich fand es zum Kotzen. Sie können sagen, was Sie wollen, auch wenn dieser Versuch ein schlechtes Ende genommen hat. Ich bereue ihn nicht. Niemals hatte jemand vor uns gewaltfrei protestiert. Doch, Gandhi, wie ist es draußen? Sie ist wie vor den Kopf geschlagen, sodass die Frage sie verwirrt. Was meinen Sie? Na, geschehen irgendwelche bemerkenswerten Dinge. Ich lese haufenweise Bücher, aber niemals Zeitungen. Und ich schaue auch niemals fern. Er macht einen guten Job, der schwarze Präsident? Es gibt keinen größeren Schaumschläger als ihn. Wir werden uns aus dem Irak und Afghanistan zurückziehen? Im Grunde ist es egal. Es gibt heute keine sinnvollen Kriege mehr. Er seufzt. Sie glauben also, ich hätte sie geliebt? Naja, Gefühle für sie gehabt? Absolut nicht, Susan. Nehmen Sie das nicht persönlich. Ich habe niemals irgendjemanden geliebt. Ich kann nicht behaupten, dass ich dieses Gefühl nicht kenne, aber nur ganz flüchtig. Ich habe die Macht kennengelernt, die es haben kann. Als wäre ein Schauer durch meinen Körper gegangen, dem eine grenzenlose Zärtlichkeit folgte, die nicht aus der Tiefe meines Inneren kam, sondern von noch weiter her. So sehr lieben, dass man nicht mehr begehren kann. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist ein so fantastisches Gefühl, dass ich es mir regelmäßig in Erinnerung rufe. Aber was ich Ihnen da beschreibe, konnte ich nie sehr lange empfinden. Ich bin jedes Mal geschlagen worden. Also, wie ist es draußen? Draußen geht alles den Bach runter, alles, was wir befürchtet haben, ist eingetroffen, die Erde müht sich ab wie eine alte, kranke Frau, die ihr Mann immer noch jeden Tag beehren möchte. Amerika hat gewonnen. Kein Kommunismus mehr, auch kein Traum mehr, nur ein einziges Modell, das unsere. In 50 Jahren wird es in den Meeren nur noch Zuchtfische geben, man wird mit einer Maske atmen, und das Wasser wird teurer als Champagner sein. Ansonsten ist alles in Ordnung. Neue Länder entstehen nach unserem Modell. Susan unterbricht sich, um sich umzublicken, dann schweigt sie. Das Schweigen bringt wieder etwas Ordnung in ihre Beziehung. Ich weiß nicht, ob wir uns wiedersehen werden, Susan. Ich habe mein Visum für Angola. Wie lange das jetzt dauern wird, weiß ich nicht. Was werden sie dort machen, wenn sie nicht mehr für die Blinden lesen? Ich werde mich um Pferde und andere Häftlinge kümmern. Das wird weniger eintönig sein als hier, wo nie etwas passiert. Ich habe angefangen, meine Memoiren zu schreiben, und ich weiß, dass ihnen stets das fehlen wird, was verschleiert oder nicht, die Wirts seines Buchs ausmacht. Empathie. In ihnen berührt mich nichts, aber bei anderen ebenfalls nicht. Wenn sie morgen sterben würden, würde mich das nicht mehr treffen, als der Tod irgendeines anderen Menschen auf Erden. Es gefiel mir, die Straßen auszubessern, auch wenn ich es nicht mit großer Leidenschaft tat. Wir arbeiteten in Zehnermannschaften, jeder hatte seinen Platz, den er nicht verließ. Da ich keine spezielle Ausbildung hatte, wurde mir meist die Aufgabe zugewiesen, den Wechselverkehr an den Baustellen zu regeln. Die Fahrer sahen mich schon von weitem meine orangefarbene Flagge schwenken. Der Geruch des zähflüssigen, dampfenden Teers verursachte mir schließlich Übelkeit. Um genau zu sein, damals begann meine Leber gegen den Alkohol zu rebellieren. Ich hatte mir angewöhnt, mich nach jeder Begegnung mit meiner Mutter zu besaufen und schließlich trank ich regelmäßig. Früh aufzustehen, um zu den ständig wechselnden Baustellen zu fahren, fiel mir immer schwerer. Eines Morgens, nachdem ich mir in einer Bar gegenüber dem Gerichtsgebäude einen gewaltigen Rausch angetrunken hatte, beschloss ich, nicht mehr aufzustehen. Ich blieb bis 10 Uhr im Bett. Mittags ging ich zur Straßenverwaltung, um mir meinen Restlohn abzuholen. Am Spätnachmittag war ich bei einem Harley-Vertragshändler, um über ein gebrauchtes Motorrad und den damit verbundenen Kredit zu verhandeln. Der Händler schien mich zu mögen, denn da er wusste, dass ich Arbeit suchte, bot er mir einen Job als Verkäufer auf Provisionsbasis an, den ich annahm, ohne zu überlegen. Die Aussicht, wieder mit dem Motorrad unterwegs sein zu können, erfüllte mich mit einer echten Freude. Tief in mir keimte auch der Gedanke, dass die Aussicht dieser langen Fahrten mich veranlassen würde, weniger zu trinken. Ich hatte niemanden, mit dem ich die gute Nachricht teilen konnte, daher ging ich zu meiner Mutter, kurz bevor es Zeit zum Abendessen war. Stolz erzählte ich ihr, dass ich ein Motorrad gekauft und dass der Händler mich angestellt habe. Ich frage mich, ob ich mich darüber freuen soll, zu wissen, dass du dich früher oder später mit dieser Maschine umbringen wirst, L. Du weißt ja, dass du kurzsichtig bist und viel zu schnell fährst und was die Arbeit betrifft, ich kann nicht erkennen, wieso das besser sein soll, als Straßen auszubessern. Immerhin hätte dir diese Arbeit Aufstiegschancen geboten. Ich habe dir auch etwas mitzuteilen, ich ziehe nach Äbtes um. Warum versuchst du nicht an der Universität zu studieren? Deine Schulnoten würden es dir doch ermöglichen. Das ist ja was ganz Neues. Ich dachte, du wolltest nicht, dass ich in deiner Nähe bin. Ich rede nicht von Santa Cruz. Es gibt genügend Universitäten in Kalifornien. Wie auch immer, ich werde niemals in deinem Dunstkreis studieren. Ich begreife nicht, L., warum du mich so wenig liebst. war zu deinem Besten. Zu meinem Besten? Wir schwiegen eine Weile, ohne uns anzublicken. Ich durchbrachte Schweigen, ohne mir die Fortsetzung überlegt zu haben. Du denkst, ich bin der einzige Mann, der dich nie verlassen wird? Das ist möglich, aber nutze es nicht aus. Ich bin weder mein Vater noch all die Kerle, die sich seitdem die Klinke in die Hand gegeben haben, verheiratet oder nicht. Du hast dich selbst zu einem einsamen Leben verurteilt, Mom. Das ist deine Entscheidung. Was redest du da, du jämmerlicher Kerl? Glaubst du etwa, ich bin nicht mehr interessant für die Männer und werde mich darüber hinwegtrösten mit einem kriminellen Sohn, der mich immer nur angreift? Du bist krank, L! Der Jury Room ist eine fensterlose Bar aus dunklem Leichtbaustein an einem trostlosen Platz gegenüber dem Gerichtsgebäude von Santa Cruz. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich seit meine Mutter nach Äbtes gezogen war, auch nur einmal von ihr weggefahren bin, ohne in den Jury Room gegangen zu sein, um dort bis zur Sperrstunde zu trinken. Die meisten Bullen von Santa Cruz hatten die Bar ebenfalls zu ihrer bevorzugten Anlaufstelle erkoren. Als ich meine Harley gekauft hatte, dachte ich, ich hätte mir auch ein Schicksal gekauft. Tief in meinem Inneren reifte die Idee, Bulle zu werden und wenn möglich motorisiert. Ich wollte auf der richtigen Seite der Schranke stehen und mich dort verankern. Die Illusionen ließen mich für ein paar Wochen mein Vorstrafen register vergessen. Ich wusste, dass man mich früher oder später bei meiner Bewerbung danach fragen würde, doch ich verdrängte das Problem, als würde ich schon Mittel finden, um es zu lösen. In der Zwischenzeit trank ich mit den Polizisten der Stadt und ihre Gesellschaft verzauberte mich. Meine Trinkfestigkeit beeindruckte sie, denn sie führte nie zu Entgleisungen der Beweis, dass ich ein anständiger Kerl war. Wenn ein Mann weiß, dass er sein Glied nie mehr sehen würde, außer in einem Spiegel, dann hat er unwiderruflich den Weg der Resignation eingeschlagen. Das galt etwa für einen alten Bullen mexikanischer Herkunft, der häufig mit mir bis zum Schluss blieb. Sein Bierfass großer Bauch quoll über den Gürtel und drohte den Boden zu berühren. Ich hatte gute Gespräche mit ihm. Sein einziger Sohn hatte das Haus verlassen, um sich einer Gemeinschaft in San meinen Worten. Ich wusste nicht viel über die Situation dieser Außenseiter, doch ich argumentierte mit bedeutenden psychologischen und soziologischen Theorien, die ihn verblüfften. Als ich ihm erzählte, dass ich in die Polizei eintreten wolle, meinte er kategorisch, meine Größe würde mir alle Türen verschließen. Es tat ihm leid für mich, zumal er überzeugt war, dass ich hochpokerte, denn diese Version würde ich nicht mehr ändern können. Ich sei nach Kalifornien gekommen, um in der Nähe meiner Mutter zu sein, nachdem ich als Psychologie-Praktikant in einer psychiatrischen Privatklinik in Montana gearbeitet hätte. Die Budgetkürzungen, die Ronald Reagan in diesem Bereich in Kalifornien vorgenommen habe, hätten mich gezwungen umzuschulen, weswegen ich verschiedene Jobs gemacht hätte, zurzeit arbeitete ich als Harley-Davidson-Verkäufer. Meine Geschichte überzeugte ihn, und er erzählte sie all seinen Kollegen und insbesondere einem gewissen Jewigen, einem ihren mit großem Kopf, der die Kriminalpolizei leitete. Wir waren uns sympathisch, denn wir hatten beide die gleichen Probleme, einen Motorradhelm in unserer Größe zu finden. Er besaß eine alte Harley, auf der er sonntags herumfuhr. Dieser Mann übte eine besondere Anziehungskraft auf mich aus. Von unserer ersten Begegnung an wollte ich den Eindruck eines vorbildlichen jungen Mannes machen, ohne Laster ganz den Werten verpflichtet, die Amerika so attraktiv für die ganze Welt gemacht hatten. Als wir uns näher kamen, hatte ich das Gefühl, dass meine Person in eine Umlaufbahn trat, deren Gravitationszentrum er war. Deweygan war zurückhaltend, wie es sich für einen Mann gehört, der mit kriminalpolizeilichen Ermittlungen betraut ist. Er kam fast jeden Abend in den Jury Room, um ein Bier zu trinken, bevor er zum Abendessen nach Hause ging. Aber ich sah ihn niemals danach dort, außer er hatte abends Dienst oder Ermittlungen durchzuführen. Er war herzlich mir gegenüber, bewahrt aber dennoch diese Distanz. Ich bemerkte, dass er mich während unserer ersten Gespräche aufmerksam beobachtete und mich reden ließ, während er sich zurückhielt. Ich war damals ziemlich redselig. Dieser Rededrang führte schließlich auch dazu, dass ich einen gebrauchten Ford Galaxy kaufte, der einen Zufall herbeiführte zu einem Zeitpunkt, da ich fürchtete, für Deweygan nicht mehr interessant zu sein. Wenn ich am späten Nachmittag von der Arbeit kam, tauschte ich meine Harley gegen den Ford aus. Ich fuhr langsam die High Street hinauf in Richtung Universität, die oberhalb von Santa Cruz lag. Der Campus schlängelte sich auf einem hügeligen Gebiet dahin, wo jedes College Gebäude inmitten hoher Bäume steht. Ich war fasziniert von der Konzentration, die von den Studierenden ausging, und die in den Wäldern verstreuten Gebäude kam mir vor wie die Nervenstränge eines einzigen Gehirns. Vermutlich, weil meine Mutter der Meinung war, dass ich nicht mal an die Knöchel der jungen Studentinnen dieser Universität heranreichen würde, verspürte ich das Bedürfnis, sie zu beobachten und mit ihnen zu verkehren, um zu verstehen, was mich von ihnen trennte. Das einzige Mittel, das ich gefunden hatte, um Studenten zu begegnen, ohne Gefahr zu laufen, von ihnen dominiert zu werden, war, sie als Anhalter mitzunehmen. Der Dienst, den ich ihnen erwies, musste zwangsläufig Dankbarkeit und Demut hervorrufen, vor allem, wenn sie entdeckten, was für ein Koloss ich war. Ich ließ mich bei meiner Wahl nicht von ihrem Aussehen oder ihrer Kleidung leiten. Ich drehte eine große Runde über den Campus und wenn ich sah, dass jemand den Daumen erhoben hatte, ließ ich ihn einsteigen. In der Regel fuhr ich ihn nach Hause und wenn er mir anbot, sich an den Benzinkosten zu beteiligen, lehnte ich großmütig ab. Die Studenten, die ich mitnahm, fühlten sich zu Dank verpflichtet und zeigten sich redegewandt und begierig ein Gespräch anzufangen, das nur selten länger als eine Viertelstunde dauerte, die Fahrzeit, die uns vom Stadtzentrum trennte. Meine Abneigung gegen die Hippies und diejenigen, die wie sie sein wollten, hinderte mich nicht daran, sie in meinen Wagen einsteigen zu lassen. Im Gegenteil, ich hatte beschlossen, alles über sie erfahren zu wollen. Zunächst einmal, weil ich mitbekam, dass sie meine Freunde, die Polizisten im Jury-Room, beunruhigten. Ich träumte bereits davon, ein Experte für diese Bewegung zu werden, um mich halb als Anthropologe und halb als verdeckter Ermittler mit ihnen zu beschäftigen. Mein Redebedürfnis verwandelte sich rasch in eine Sucht, nachdem ich einen Studenten in der Stadt abgesetzt hatte, fuhr ich manchmal zurück zum Campus, um einen weiteren mitzunehmen. Hatte ich einen Mann abgesetzt, nahm ich anschließend ein Mädchen mit. Sie waren misstrauischer, denn es kursierten Geschichten von Vergewaltigungen. Die Hippies, die die freie Liebe propagierten, machten sich weniger Gedanken als die kleinen Spießbürgerinnen vom Cliff Drive. Um sie zu beruhigen, blickte ich auf die Uhr, wie jemand, der sich fragt, ob er überhaupt die Zeit hat, sich mit einer Anhalterin zu belasten. Sie stiegen jedes Mal ein. Die eingebildeten Puten der vornehmen Viertel stellten alle auf die gleiche Weise eine Distanz zu mir her. Anfängliche Angst, dann Dankbarkeit für den erwiesenen Gefallen, gingen schnell in Verachtung für das über, was ich repräsentierte. Einen Typen der Mittelschicht der durch Junkfood-Esserei zu schnell gewachsen und auf dem Weg zur Fettleibigkeit war. Ich hätte lügen und behaupten können, meine Mutterlehre an einer der Fakultäten auf dem Campus, doch das konnte ich nicht. Sie mehr erscheinen lassen, als sie war, verlangte eine unmenschliche Anstrengung von mir, zu der ich nicht einmal fähig war, um ein Mädchen zu beeindrucken. Ihre Verachtung äußerte sich in einer höflichen Herablassung. Wenn sie auf mein Geständnis, dass ich Motorräder verkaufte, mit einem scheinheilig verblüfften Wow! reagierten, hätte ich ihn manchmal am liebsten mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Doch ich spielte das Spiel mit, indem ich ihnen eine Menge persönliche Fragen stellte, bevor ich sie vor ihren Behausungen aussteigen ließ. Sie hatten eine Art, ihre Familie ins beste Licht zu setzen, die mich aus der Fassung brachte. Kein Versager am Horizont, nichts als Doktoren in irgendwas, super erfolgreiche Unternehmer, gefeierte Sportler. Und ich brachte es irgendwie fertig schüchtern, die Heldentaten meines Vaters einzuflechten, was mir ein flüchtiges Stirnrunzeln einbrachte, bevor sie mich erneut unter einer Lawine von Referenzen begruben, die zu ihrer Geburt geführt hatte. Die Fahrzeit vom Campus zu ihnen nach Hause war das Maximum. Länger konnte ich diese eingebildeten Mädchen nicht ertragen. Doch ihr Überlegenheitsgetur fing sehr schnell an, mir zu fehlen, denn, ich kann es ruhig zugeben, irgendwie zogen sie mich sexuell an. Dunkelhaarig oder blond, die Mädchen aus den vornehmen Familien haben nicht die gleiche Haut und die gleichen Haare wie die anderen. Ich spürte, dass der Kontakt mit ihnen zu führen könnte, dass ich wirklich eine von ihnen mit Haut und Haaren begehren würde. Was für mich eine Art von Erfüllung wäre, selbst wenn ich nicht weitergehen würde. Ich erzählte ihnen stets die gleichen Dinge über mich. Immer wenn ich konnte, erwähnte ich die Heldentaten meines Vaters, rechtfertigte meine Anwesenheit auf dem Campus mit der Arbeit meiner Mutter und prallte bisweilen damit, ich sei der Verkäufer des Monats bei Harley und würde sogar die Verkaufszahlen der Harley Vertretung in Monterey schlagen, die immerhin in einem wohlhabenderen Gebiet lag. Doch das beeindruckte niemanden, die hippies ebenso wenig wie die eingebildeten Puten Puten Wendy war voller Bewunderung, als ich meine Verkaufszahlen für das Trimester herunterleierte und ihre Freundin ebenfalls. Sie waren weder Freaks noch Spießbürgerinnen, nicht einmal Studentinnen. Ich hatte sie an der High Street ein Stück weit hinter der Universität aufgelesen. Wendy hätte wirklich schön sein können, doch ihre Brust krümmte ihre Schultern und sie hatte für ihr Alter etwas zu viel Bauch. Ihr Gesicht hingegen strahlte eine erstaunliche Frische aus und war das eines braven Mädchens, das seine Intelligenz unterschätzte. Ihre Freundin war der gleiche Typ, aber richtig gehend hässlich. Ihr Gesicht war so sehr von Agne entstellt, dass man es am liebsten mit Sandpapier abgeschmergelt hätte. Sie folgte Wendy wie ein Hündchen und tat nichts ohne ihre Zustimmung. Sie schienen sich treiben zu lassen, ohne irgendetwas Außergewöhnliches zu erwarten, getragen von der leichten Melancholie der Langeweile. Sie hatten kein besonderes Ziel. Ich schlug ihnen vor, gemeinsam etwas zu essen, wobei ich gleich hinzufügte, dass ich nicht die Mittel hätte, sie einzuladen. Wir fuhren zum Vergnügungspark, der gut die Hälfte des Street Beach einnimmt. Vom Riesenrad bis zum Museum des Grauens ist alles vorhanden, was man braucht, um zwischen zwei T-Shirt-Läden vor Angst zu schlottern. Die Burger sind dort nicht teurer als anderswo, aber auch nicht größer. Sie waren sprachlos angesichts dessen, was sich verdrücken konnte und sie verstanden jetzt nur zu gut, dass jemand, der für drei ist, nicht auch noch zwei Mädchen einladen kann. Wendy hatte einen Freund, der in der Gemüseabteilung eines Supermarkts arbeitete. Marilyn, die ihre Eltern wegen der Schauspielerin so genannt hatten, ohne zu bedenken, wie grausam das war, gab sich damit zufrieden, das fünfte Rad am Wagen zu sein. Wendy erzählte nicht viel von sich und war ziemlich abgeklärt für ein Mädchen ihres Alters. Ich begriff ziemlich schnell, dass wir uns gleichermaßen schwer taten zu wissen, was wir eigentlich wollten. Sie arbeitete als Vertretung für die Sprechstundenhilfe in einer Zahnarztpraxis, während sie überlegte, ob sie nicht besser ihr Studium wieder aufnehmen sollte. Doch da kein Fach sie wirklich interessierte, wusste sie nicht, welches Studium. Sie bezeichnete sich selbst als kontemplativ, während Marilyn ausgesprochen vegetativ war. Wir entwickelten rasch eine unverbindliche Beziehung und mir gefiel es, mit den beiden Mädchen zusammen zu sein, die sich nicht verpflichtet fühlten zu reden, wenn sie nichts zu sagen hatten. Ich verspürte große Lust, in den Jury-Room zu gehen, um zu trinken, doch ich hatte nicht den Mut, sie dorthin mitzunehmen. Zuerst brachten wir Marilyn nach Hause, die auf dem Weg nach Monterey wohnte, und dann fuhr ich Wendy heim, die direkt oberhalb des Vergnügungsparks wohnte. Das Haus, in dem sie mit ihrem Vater lebte, war ein umgebautes Motel. In dem Augenblick, in dem sie aus dem Fort stieg, stieg ihr Vater aus seinem Wagen, den er soeben geparkt hatte. Ich erkannte Dewey zuerst an seinem großen Kopf. Da er zu den Menschen gehörte, die sich über nichts wundern, schien er nicht überraschen, mich zu sehen, allenfalls neugierig. Ihr fand es amüsant, dass sie ihren Vater kannte. Wir trinken manchmal ein Glas zusammen gegenüber vom Gericht. Mit diesem Satz hatte er die ganze Geschichte zusammengefasst. Ihre Tochter machte Autostop an der High Street. Ich wusste nichts von der Verwandtschaft mit ihnen und dachte mir, mit mir zu fahren sei sicherer als mit irgendeinem anderen. Das hast du gut gemacht. Sie ist das kostbarste für mich auf der Welt. Hast du noch Lust auf ein Bier? Wir gingen in die Wohnung hinauf. Ein großes Glasfenster ging auf den Vergnügungspark, der nur einen Streifen mehr sehen ließ, den der Nebel einhüllte. Vom Park drangen nur leise Geräusche herauf. Die Wohnung war spärlich möbliert. Wir setzten uns auf den Balkon um einen Plastiktisch herum. Dewegan holte drei Bier aus dem Kühlschrank und lächelte mir zu. Wendy rieb sich die Augen wie jemand, der versucht wach zu bleiben. Tut mir leid, ich habe keinen Wein. Das macht nichts, den trinke ich nur im Jury. Du trinkst zu viel, ich hab dich beobachtet. Das wird vorüber gehen. Ich hatte keine Ahnung, woher er das wusste, doch ich nickte. Wo habt ihr euch kennengelernt? An der High Street, als ich von der Arbeit kam, erwiderte Wendy. Ich dachte, du nimmst den Bus? Ja, aber Marilyn hat mich abgeholt. Wir sind ein bisschen zu Fuß gegangen, aber dann hatten wir keine Lust mehr. Und du, woher bist du gekommen? Ich zögerte mit der Antwort, aber nicht lang genug, um ihn misstrauisch zu machen. Ich habe meine Mutter auf dem Campus besucht. Sie lebt hier? Sie ist Sekretärin des Dekans der Psychologischen Fakultät, aber sie wohnt in Aptis. Naja, seit Kurzem. Verstehst du dich gut mit deiner Mutter? Wir sind ziemlich verschieden. Es ist ein Glück, eine zu haben. Genieß es. Wendy hat ihre verloren. Sie starb, als sie elf war. Ich habe gehört, dass du zur Polizei willst. Ja, aber Sergeant Ramirez sagt, ich sei zu groß. Das stimmt leider. Wie groß bist du? Zwei Meter Zwanzig. Dann klappt es nicht. Sie nehmen Zwerge, aber keine Riesen. Frag mich nicht warum. Im Augenblick arbeitest du als Verkäufer bei Harley, oder? Gefällt dir das nicht? Ich glaube, ich kann was besseres machen. In der Schule habe ich psychologische Tests gemacht. Mein IQ ist höher als der von Einstein. Dann solltest du nicht zur Polizei gehen, mein Junge. Er lächelte bei diesen Worten. Was interessiert dich denn sonst noch? Die Psychologie. Ich habe in einer psychiatrischen Klinik in Montana gearbeitet. Das ist eine für die Gesellschaft nützliche Arbeit. Ich werde vielleicht studieren. Das wäre eine gute Idee. Aber wenn du Kriminal Psychiatrie studierst, werden wir uns nicht mehr sehen können. Ich habe nirgends so viele Flaschen gesehen wie dort. Für sie sind die Bullen Fossilien. Sie denken unsere Intelligenz sei zwischen dem Leder unseres Holsters und im Stahl unserer Pistole eingeklemmt. Das kommt daher, dass sie alle Patienten auf Biegen und Brechen in eine Schublade stecken wollen. Sie lassen der Individualität keinen Spielraum. In der Psychiatrie ist, soviel ich weiß, jeder Fall einzigartig. Aber sie wollen ihn stets auf ein genau definiertes Krankheitsbild zurückführen. In der Kriminalpathologie ist es noch schlimmer durch das Problem der Verantwortung und des Teufels, der da sein Unwesen treibt. Wendy sollte auch endlich wieder studieren. Du solltest sie davon überzeugen. Nicht wahr, Wendy? Und was? Willst du dein ganzes Leben lang Zahnarzttermine vergeben? Es muss doch etwas Interessanteres geben. Stimmt's nicht, Al? Mit Sicherheit. Wendy stand auf, um uns sein zweites Bier zu holen. Wendy hat für nichts Interesse, das ist ihr Problem. Vermutlich hat das mit dem Tod ihrer Mutter zu tun. Du solltest ihren Freund sehen, er packt den ganzen Tag Gemüse aus. Wenn er damit fertig ist, surft er. Kannst du mir sagen, was das für einen Sinn haben soll, sich auf ein Brett zu stellen und sich von einer Welle antreiben zu lassen? Wenn ihm noch Zeit bleibt, besucht er Wendy und sie hören Musik. Dieser Typ tut dir nicht gut. Ich weiß nicht, ob gut noch schlecht. Beides würde eine zu große Anstrengung verlangen. In seinem Alter war ich im Pazifik und tötete Japse. Mein Vater tötete Deutsche. Wo war er? In den Special Forces von Fort Harrison in Montana. Wie wurden sie noch gleich genannt? Die Teufelsbrigaden. Genau. Er hat bestimmt Schlimmes erlebt. Bei so einem Vater wundert es mich nicht, dass du direkt bist. Wendy kam mit dem Bier zurück. Wenn niemand auf die komische Idee kommt, jemanden zu töten, könnten wir doch am Wochenende mit dem Motorrad in den Süden fahren. Was meinst du? Ich hätte am liebsten einen Freudensprung gemacht, doch der Gedanke, dass Wendy dabei wäre, hielt mich davon ab. Auch wenn sie ein tolles Mädchen war, mit schönen Augen und feinen Gesichtszügen, zog sie mich nicht an. Doch zu spüren, dass ihr Vater mir vertraute, gab mir eine wahnsinnige Befriedigung. Wir verabschiedeten uns nach dem vierten Bier. Mein Bewährungshelfer kreuzte eines Morgens wie gewöhnlich ohne Vorwarnung auf, bevor ich meine Wohnung verließ, um zur Arbeit zu gehen. Sein unerwarteter Besuch glich einer Hausdurchsuchung, die ihm eine boshafte Freude bereitete. Sorgfältig suchte er jeden Quadratzentimeter nach Alkoholflaschen und Drogen ab. Ich trank niemals allein und erst recht nicht zu Hause. Als er unverrichteter Dinge gehen wollte, bat ich ihn ein Gutachten zu schreiben, damit meine bedingte Freilassung aufgehoben würde. Er erwiderte, er werde sehen, was er tun könne, mit der unentschlossenen Miene eines Typen, der fürchtet, einen Kunden zu verlieren. Was ich als bester Harley-Verkäufer des Monats verdiente, reichte nicht aus, um meine Kosten zu decken. Ich war ständig unterwegs und das herumfahren verbrauchte Benzin. Die Spritztouren auf den Campus in meinem Wagen kosteten mich ein Vermögen. Aber nicht mehr als meine Obsession nachts mit dem Motorrad loszubrausen, wenn ich nicht die abend im Jury damit verbrachte, literweise Wein zu trinken. Merkwürdigerweise gab das Trinken mir das Gefühl, dass es mich daran hinderte, eine Riesendummheit zu begehen. An den Abenden, an denen ich es schaffte, trocken zu bleiben, brauste ich über die Straßen Kaliforniens bis an die Staatsgrenzen, ohne sie jemals zu überschreiten, weil meine bedingte Freilassung davon abhing. Am Tag zu fahren, hätte einen ganz normalen Menschen aus mir gemacht. Nachts entlastete mich die Fahrerei von mir selbst und gab mir ein Gefühl von Macht und Freiheit. Ich reizte die Grenzen meiner Kräfte aus und kehrte bei Tagesanbruch erschöpft mit stierem Blick und wie in Ekstase zurück. Mir blieb gerade mal Zeit, mich umzuziehen, mich zu rasieren und meinen Schnurrbart zu schneiden, bevor ich die Harley-Filiale öffnete. Die Spritztouren mit Deweigan fanden Sonntag statt, wenn der Dienst, Er liebte es, hinter Monterey weiter nach Süden zu fahren. Wir fuhren bei Tagesanbruch los. Ich transportierte die Sandwiches und das Bier in meinen Satteltaschen aus Büffelleder. Er, Wendy. Deweigan ließ sie manchmal hinter mir Platz nehmen, seit ich ihm zu gefallen in einen Soziussattel investiert hatte. Manchmal machten wir auf der Rückfahrt Halt in Carmel. Ich war noch nie in Santa Barbara oder in Beverly Hills gewesen und konnte mir die Existenz solcher Enklaven nicht vorstellen, in denen die Mächtigen in einer stillen Gemeinschaft leben und wo es nicht mehr darum geht zu leben, sondern friedlich in einer Atmosphäre ausgestopfter Tiere alt zu werden. Die Spaziergänge auf der kleinen Straße, die am Strand entlang führte, warfen uns unverhohlen beunruhigte Blicke zu. Das Städtchen mit seinen Häusern und winzigen Gärtchen, für deren stellte eine frostige Gleichgültigkeit zur Schau. Trotzdem parkten wir unsere Motorräder am Strand, um im Meer zu baden und in einer windgeschützten sandigen Ecke Würstchen zu grillen. Dewey schlief nach dem zweiten Bier auf seinem Badetuch ein. Wendy legte sich in die Sonne. Ich lehnte mich im Schatten an die Steinmauer der Küstenstraße und beobachtet ein paar prächtige Segeljachten, die auf dem Meer kreuzten. Wendys Freund war nicht zu unserem Ausflug eingeladen. Es war offensichtlich, wem Dewey den Vorzug gab, aber ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte, um ihn nicht zu enttäuschen. Für ihn gab es niemanden, der geeigneter wäre als ich, um seinen Schatz zu beschützen. Und das Vertrauen zwischen uns wurde mit jedem Tag größer. Auch Wendy gab mir, gelinder ausgedrückt, Zeichen ihrer Freundschaft. Ich hatte durchaus Gefühle für Wendy, doch ich begehrte sie nicht. Als sie mich das erste Mal küsste, verkrampfte ich mich, ohne es mehr anmerken zu lassen. Anschließend schlang sie stumm ihre Arm um mich. An dem Tag, an dem sie versuchte, etwas weiter zu gehen, wies ich sie zurück unter dem Vorwand, ich beabsichtige sie zu heiraten, und meine Prinzipien würden mir verbieten, verständnisvoll. Wir bildeten daraufhin ein schönes Paar, um einen Autor zu zitieren, der mir damals gänzlich unbekannt war, doch dieses Bild würde nur von kurzer Dauer sein, denn früher oder später würde Dewegan erfahren, dass ich mein Motorrad und wir brausten zwischen den Feldern dahin, auf den kleine Mexikaner ihre gekrümmten Rücken dem Meer zu wandten. Bei Dewegan setzten wir uns wieder auf die Terrasse und tranken Bier. Das Telefon läutete. Dewegan hatte es nicht eilig dran zu gehen. Als er zurück war er aufbruchfertig gekleidet und bat mich ohne weitere Erklärung ihn mitzunehmen. Wir mussten Auf einer sandigen und bewaldeten Anhöhe hatte sich ein Menschenauflauf gebildet. Wagen und Motorräder der Polizei versperrten den Feldweg, der in eine mit Bäumen bestandene Schlucht hinab, bevor er zum Meer weiter führte. Ich folgte Dewegan mechanisch durch die Leute hindurch, im Platz auf dem grauen Sand, der mit hohem wildem Gras bewachsen war, breitete sich Asch Asch Haar aus. Es umrahmte das schöne Gesicht eines jungen Mädchens, dessen große blaue Augen ins Unendliche starrten. Sie war nackt, die Beine waren in einer ungewöhnlichen Verdrehung unter ihr angewinkelt. Ihre Darme bildeten eine widerwärtige Masse. Ich konnte an nichts anderes mehr denken als daran, wie dieses junge Mädchen zu Tode gekommen war, als wäre dies das einzige Rätsel, das auf Erden von als die Unabänderlichkeit dieses Todes und folglich die Macht des jenigen, der ihn herbeigeführt hatte. Nachdem die Aufregung sich gelegt hatte, bekamen wir die ersten Informationen. Das Mädchen war unterwegs nach San Francisco gewesen, der Rucksack, der in ihrer Nähe gefunden worden war, bezeugte es. Ein Messerstich hatte ihr Herz durchbohrt, bevor sie aufgeschlitzt worden war. Der Mörder hatte sie vor sie in seinem Wagen getötet und erst hier an Ort und Stelle aufgeschlitzt. Er gab den Befehl, Straßensperren zu errichten und nach einem Wagen zu suchen, dessen Innenraum Spuren von Blut aufweise. Deweygen bat mich, ihn zu seinem Büro zu fahren. Das Polizeipräsidium war fast leer, abgesehen von zwei Wachhabenden. Deweygen hatte sich hinter eine Glaswand zurückgezogen, die ihn von Dann streckte einer seiner Deputies, den ich aus dem Jury kannte, seinen Kopf herein, um ihm zu sagen, das Mädchen sei aus Santa Cruz. Ich sah, wie er blass wurde. Der Deputy bot sich an, ihn zu begleiten, um ihrer Familie die schreckliche Nachricht zu überbringen. Er lehnte knurrend ab. Diesmal nahmen wir einen Dienstwagen und stellten mein Motorrad im Keller des Gebäudes unter. Die Eltern des Mädchens wohnten etwas abseits der vornehmen Viertel in der Nähe eines kleinen schattigen Parks. Als wir kamen, las der Vater in einem großen Buch mit steifem Einband. Mitte fünfzig strich er sich über einen sorgfältig geschnittenen grauen Bart. Seine Frau, die uns geöffnet hatte, rief ihnen zu. Beide machten einen beunruhigten Eindruck, als sie diesen Polizisten mit dem Deweygen wusste nicht, wer sich verhalten sollte und schrie sie fast an, als er ihm sagte, er müsse ihnen etwas Schlimmes mitteilen. Er stellte mich als Hilfspolizisten vor. Der Vater war ein würdiger Mann. Er bat uns einzutreten und am Gartentisch Platz zu nehmen, während seine Frau sich die Ohren zuhielt. Deweygen stotterte ziemlich herum. Ihre Tochter, ermordet an der Küste, gefunden in einem Wäldchen. Und da er den Kummer dieser Leute nicht mehr mit ansehen konnte, begann er sie in aller Eile zu befragen, als wollte er ihrem Leid ein Ende machen. Schließlich ließen wir sie allein mit ihrem Schmerz. Die Straßensperren auf dem Highway hatten nichts ergeben. Deweygen war überzeugt, dass der Mörder aus Santa Cruz kam. Hast du eine Vorstellung, was für ein Typ das sein könnte? Meine Antwort kam instinktiv. Ich würde sagen, etwas über 30, Psychoparat, weil es sich um ein rituelles Verbrechen handelt, und die schlechte Nachricht, Mr. Deweygen, ist, dass er weitermachen wird. Wie kannst du das wissen? Ich weiß es nicht. Ich spüre es. Durch sein Verbrechen hat er eine andere Welt kennengelernt. Es ist notwendig für ihn, dieses Lustgefühl oder fünf Toten. Sie werden keine Spur von Vergewaltigung finden. Er tötet und besudelt. Aus bestimmten Gründen, deren Ursachen in seiner Kindheit zu suchen sind. Aber er wird sich irgendeine Wahnvorstellung suchen. Eine Wahnvorstellung? Ja, eine mystische Rechtfertigung oder etwas in der Art. Er hat nicht versucht, das Verbrechen zu vertuschen. Er will Öffentlichkeit. Er will, dass man davon erfährt. Er ist richtig stolz auf seine Tat. Wir werden die psychiatrischen Kliniken durchkämmen. Das Tate Hospital in Atascadero war die einzige psychiatrische Klinik, in der die gefährlichen Irren des Staates eingesperrt wurden und wenn man dort nachforschte, würde man auf meine Akte stoßen. Mir war so sehr daran gelegen, ihn zu beeindrucken, dass ich leichtsinnig wurde. Das Bild dieser leblosen Frau ging mir wochenlang nicht aus dem Kopf. Ihr Mörder hatte sich nicht damit begnügt, sie zu töten und nackt auszuziehen. Er hatte auch noch ihre Eingeweide, das Innere ihres Körpers zur Schau stellen müssen, damit die Blicke derer, die sie entdecken würden, in sie drangen. Die Bilder der jungen Studentin weckten mein Begehren. Nicht ihr geschundene Körper, gewiss nicht, sondern ihr bleiches, fast graues Gesicht und die Starrheit ihres trüben Blicks. Ich empfand keinerlei Scham. Wie kam es, dass ich keinerlei Begehren für Wendy empfand, während die Bilder dieses Mädchens, die sich in mein Gedächtnis gebrannt hatten, mich verwirrten? Ich hatte Wendy schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Um ganz offen zu sein, ich ging ihr aus dem Weg. Doch an dem Tag spürte ich, dass ich sie verlieren könnte. Die Verehrer standen Schlange, seit sie ihrem Gemüsesurfer den Laufpass gegeben hatte. Ich rief sie an, um mich für die Mittagspause mit ihr zu verabreden. Ich konnte es immer noch nicht fassen, dass eine Tote mir so sehr den Kopf verdreht hatte und wollte diese erbärmliche Erinnerung hinter mir lassen. Daher fuhr ich sofort schwere Geschütze auf. Ich möchte dich heiraten, Wendy, sagte ich. Du willst mich heiraten? Das ist dir einfach so eingefallen? Nein, ich will eine Familie mit dir gründen, Kinder kriegen, ein Wohnmobil kaufen und sorglos und unbeschwert durch die Gegend fahren. Hast du Sorgen? Nein, ich merke nur, dass unsere Beziehung dich nicht wirklich befriedigt. Von was für einer Beziehung redest du L? Du umarmst mich nie, du hältst nie meine Hand, wir sehen uns ein oder zweimal in der Woche und meist, wenn mein Vater dabei ist. Eben, ich will, dass sich das ändert. Wirst du mich deiner Mutter vorstellen? Die Frage war wie ein Peitschen Hieb. Wozu? Ich muss sie doch kennenlernen, meinst du nicht? Nein. Wir schwiegen eine Weile. Wann möchtest du mich heiraten? Ich weiß nicht, wann du willst. Ich möchte ein weißes Kleid. Glaubst du, wir können uns das leisten? Ich werde das Geld auftreiben, Wendy. Zum Glück sind wir beide katholisch. Das macht es leichter, oder? Wir setzten kein Datum fest. Ich ging zu meiner Arbeit zurück und hatte den ganzen Nachmittag mit bedauernswerten Typen zu tun, die sich geringsten Dollar in der Tasche zu haben. Als ich zusperrte, fühlte ich mich nicht gut. Und anstatt mich im Jury zu besaufen, setzte ich mich auf mein Motorrad. Ich wollte nach Oregon fahren und am nächsten Morgen wieder zurück sein. Ich fuhr auf dem Highway 101 ins Landesinnere. Ich war nie weiter als bis Klemeth Falls gefahren und träumte davon, meinen Weg bis Seattle fortzusetzen, so weit wie möglich nach Alaska hinaufzufahren. Die Grenze von Oregon zeichnete sich gegen zwei Uhr morgens ab, als die Müdigkeit mich bereits in eine Art Trance Zustand versetzt hatte, trunken vom Geräusch der Kolben und dem Übermaß an Sauerstoff. Es wurde Zeit umzukehren, doch eine höhere Macht trieb mich, diese Grenze zu überschreiten, das Verbot zu übertreten. Da mir das nachdem ich vollgetankt hatte, setzte ich meinen Weg in umgekehrter Richtung fort. Mein Vorhaben hatte seinen Reiz verloren. Es kam mir plötzlich lächerlich vor. Ich fuhr bis Pepperwood. Dort nahm ich eine Straße, die durch einen Wald von Mammutbäumen führte, deren Wipfel am Sternenhimmel zu kratzen schienen. Ich hob den Kopf, angezogen vom Sternenhimmel, als ein Dammhirsch im Licht meiner Scheinwerfer auftauchte. Ich versuchte nicht dem auszuweichen. Er kippte über mich hinweg und als ich dachte, ich wäre mit einem blauen Auge davongekommen, fand ich mich am Boden wieder. Das Motorrad lag auf der Straße und der vordere Scheinwerfer beleuchtete mich wie eine Fackel. Ich sah, dass mein Arm einen rechten Winkel bildete und mein Fuß vom Bein Abstand. Der Überraschung folgte der Schmerz, der von meinem Gefühl der Ohnmacht noch verstärkt wurde. Ich raubte auf den Seitenstreifen, um nicht überfahren zu werden, falls jemand zu so später Stunde auf die Idee kommen sollte, mit dem Auto diese Straße zu benutzen. Es tauchte nicht vor dem ersten Schimmer des anbrechenden Tages auf. Ein Förster stieg aus. Sein Gesicht zeigte keine Stalag. Dann kam er zu mir und betrachtete mich, die Hände in die Hüften gestützt. Man kann sagen, dass du ganze Arbeit geleistet hast, du bist kaum besser dran, mein Alter. Viel gebrochen? Ein Arm und ein Bein. Er beugte sich über das Motorrad und sagte, das kann ich unmöglich alleine wegschaffen und dich kann ich auch nicht in meinen Wagen laden. Schließlich beschloss er, etwa 20 Meilen entfernt Hilfe zu holen. Meine vorübergehende Unbeweglichkeit verschaffte mir eine enorme Erleichterung. Ich konnte mich für ein paar Tage von mir selbst erholen, bequem untergebracht in einem kleinen Krankenhauszimmer in Garberville. Wendy verstand nicht, warum ich mich ein paar Stunden, nachdem ich ihr die Ehe vorgeschlagen hatte, auf einer Straße an der Staatsgrenze herumgetrieben hatte. Was hast du da nur gemacht, Al? Keine Ahnung, Wendy, ich brauchte einfach frische Luft. Manchmal habe ich Santa Cruz, den Nebel, die Nähe des Meeres, ein bisschen satt. Das ist der Ruf der Straße, aber ich freue mich auch, wenn es aufhört. Das ist schon immer so gewesen, Wendy. Und wird es so weitergehen, wenn wir verheiratet sind? Keine Ahnung, Wendy, ich bin auch nie verheiratet gewesen. Und dein Vater? Ich sehe ihn kaum, er hat sehr viel zu tun. Es hat einen neuen Mord gegeben. Einen neuen Mord? Ja, ein Mädchen aus Aptis, das per Anhalter nach Monterey unterwegs war. Sie haben sie am Fuß einer Steilwand gleich hinter Carmel gefunden. Sie war aufgeschlitzt wie die Erste und in ihrer Tasche steckt eine Nachricht. Und was stand da drin? Eine Wahnvorstellung, eine himmlische Stimme habe ihm befohlen, Elf Frauen zu opfern, um Nordkalifornien vor den Erdbeben zu bewahren und Ertou nichts anderes als dieser Weisung zu folgen. Wann kommst du zurück, El? In zwei Wochen, wenn meine Mutter mir etwas Geld schickt. Kurz nach der Operation, bei der man meinen Arm und mein Bein gerichtet hatte, besuchte mich der Sheriff. Er wirkte beunruhigt. Du bist also bedingt freigelassen? Schwierig es zu leugnen. Du wolltest nach Kanada fliehen? Fliehen? Wovor? Das frage ich dich. Bist du sicher, dass du keine Dummheit gemacht hast, bevor du losgefahren bist? Ja, warum fragen sie mich das? Weil in der Gegend, aus der du kommst, von einem Frauenmörder gesprochen wird. Ich weiß Bescheid. Ich kenne den Chef der Kriminalpolizei von Santa Cruz. Ich werde seine Tochter heiraten. Übrigens habe ich ihn an den ersten Tatort gefahren. Und wenn es sie interessiert, am Tag des Verbrechens waren wir, er, seine Tochter und ich mit dem Motorrad an der Küste von Carmel unterwegs. Ich spürte, dass ihn das beruhigte. Du hast ein ganz schönes Strafregister für dein Alter, verstehst du? Ich habe Leute getötet, die mich unterdrückten und habe mich gestellt, das ist etwas anderes als Unbekannte zu töten und Nachrichten bei den Leichen zu hinterlassen. Er spürte, dass er mich mit seinem ungeschickten Versuch mir diese Verbrechen anzulasten verärgert hatte und kam nie mehr darauf zurück. Zu der Zeit, da ich den Unfall hatte, drehte ich mich im Kreis. Als ich erfuhr, dass die Straße, auf der ich meinen Unfall gehabt hatte, Avenue of the Giants hieß, sah ich darin ein Zeichen, auch wenn dieser Name sich nur auf die Mammutbäume bezieht, die sie säumen. Die Geldnot, in die mein Unfall mich stürzte, zwang mich wieder bei meiner Mutter zu wohnen. Mein Chef hatte mir gekündigt, obwohl er mich mochte. Denn er hatte erfahren, dass ich durch die Nacht gerast nicht bezahlen könne, dass ich gefeuert worden sei und dass ich meine Wohnung nicht behalten könne. Sie blieb scheinbar ruhig und sagte, sowas passiert eben Leuten wie dir, El, ein langer Sturz ins Nichts. Du wirst nur so lange bei mir wohnen wie unbedingt nötig. Glaubst du etwa, ich durchschaue dein Spiel nicht? Ich weiß, dass du davon träumst, dich bei mir einzunisten, der einzige Mann meines Lebens zu werden und die anderen auf Abstand zu halten. Ihr Haus in Äbtes hatte keine bessere Aura als das in Monterna. Alles in dieser Bude war trostlos, altmodisch, geschmacklos. Die Katzen waren die uneingeschränkten Herrscher und ihr Geruch überlagerte alle anderen. Durch die zu wenigen Schiebefenster mit ihren kleinen Scheiben kam zu wenig Ich wohnte allein im oberen Stockwerk, das ich nicht verlassen konnte, solange mein Bein mir nicht erlaubte, die Außentreppe hinunter zu steigen. In den eineinhalb Monaten meiner Rekonvaleszenz begnügte sie sich damit, mir das Essen vor die Tür zu stellen, ohne auch nur einmal mit mir zu sprechen. Dewegan wurde regelmäßig von Wendy informiert, wie es mir ging. Er mochte mich immer noch, obwohl er nicht verstand, warum ich mich mitten in der Nacht im Norden fast zu Tode gefahren hatte. Wendy konnte nicht zu mir kommen. Sie hatte kein Auto und Autostop zu machen war zu jener Zeit nicht gerade zu empfehlen. Nach einer Zeit konnte ich mich wieder auf mein Bein stützen. Mein Arm, der an drei Stellen gebrochen war, blieb noch einen guten Monat länger in Gips. Arbeit zu suchen war mir noch nicht möglich, doch ich war im Stande zu fahren. Ich nahm meine Ausflüge im Fort Galaxy wieder auf. Ich musste reden, mich mit anderen unterhalten. Es hatte weitere Morde gegeben. Das hatte ich aus umgebracht, ohne sie vorher als Anhalter mitgenommen zu haben. Die kollektive Angst ist wie das Erschrecken der Pferde, spektakulär und schnell vergessen. Die Studentinnen, die in mein Wagen stiegen, waren zögerlicher als noch zwei Monate zuvor, doch ihre Befürchtungen hielten der Aussicht auf einen anstrengenden Fußmarsch von zwei oder drei Meilen in die Stadt nicht lange stand. Ich ging jetzt den Mädchen der Protestbewegung zentrierte mich auf die kleine Spießbürgerin. Ich war verlobt mit Wendy, weshalb diese Mädchen tabu für mich waren, aber gerade das machte vermutlich den Unterschied, den Reiz aus. Die einzige Gelegenheit für mich sie zu treffen war, sie als Anhalterin mitzunehmen. Manchmal setzte ich mich etwas abseits an den Strand und bewunderte ihre braun gebrannten Schultern über die glänzendes Haar fiel. Die Berliner Mauer war vermutlich leichter zu überwinden als die jenige, die mich von diesen Geschöpfen trennte. Wir lebten zur selben Zeit und an denselben Orten und dennoch wären wir uns nie begegnet, wenn ich nicht Initiative ergriffen hätte. In meinem Wagen stellte ich ihnen eine Menge Fragen über ihre Erwartungen an das Leben, ihre Hoffnungen, ihre Ängste. Es faszinierte mich, dass sie von nichts zurückschreckten, dass sie glaubten, ihr Leben sei schnurgerade vorgezeichnet wie eine Eisenbahnschiene. Sie ließen niemals zu, dass ich in irgendeiner Weise Ernüchterung in ihnen breitmachte. Zwischen Universität und Strand hielten Dutzende von Mädchen dieser Art mein Interesse am Leben wach. Dewegan hatte abgenommen. Der Gedanke an die nächsten Opfer ging ihm nicht aus dem Kopf. Seit Beginn der Mordserie waren keinerlei Hinweise über den Täter aufgetaucht. Er machte keinen Fehler. Sein Aktionsradius beschränkte sich auf die Küstenregion, obwohl er die Leichen niemals ins Wasser warf. Warum tut er es nicht? Ich saß Dewegan auf seiner Terrasse gegenüber. Wendy verspätete sich und das machte ihn nervös. Die Vorstellung, dass das Meer die Leichen angreift, muss ihm missfallen. Das Aufschlitzen, das so etwas wie seine Signatur ist, wäre dann möglicherweise nicht mehr so eindeutig. Er tötet schnell und legt die Leiche ab, ohne sie zu verbergen, in der Absicht, dass sie zugänglich ist und in dem Zustand gefunden wird, in dem er sie zurückgelassen hat. Das ist alles, was man über ihn weiß. Das reicht nicht für ein Phantombild. Er liebt die Frauen nicht. Er hat ein großes Problem mit ihnen. Das Problem mit seiner Mutter muss massiv sein. Aber das reicht nicht. Da ist noch etwas anderes, sehr Persönliches, das nur schwer zu fassen ist, wenn man ihn nicht kennt. Kann ich offen sprechen, Mr. Deweygen? Natürlich. Er ist ein verkappter Homosexueller. Es gelingt ihm nicht, es auszuleben. Daher rächt er sich an den Frauen und schlitzt sie auf. Der Bauch hat eine Bedeutung. Verstehen Sie, was ich meine? Die Verdrängung muss ziemlich massiv sein, vermutlich von Seiten seines Vaters. Ein Berufssoldat oder ein Unternehmer, würde ich sagen, obwohl ich kein Experte bin. Damit wir uns richtig verstehen, Mr. Deweygen. Ich verfüge nicht über das Fachwissen um. Ich weiß, rede weiter. Ich würde sagen, er ist ein junger Mann, der bis zu einem bestimmten Alter sehr brillant und entsprechend erfolgreich gewesen ist. Und dann war plötzlich Schluss. Sie werden ihn sehr viel eher in den vornehmen Vierteln finden, als in einer Baracke. Ich habe es Ihnen ja bereits erklärt. Er hat zwangsläufig eine gewisse deiner ausgeprägten psychischen Störung. Was noch? Nichts. Doch, er ist vollkommen subjektiv. Das muss ich ausdrücklich betonen. Und er ist vermutlich eher klein. Ich würde sogar sagen ungewöhnlich klein. Nein, nur kleiner als der Durchschnitt. Genug, um einen Komplex zu entwickeln. Er ist kein guter Kunde für Sie. Er ist sehr organisiert aufgrund seiner überlegenen Intelligenz. In diesem Augenblick kam Wendy zurück, unbekümmert wie immer. Dewey entsprang auf. Verdammt noch mal, wo bist du gewesen? schrie er. Ich hatte nie erlebt, dass er seine Tochter so anging. Wendy ließ sich nicht aus der Fassung bringen und erwiderte, ich habe mit Tay Norton ein Eis auf dem Anlegesteg gegessen. Glaubst du, das ist der richtige Moment, sich herumzutreiben? Dieser Typ würde sich niemals an der Tochter des Chefs der Kriminalpolizei vergreifen? Ist es nicht so, Al? Ich setzte mein Experten Gesicht auf und sagte, ich denke nicht. Auch Dewey Wut hatte sich mittlerweile weitgehend in Erleichterung verwandelt. Er ließ uns allein und ich ging mit Wendy auf ihr Zimmer. Wir hörten Radio. Ich bekam buchstäblich kaum Luft, wie immer, wenn ich mit ihr allein war. Sie lehnte ihren Kopf an mich, doch ich fand ihn zu schwer und schob ihn sanft von mir. Wir müssen über diese Heirat reden. Was ist los mit dir, El? Immer wenn du mich zurückstößt, sprichst du von Heirat. Deine Handlungen widersprechen deinen Worten. Es wird keine Heirat geben, El. Das weißt du besser als ich. Du magst mich und du versuchst den Mangel an echter Liebe Ich kann nicht ohne dich leben, Wendy. Sie begann im Zimmer hin und her zu laufen, dann drehte sie sich jäh zu mir um und starrte mich an. Du bist ein toller Kerl, El. Du bist sehr intelligent, du siehst ziemlich gut aus und hast eine beruhigende Wirkung, wenn du dir Mühe gibst. Aber du empfindest keinerlei Begehren. Warum? Immer wenn ich mit meinem Körper von Begehren spreche, sprichst du von Heirat und wirst steif wie eine Wachsfigur. Ich bin nicht so dumm, wie es den Anschein hat, El. Hast du mit deinem Vater darüber gesprochen? Worüber? Über all das? Nein, denn ich habe das Gefühl, dass er für dich wichtiger ist als ich. Ohne ihn würdest du vergessen, mich zu besuchen. Wir verbrachten die nächste Stunde schweigend. Schließlich ging ich. Ich fuhr zu meiner Mutter, um zu schlafen. Sie schlief wohl schon seit einiger Zeit, denn in ihrem Zimmer, das auf die Straße ging, brannte kein Licht. Ich stieg die Treppe hinauf, die ins obere Stockwerk führte, und ein heftiges Verlangen überkam mich, sie zu wecken und zu schütteln, um mir Fragen zu stellen. Ich war kurz davor, es zu tun, besann mich dann aber und legte mich schlafen in dem seelenlosen Zimmer, das meines geworden war. Ich hatte mich gerade hingelegt, als der Nachbar aufstand, um am Motor seines Wagens ein alter brauner Pontiac, der ebenso altmodisch wie ein Küchentisch war, herumzubasteln. Gegen fünf Uhr morgens begann er, mit einem Hammer auf dem Anlass herumzuschlagen und meine Nacht war zu Als ich an meinem Wagen war, bemerkte ich, dass ich kein Geld hatte. Die Tür des Erdgeschosses war verschlossen und meine Mutter hatte mir keinen Schlüssel dafür gegeben. Ich nutzte den Krach, den mein Nachbar verursachte, um eine Scheibe des Küchenfensters einzuschlagen und einzusteigen. Aus unerklärlichen Gründen befand sich ein schönes Bündel Zehn-Dollar-Scheine in der Tasche meiner Mutter. Ich nahm die Hälfte und ging auf dem selben Weg wieder hinaus, auf dem ich hineingekommen war, doch dann kamen mir Bedenken. Ein normaler Einbrecher hätte nicht die Hälfte des Bündels in der Tasche gelassen, daher kehrte ich noch einmal zurück und packte alles bis auf den letzten Cent. Ich benutzte die ersten Dollar, um Wendy zwei Platten zu schenken und zum Mittagessen einzuladen. Ich wartete vor dem Haus, in dem sie arbeitete, ich fühlte mich wirklich elend, doch ich ließ es mir nicht anmerken. Ich führte sie in ein Restaurant der Ecke der Beach Street und der Hafenmole. Ich erklärte Wendy, dass ich meine Mutter endgültig verlassen und für zwei oder drei Tage verschwinden würde. Ich erzählte ihr von einer Anzeige von Green Giant, die ich in der Zeitung gelesen hatte. Ich fuhr sie zur Arbeit zurück und wir verabredeten uns für den übernächsten Tag am selben Ort und zur gleichen Zeit. Wendy schien überglücklich, dass ich meine Lebenslust und meine Energie wiedergefunden hatte. Am Nachmittag begann es zu regnen. Eine solche Chance konnte ich mir nicht entgehen lassen. Während ich in die Stadt hinunterfuhr, bemerkte ich zwei Mädchen, wie ich sie liebte. Sie liefen nebeneinander unter demselben Regenschirm die Straße entlang. Als ich mich langsam näherte, drehte sich eine von ihnen um, lächelte und hob den Daumen, als wollte sie sagen, sie können doch zwei schöne junge Mädchen aus guter Familie nicht so durch den Regen laufen lassen. Die Dunkelhaarige hatte sichtlich keine Lust per Auto Stopp zu fahren, doch sie konnte sich dem spontanen Impuls ihrer Freundin einer Blondine mit bezaubernd Die Dunkelhaarige setzte sich in den Fond auf den Sitz ohne Fenster und Tür. Die Blondine machte sich neben mir bequem und ihre Bemühungen mich zu bezaubern waren mit einem Mal wie weggeblasen. Einen Augenblick dachte ich sogar, sie wolle mich ihr erstes Lächeln büßen lassen. Ihr Ziel überraschte mich nicht, sie waren nicht die Sorte Mädchen, die auf dem Vergnügungspark lebte. Eine gute Anfordert wurde, vor einer psychiatrischen Kommission zu erscheinen, die meine Akte neu bewerten, meine bedingte Freilassung beenden und eventuell mein Strafregister löschen sollte. Ich würde eine Art Normalitätsprüfung ablegen. Die Kommission trat in San Francisco zusammen und dorthin begab ich mich am nächsten Tag. Vor mir saßen drei Experten, drei alte Männer kurz vor der Pensionierung. Sie studierten sorgfältig meine Akte. Ihre Minen waren völlig ausdruckslos. Sie kamen sofort auf meine Mutter zu sprechen. Ich erzählte von ihrer Stelle an der Universität, von dem Motorradunfall, der mich vorübergehend gezwungen hatte, mich ihr wieder anzunähern. Unsere Nähe schien sie zu beunruhigen. Ich nutzte die Gelegenheit, um ihnen zu erklären, dass ich sehr mit meiner Entlassung und der Löschung meines Strafregisters rechne, gerade um mich einer glatzköpfiger. Ein bisschen Geld verdienen, um Kriminologie studieren zu können. Er lächelte und drehte sich zu seinen Kollegen um. Interessant und warum? fragte er. Es gibt da gewisse Mechanismen, die mich faszinieren und um ganz offen zu sein, ich werde die Tochter des Chefs der Kriminalpolizei von Santa Cruz heiraten. Ich arbeite schon jetzt mit ihrem Vater an einem Fall zusammen. Verzeihen Sie mir, aber ich denke, die Tatsache, dass man getötet hat, verleiht einem eine echte Legitimation auf diesem Gebiet, vor allem, was die Einsicht in das Phänomen des Übergangs zur Tat betrifft, das für einen Anfänger immer ein Geheimnis bleiben wird. Die drei Alten nickten. Ich hatte ihnen offenbar überzeugende Argumente geliefert. Ich verhehle ihnen nicht, dass ich mich trotz meiner Größe, die mich von vornherein disqualifiziert erkundigt habe, um in die Polizei einzutreten. Es ist offensichtlich, dass dies, solange ich ein so beachtliches Strafregister habe, unmöglich ist. In Wirklichkeit würde ich gern die Tat vollkommen auslöschen können, der meiner Ansicht nach damals ein plötzlicher schizophrener Wahn zugrunde lag. Haben Sie seitdem ähnliche Symptome gehabt? Sie meinen, den Drang zu morden? Nein, nie, aber ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass ich meine Tat unterschätze. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an sie denke. Das macht aus mir nicht einen normalen Menschen und dieses absolute Verbrechen, das der Mord darstellt, ist nicht leicht auszulöschen. Die drei Kommissionsmitglieder beobachteten mich aufmerksam und ich konnte in ihren Augen erkennen, dass sie wirklich zufrieden waren. Ich denke weiterhin, dass sie sich unbedingt von ihrer Mutter entfernen müssen, sagte derjenige, der den Vorsitz führte. Das ist eine Frage von Tagen, Doktor. Mein Motorradunfall hat mich zu ihr zurückgetrieben, aber es ist völlig ausgeschlossen, dass ich bei ihr bleibe. Der Vorsitzende sah seine beiden Beisitzer an und sagte, Hören Sie mit dem Motorradfahren auf, Kenner, das ist unser Rat. Was alles Übrige betrifft, so scheinen Sie mir auf dem besten Weg zu sein. Der Vorsitzende schenkte mir ein breites Lächeln. Wir werden dem Richter eine Rückkehr ins normale Leben empfehlen, keine bedingte Freilassung mehr und ein blütenweißes Strafregister. Warum besuchen Sie mich schon wieder, Susan? Herr Fall, ich denke, Sie sollten nicht aufhören zu lesen. Dass Sie nicht mehr für die Blinden lesen, ist eine Sache, aber nicht mehr für sich selbst, das glaube ich nicht. Sie holt zwei Bücher aus ihrer Tasche und legt sie auf den Tisch, ein Cormac McCarthy und eine Neuausgabe von Erzählungen Hemingways. Wie steht es mit ihrer Verlegung? Nach Angola? Er lacht leise. Es wird niemals eine Verlegung nach Angola geben. Ich habe lediglich eine Reportage über dieses Gefängnis gesehen und mir gesagt, es wäre schön, dorthin zu gehen, um sich umzubringen. Und warum sollte man meiner Verlegung nach Louisiana zustimmen? Ich habe meine Strategie geändert. Ich habe erneut um meine bedingte Freilassung ersucht, aber ich wüsste nicht, was ich draußen tun könnte. Ich habe seit bald 50 Jahren den Anschluss an jeden technischen Fortschritt verloren. Die Freiheit ist mir genauso recht wie die Haft. So wie mir das Leben genauso recht ist wie der Tod. Ich bin in einem Zustand, in dem mir alles recht ist und nichts mich befriedigt. Wenn Sie daran denken, hier heraus zu kommen, ich werde da sein, aber warten Sie nicht zu lange, wir sind beide um die 60. Er lacht. Glauben Sie etwa, ich würde dieses Gefängnis verlassen, um es jeden Tag mit einer Frau wie Ihnen zu treiben, die einmal Hippie war? Ich glaube, da ziehe ich doch das Gefängnis vor. Sein Gelächter wird immer heftiger. Susan lässt sich davon anstecken. Es ist das erste Mal, dass sie zusammen lachen. Ich treff Wendy wieder, als sie aus der Zahnarztpraxis kam, in der sie arbeitete. Wendy war nicht wie sonst, sie wirkte wie und als sie mein erstauntes Gesicht sah, fügte sie hinzu, er will dich sofort sehen. Was ist los, Wendy? Das kann ich dir nicht sagen. Wir essen zu Mittag und dann gehst du zu ihm ins Büro. In sein Büro kannst du mir nicht etwas mehr verraten? Ich habe versprochen, dir nichts zu sagen, aber ich glaube, du kannst mich getrost zu einem guten Mittagessen einladen. Er telefonierte aufgeregt, als ich mich seinem Büro näherte, doch er machte mir ein Zeichen einzutreten. Das war der Bürgermeister, sagte er, nachdem er aufgelegt hatte. Setz dich. Wir suchen dich seit vierundzwanzig Stunden. Wo warst du? Ich hätte fast ein Vorführungsbefehl erlassen. Du wirkst völlig fertig. Schläfst du nicht? Selten, aber ausreichend. Ich wollte dich sehen, weil ich dir einen Job anbieten will. Bei der Polizei? Nicht ganz, aber genauso gut. Ich habe meine Vorgesetzten überzeugt, dass wir schwach in psychologischer Analyse sind und dass es für uns von großem Nutzen sein könnte, eine Hilfskraft auf diesem Gebiet hinzuzuziehen. Ich muss dazu sagen, dass du mir sehr geholfen hast, sie zu überzeugen. Und wie? Vorgestern hat unser Täter am späten Nachmittag versucht, ein Mädchen in der Nähe von Palo Alto zu entführen. Doch in dem Augenblick kam ein Wagen. Der Killer hat von seinem Opfer abgelassen und ist im Auto geflohen. Der Fahrer hat sich sein Kennzeichen gemerkt, so dass wir ihn identifizieren konnten, Jeff McMullen. Ich freue mich für Sie, Mr. Dewegan, aber was habe ich damit zu tun? Dieser Typ war in einer psychiatrischen Klinik, wie du gesagt hattest, er war infolge eines Anfalls von Wahnsinn interniert worden, der durch den Unfalltod seines besten Freundes ausgelöst worden war. Den Psychiatern zufolge war McMullen in seinen besten Freund verliebt. Er ist also ein verkappter Homosexueller. In der Klinik ist er sehr gefährlich geworden. Er wurde auf akute Schizophrenie behandelt. Haben Sie ihn verhaftet? Noch nicht. Er ist nicht in seine Wohnung zurückgekehrt. Ich denke, er fährt herum. Was mich beunruhigt, ist, dass man nicht weiß, ob er arbeitet und wovon er lebt. Ich denke, dass er sehr viel unterwegs ist und ein Meister darin, sich zu verstecken. Trotzdem werden wir ihn bald haben. Jedenfalls hast du ein bemerkenswert zutreffendes psychologisches Profil von ihm entworfen. Das hat aber nicht dazu geführt, ihn zu und das genügt mir, um dir einen Job als Ermittler anzubieten. Was McMullen betrifft, kommen wir allein zurecht. Aber wir haben mehrere Fälle verschwundene Personen in der Region, in denen wir den Familien keine befriedigenden Erklärungen geben können. Wir denken, dass die Betreffenden von zu Hause weggelaufen sind. McMullen gehört nicht zu der Sorte Killer, die töten und die Leichen anschließend verstecken. Auch gemeldet, aber da McMullen gegen 16 Uhr in Palo Alto identifiziert wurde, als er ein junges Mädchen entführen wollte, würde es mich wundern, wenn er zur selben Zeit auf dem Campus von Santa Cruz gewesen wäre, wo die beiden Mädchen zum letzten Mal gesehen wurden. Wenn du einverstanden bist, morgen früh anzufangen, werde ich dich zu ihren Eltern begleiten und dir die Ermittlungen übertragen. Es ist an dir herauszufinden, ob sie die Sorte von Mädchen sind, die von zu Hause ausreißen. Du wirst feststellen, dass die Eltern häufig ein Bild von ihren Kindern haben, das nicht der Realität entspricht. Was dein Gehalt und den damit verbundenen Papierkram betrifft, wende dich an Debbie Watson. Das ist die kleine grauhaarige Frau im Eingang neben der Tür. Das wärs mein Junge. Er stand auf, um mich zur wegen deiner besonderen Qualitäten, Al. Wenn deine Absichten mit meiner Tochter ernst gemeint sind, dann prahle nicht damit meinen Männern gegenüber. Deine Anstellung könnte als Vetternwirtschaft ausgelegt werden. Und das ist nicht meine Art, okay? Okay. Irgendwas nicht in Ordnung, Al? In meinem Kopf tobte plötzlich ohne Vorwarnung ein Sturm. Ich habe gestern zwei Mädchen auf dem Campus als Anhalterin mitgenommen. Ich mache das oft, um ihnen unangenehme Begegnungen zu ersparen. Aber ich habe sie auf dem Gebiet der Universität wieder rausgelassen. Es kam mir ungelegen, sie ins Zentrum zu fahren. Das macht dich zum Verdächtigen Nummer eins, sagte Deweygen. Dann lachte er, bevor er fortfuhr. Sollten es die Mädchen gewesen sein, von denen wir sprechen? Hast du irgendetwas Besonderes bemerkt? Nein, es waren Mädchen aus guter Familie, die ständig redeten, als würde Schweigen arm machen. Glaubst du, jemand hätte ihre Schwäche ausnutzen können? Woher soll ich das wissen? Der Nachmittag war bereits fortgeschritten, als ich zum Campus fuhr, um meine Mutter zu besuchen. Ich musste mit ihr reden. Das Verwaltungspersonal kam pünktlich heraus, doch meine Mutter war nicht darunter. Als ich schon wieder fahren wollte, hörte ich Schritte hinter mir. Sally Enfield, eine Kollegin, mit der meine Mutter befreundet war, kam auf mich zu. Suchst du deine Mutter? Die Frage verdiente keine Antwort. Sie liegt im Bett? Seit wann? Seit eine große Geldsumme aus ihrer Tasche verschwunden ist. Sie betrachtete ihre Füße. Es ist Geld, das sie schuldete. Ihr droht eine Gehaltspfändung. Und solange diese Drohung über ihrem Kopf schwebt, traut sie sich nicht, sich hier sehen zu lassen. Du hast keine Idee, wer es ihr gestohlen haben könnte? Sag, du bist es nicht gewesen, Al. Ich bin gerade in die Polizei eingetreten. Das ist wohl kaum der richtige Augenblick meiner Mutter, Geld zu stehlen. Du solltest sie vielleicht besuchen, um sie etwas aufzumuntern. Ich lachte schallend. Um ihr als Fußabtreter zu dienen vielleicht, aber um sie aufzumuntern. Sie mag sich schämen, das kann vorkommen, aber Niedergeschlagenheit, das ist ein Begriff, der nicht zu ihr passt. Ich will sie nicht mehr sehen. Ja, aber warum denn? Sagen sie ihr, dass ich Arbeit gefunden habe, dass ich noch zwei Wochen bei ihr schlafen werde, um finanziell wieder auf die Beine zu kommen, danach wird sie nie mehr von mir hören. Ich habe jetzt Arbeit und ich denke daran zu heiraten. Ein normales Leben zu führen, ohne sie. Ich stieg in meinen Wagen, ohne noch etwas hinzuzufügen und fuhr los. Eines der beiden Mädchen, deren Fall Dewegan mir übertrug, stammte aus Santa Cruz, die Andros Sacramento. Die Eltern Estra wohnten drei Häuser von McMullens Erstem Opfer entfernt, in Richtung Meer. Dewegan fuhr langsam. Er war am Rande der Erschöpfung, doch seine kräftige Konstitution eines Iren verhinderte, dass er zusammen klappte. Dewegan holte Fotos der beiden verschwundenen Mädchen aus der Tasche seiner Jacke und legte sie mir auf die Knie. Du hast mir doch erzählt, du hättest an dem Tag zwei Studentinnen als Anhalterin mitgenommen. Ich warf nur einen kurzen Blick auf die Fotos. Das sind sie nicht. Keinerlei Ähnlichkeit, auch eine blonde und eine dunkelhaarige, aber anders. Schade, das hätte uns Zeit erspart. Ich kann mich nicht allzu lange mit ihnen aufhalten. Ich stelle dich den Eltern vor und lasse dich dann mit ihnen allein. Ich muss diesen Scheißkerl Mac Malen schnappen. Glaubst du, er könnte es wieder tun? Ich denke, er wird versuchen, sich zu verstecken. Er hat das alles getan, um seinem Vater eins auszuwischen. Es muss ihn mit Befriedigung erfüllen, ihm ein schlechtes Gewissen gemacht zu haben, jetzt, da sein Name in aller Munde ist. Wo wird er sich verstecken? Wo ist er her? Aus Salinas? Zu klein. Er ist bereits in den Süden nach L.A. unterwegs oder in den Norden nach San Francisco. Ich würde schätzen San Francisco. Wir haben heute morgen erfahren, dass er sein Bankkonto in Salinas abgeräumt hat. Ein hübsches Sömmchen. Sie sollten ihn unter den Gays suchen. Es ist möglich, dass seine Morde ihm helfen, seine Neigung zu akzeptieren. Ich denke nicht, dass er wieder Mädchen eines nach dem anderen töten wird. Die Villa der Dahls musste ihre Besitzer einen schönen Batzen gekostet haben. Im oberen Stockwerk öffneten sich große Fenster aufs Meer. Dugin stellte mich den Dahls als Detektiv vor, den die städtische Polizei der Abteilung, die sich um verschwundene Personen kümmert, beigeordnet habe. Der Vater war ein großer, noch jugendlicher Typ. Das Verschwinden seiner Tochter hatte sein Vertrauen zu ihr nicht auch nur in Erwägung zu ziehen, dass ihrer Tochter etwas geschehen sein könnte. Sie denken, unsere Tochter sei von zu Hause weggelaufen, aber das ist ein Verhalten, das in absolutem Gegensatz zu ihrem Wesen steht, Captain. Dugin hatte nicht die Kraft zu diskutieren. Er stand auf und erklärte, ich würde ihnen zur Verfügung stehen und er werde den Fall aufmerksam verfolgen. Bevor er ging, sagte Dugin Jedenfalls kann ich Ihnen garantieren, dass das Verschwinden ihrer Tochter nichts mit dem Killer zu tun hat, nachdem wir fanden, es war ihm faktisch nicht möglich, auf dem Campus zu sein, als ihre Tochter und ihre Freundin verschwunden sind. Dennoch werden wir allen Spuren nachgehen, seien sie dessen versichert. Mrs. Dahl servierte uns Kaffee. Ich habe vor allem eine psychologisch, um nicht zu Klinik in Montana gearbeitet, bevor ich in die Ermittlungsabteilung hier eintrat. Was ihre Tochter betrifft, scheint mir die Hypothese eines dramatischen Ereignisses sehr unwahrscheinlich und sie selbst sind sicher auch sicher, dass ihre Tochter ihrem Wesen nach nicht zu denen gehört, die von zu Hause weg laufen. Ich will ihnen gern glauben, dennoch bleibt die Hypothese, dass sie ausgerissen ist, wahrscheinlicher als die einer Entführung oder eines Mords. Befassen wir uns mit ersterer, wenn sie einverstanden sind, wie heißt sie noch? Janice. Sollte es sich erweisen, dass Janice nicht weggelaufen sein kann, werden wir eine andere Fährte verfolgen. Ich werde mich persönlich auf die Suche nach ihr machen und ich werde sie finden. Dafür brauche ich ihre Hilfe und am besten helfen sie mir, wenn sie ihre Vorurteile über Bord werfen. Was macht sie so sicher, dass ihre Tochter nicht von zu Hause weggelaufen ist? Dahl schüttelte langsam den Kopf, bevor er sagte, das wäre dermaßen unwahrscheinlich. Haben sie das Gefühl, sie so gut zu kennen? Mrs. Dahl entzog sich einer Antwort, indem sie nickte. Wer kann sein Kind besser kennen als ein Vater oder eine Mutter? erwiderte Dahl Paare wie sie es zu sein scheinen, lassen ihren Kindern manchmal sehr wenig Raum zum Atmen. Ist ihnen niemals der Gedanke gekommen, sie könnte ihr Idealbild in Frage stellen? Dahl wirkte entrüstet. Verzeihen sie, aber selbst die unterdrückte Heftigkeit ihrer Reaktion auf meine Provokation zeigt, dass sie niemals in Betracht gezogen haben, sie könnte sich von ihrer Idealvorstellung unterscheiden. Übrigens, was studiert sie? Architektur. Verzeihen sie, aber welchen Beruf üben sie aus? Ich bin Immobilienmakler. Anstatt etwas zu sagen, entschied ich mich zu schweigen, was meiner Meinung nach wirkungsvoller ist. Dann fuhr ich fort, erinnern sie sich an den Tag, an dem sie diese Wahl traf? Dahl überlegte in aller Eile. Es war kurz vor ihrem 18. Geburtstag. Ihr Bruder, sehr viel begabter als sie, studierte Medizin und wir sprachen über meine Nachfolge, die irgendwann ansteht. Ich schlug hervor, Architektur zu studieren. Die Architekten sind immer mein Wunderpunkt gewesen. Sie war von der Idee begeistert. Der Weg war also vorgezeichnet. Die Nachfolge Papas und ein vorbildlich zusammengeschweißtes Paar, wenn mein erster Eindruck richtig ist. Ja, wo bleibt da Raum für die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit? Dahl hätte mich am liebsten zum Teufel gejagt, doch er hielt sich zurück, weniger aus Angst, mich zu verärgern, als aus dem Wunsch, Haltung zu bewahren. Ich fuhr fort. Hat Ihre Tochter einen Freund? Unseres Wissens nicht, erwiderte Mrs. Dahl, nachdem sie sich mit einem Blick vergewissert hatte, dass sie antworten durfte. Sind sie sicher, dass sie nie mit einem jungen Mann ihres Alters eine Beziehung hatte? Ja, sagte Dahl, Janice hatte eine ziemlich traditionelle Vorstellung von der Liebe, sie hatte keine Lust, sich mit einem Freund zu belasten, bevor sie nicht ihr Studium beendet hatte, sie wollte nur einen Mann kennenlernen, heiraten und Kinder bekommen. Wie erklären sie dann, dass sie die Pille nahm? Das Paar sah mich fassungslos an. Wir befinden uns immer noch auf dem Gebiet der Hypothesen, aber ich denke, wenn Mrs. Dahl so freundlich wäre, das Zimmer ihrer Tochter zu durchsuchen, müsste sie dort eine Schachtel Pillen finden. Das ist wichtig für unsere Ermittlungen. Meine Statur bewahrte mich vor einer feindseligen Reaktion Dahls, der seine Frau schließlich mit einem Handzeichen aufforderte, nach oben zu gehen. Ich denke, das wird eine Enttäuschung für Sie, Detective. Finster und müde saß er da. Es verging eine ganze Weile, bevor Mrs. Dahl wieder erschien. Sie kam hinter mir herein, doch in Dahls Gesicht sah ich, dass ich mich nicht geirrt hatte. Ich möchte nicht, dass Sie denken, Ihre Tochter verberge Ihnen etwas. Sie führte lediglich ihr eigenes Leben, das eines Mädchens ihres Alters. Ihre Tochter gehört der Generation der Pille und des sollen. Die Freundin, mit der sie verschwunden ist, hatte Streit mit ihren Eltern. Sie haben es mir am Telefon gestanden. Sie hat Janice möglicherweise zu einer neuen Erfahrung ermuntert. Es sei denn, Janice hatte eine Beziehung zu einem jungen Mann der Gegenkultur und wollte zu ihm. Sie ist schon weit weg und am Leben. Viele junge Leute in Janice Alter sehnen sich nach einer Gemeinschaftserfahrung. Die stärksten Persönlichkeiten sind diejenigen, die die Erfahrungen etwas weiter treiben. Ihre Tochter ist neugierig. Sie hat sich sicher keine Bewegung angeschlossen, aber die Umwälzungen ihrer eigenen Generation beschäftigen sie. Die Dahls, die noch unter dem Schock der Entdeckung standen, dass ihre Tochter möglicherweise eine Sexualität hatte, ermaßen nicht die Bedeutung dessen, was sich ihnen klarzumachen versuchte. Ich werde mich darum kümmern, sie wieder zu finden. Sobald ich sie ausfindig gemacht habe, werden sie über das weitere Vorgehen entscheiden. Was werden sie unternehmen? fragte Dahl, der sich wieder gefasst hatte. Die jungen Leute der Gegenkultur sind wie Schafe. Ihre Herdenwanderung folgt immer der gleichen Route in Richtung bestimmter Gemeinschaften, zumeist nördlich von San Francisco. Hat Ihre Tochter jemals Drogen genommen? Also, wir haben ja nicht einmal gedacht, dass sie die Pille nimmt, sagte Dahl. Er hatte etwas von seinem Dünkel, von seiner Überheblichkeit verloren. Ich machte Anstalten, mich zu verabschieden und sagte, in weniger als zwei Wochen werde ich ihre Tochter gefunden haben. Ich kehrte über die Küstenstraße in die Stadt zurück. Ich fuhr ins Polizeipräsidium, um Deweygen Bericht zu erstatten. Der Kuh das Wissen, Al. Eine plötzliche Eingebung. Die Chancen, mich zu irren, standen eins zu zwei. Das Risiko war also nicht sehr groß. Ich denke, ich kann sie finden. Janice ist ein Mädchen mit Charakter. Sie wird in der Auflehnung gegen ihr Familienmodell sehr weit gehen. Aber eines nahen Tages wird sie plötzlich zurückkehren. Da Al ist ein Freund des Bürgermeisters. Ich meinst du es ernst mit der Heirat meiner Tochter? Ja, ich habe nur gewartet, bis ich eine geregelte Arbeit habe. Finde Janice Dahl und du hast eine geregelte Arbeit. Ich hoffe, du bist ehrlich, Al. Meine Tochter ist verletzbarer, als sie zugibt. Es fällt ihr schwer, an das Leben zu glauben. Ich dränge dich nicht, meine Tochter zu heiraten. Ich will nur wissen, ob ihr auf der gleichen Wellenlänge seid. Sind wir, Mr. Deweygen? Du kannst mich Pat nennen. Als ich aus dem Polizeipräsidium kam, ging ich in die erstbeste Bar, bestellte Wein und ließ mich voll laufen. Mir war danach. Als ich die Bar am späten Abend verließ, war ich betrunken wie nie zuvor in meinem Leben. Ich hiefte mich in meinen Wagen und fuhr vorsichtig nach Aptis zum Haus meiner Mutter, um einen Rausch auszuschlafen. Am nächsten Morgen frühstückte ich im Vergnügungspark am Strand. Der Kaffee war ebenso dünn wie schlecht und die Donuts trieften vor Fett. Von dort aus fuhr ich zum Haus der Deweygens hinauf. Ich wartete geduldig bis Wendy herauskam. Ich wollte sie zur Arbeit fahren. Mein Vater sagt, dass du viel zu tun hast. Ja, deswegen wollte ich heute Morgen einen Augenblick mit dir verbringen. Ich ermittle im Fall des Verschwindens zweier Studentinnen. Ich werde in den Norden fahren. Ja, warum in den Norden? Ich weiß nicht, jeder hat einen Kompass im Kopf. Meine Nadel zeigt zur Zeit nach Norden. Glaubst du, dass sie ermordet wurden? Nein, sie sind einfach von zu Hause weggelaufen. Sie werden von ganz allein zurückkommen, aber da eine von ihnen die Tochter eines Freundes des Bürgermeisters ist, hat dein Vater mich beauftragt, sie ausfindig zu machen. Wie willst du vorgehen? Ich habe da so eine Idee. Mein Vater sagt, dass du sehr begabt bist für den Beruf des Ermittlers. Er hat vor dich fest in die Polizei aufzunehmen, sobald du dich bewährt hast. Wann heiraten wir L? Oh, wie wäre es in zwei Monaten? Weißt du, ich habe nicht die Mittel für eine große Hochzeit. Ich weiß, L. Wie viele Personen wirst du einladen? Niemanden. Ich habe mir überlegt, Marilyn und meinen Chef einzuladen. Und dein Vater wird das ganze Polizeipräsidium einladen, das ist sicher. Das ist sicher, aber er wird dich nicht für sie bezahlen lassen. Wann kommst du zurück? In ein bis zwei Wochen? So lange brauchst du? Vielleicht schneller. Sie stieg aus und drehte sich um, um mir zuzuwinken. Ich war unglaublich erleichtert, allein zu sein. Ich wünschte mir, sie würde verschwinden und werden uns nie kennengelernt. Ich fuhr zum Polizeipräsidium, ging in die Verwaltung und holte mir meinen Vorschuss auf Gehalt und Auslagen. Dewey Gunn hatte alles organisiert. Als ich auf dem Vorplatz des Gebäudes trat, wartete dort eine Meute von Fotografen und Journalisten. Ich fragte einen von ihnen, was los sei. Mac Marlon ist verhaftet worden. Ich wartete einen Augenblick und sah, wie er von zwei triumphierenden Beamten aus einem als Privatwagen getarnten Auto gezerrt wurde. Dewey Gunn stieg aus dem Fahrzeug und es begann eine Innere des Gebäudes gebracht wurde. Ich fuhr zum Campus. Ich machte mich auf die Suche nach jemandem, um reden zu können. Das erste Mädchen, das den Daumen hob, hatte nichts Besonderes an sich. Dem nächsten sah man die republikanischen Gene buchstäblich an. Die dritte junge Frau war Susan. Sie hatte bereits diesen verstohlenen Blick hinter ihrer runden Janice Joplin Brille, strapaziertes rotes Haar und kleine blaue feuchte Augen. Ihr Körper steckte in bunten und zerknitterten Klamotten. Ich fragte sie nach ihrem Ziel und sie zögerte, bevor sie die Frage an mich zurück gab. Oh, ich würde gern einfach so ins Blaue fahren, aber ich bin noch unentschlossen, sagte ich daraufhin. Ich habe von Gemeinschaften weiter im Norden gehört, es reizt mich da mal hinein zu schnuppern. Sie errötete vor Freude. Es vergeht kein Tag, an dem ich mir nicht sage, dass ich alles hinschmeiße, um mich einer Gemeinschaft anzuschließen und dann tauchen sie an dem Tag auf, an dem ich meine Prüfungen beendet habe. Sie sind der Weihnachtsmann. Kennen Sie denn eine bestimmte Gemeinschaft? fragte ich. Ja, ich habe eine Freundin, die die Uni verlassen hat, um sich ihr anzuschließen und sie ist schon fünf Monate dort. Also muss dort irgendetwas Cooles passieren. Gut, dann fahren wir hin. Welche Richtung? Wenn ich ich würde sagen zwei Stunden immer an der Küste entlang. Ich nahm den Highway 101 in Richtung San Francisco. Susan war ganz aufgeregt, stieß immer wieder freudige Seufze aus und hopste auf ihrem Sitz herum. Als sie uns San Francisco näherten, wurde der Verkehr dichter und wir fuhren in Schrittgeschwindigkeit. Susan nutzte die Gelegenheit, um mich auszuhorchen. Warum wollen sie sich einer Gemeinschaft anschließen? Sie wirken eher wie ein Einzelgänger. Lieben sie die anderen wirklich? Nein, aber ich würde es gerne lernen. Der Typ vor uns bremste scharf. Ich berührte ihn leicht, ohne Schaden anzurichten, doch er stieg aus seinem Wagen und sah aus, als wollte er mich gleich töten. Schaust du nicht nach vorn, du Blödmann? blaffte er und stürzte sich auf meine Wagentür. Als ich ausstieg, blickte er verblüfft auf die zwei Meter zwanzig, die sich vor ihm aufrichteten. Er hätte es nicht zwangsläufig mit der Angst zu tun bekommen müssen, doch ich hatte einen neun Millimeter in der Hand. Er machte sich augenblicklich aus dem Staub. Susan starrte mich entgeistert an. Sie haben eine Knarre hervorgeholt. Sind Sie verrückt oder was? Ich bin nicht verrückt, aber ich mag es nicht, wenn man es mir gegenüber an Respekt fehlen lässt. Wir fuhren weiter. Zwei Meilen später, nachdem die Aufregung sich gelegt hatte, sagte ich, Ich bereue es nicht. Als Kind geriet ich in Panik, wenn man mich beschimpfte. Jetzt ist das vorbei. Und wenn du die Reise nicht mit mir fortsetzen willst, setze ich dich ab, wo immer du willst. Das ist nicht cool, wirklich nicht cool. Dann werden wir die Sache jetzt ein für allemal klären, sagte ich. Ich bin Polizist. Das ist meine Dienstwaffe. Ich bin auf der Suche nach zwei Mädchen, die verschwunden sind. Ich hoffe, sie in einer Gemeinschaft zu finden. Wenn nicht, bedeutet das, dass sie ermordet wurden. Du wirst das für dich behalten, verstanden? Ich will deinen Brüdern nichts Böses. Ich will sogar versuchen, sie zu verstehen, aber ich werde niemals einer von euch werden. Ich verabscheue Bärte, lange Haare, Rauchen, Liebe und Dreck. Der Regen begann auf den Wagen zu prassen und machte das Schweigen, das eingetreten war, erträglicher. Susan saß mit angezogenen Knien da. Was weißt du über diese Gemeinschaft? Meine Freundin hat mich nur einmal angerufen. Sie haben kein Telefon und mit dem Münztelefon kostet es ein Vermögen. Sie hat erzählt, die Leute seien sehr cool. Sie hätten noch Probleme mit der Ernährung, aber sie seien auf einem guten Weg. Ich denke, wir sollten ihnen etwas mitbringen. Wie zum Geburtstag? Wir können Wein kaufen. Das ist nicht so sehr ihr Ding, glaube ich. Sie ziehen Gras oder Dots vor. Was sind Dots? LSD. Wir schwiegen eine Weile. Ich verließ den Highway auf der Höhe von South Salito. Eine kleine Straße, die bewusst schlecht in Stand gehalten wurde, damit man langsam fahren musste, führte linke Hand zum Meer. Ich bog in sie ein und landete auf einem Parkplatz. Ich parkte und machte mich, ohne ein Wort zu ihr zu sagen, allein auf setzte mich auf den Sand in der Hoffnung, meine Gelassenheit wiederzufinden. Doch das Kribbeln des Unbehagens ließ nicht nach, als erinnerte mich irgendetwas in mir unaufhörlich an meine Besonderheit. Schließlich kam Susan näher. Sie zog sich neben mir bis auf Unterhose und Düstenhalter aus. Gehen Sie nicht ins Wasser? fragte sie. Nein, ich mache der Tierwelt Angst. Sie lächelte. Ich fand es seltsam, dass ein Mädchen, das eine solche Vitalität ausstrahlte, so wenig am Leben hing. Ihre unansehnlichen Formen wurden immer kleiner, bis sie ins Wasser hineinging, wo sie vor Kälte zusammenzuckte. Völlig durchgefroren vom Wind kam sie nach einiger Zeit wieder aus dem Wasser. Vor Kälte schlotternd zog sie sich an und begann zu weinen. Ich tat, als bemerkte ich es nicht und stand auf, um zum Wagen zurückzugehen. Als ich den Schlüssel in den Anlasse stecken wollte, fühlte ich mich sehr schlecht. Ich sah schon den Moment kommen, wo ich nicht mehr losfahren könnte und man mich in eine psychiatrische Klinik bringen müsste. Ich versuchte positiv zu denken, indem ich dieses Unwohlsein auf eine Unterzuckerung schob. Susan hatte nichts mitgekriegt. Wir fuhren zur Hauptstraße und ich parkte im nächsten Ort vor dem Lebensmittelgeschäft. Eine freundlich lächelnde dicke Schwarze führte ihn und obwohl sie gerade schließen wollte, wartete sie geduldig, bis ich mich in der Alkoholabteilung umgeschaut hatte. Ich nahm vier Flaschen Wein. Susan wartete an den Wagen gelehnt und rauchte einen gewaltigen Joint. Ich stieg hinten ein, um geschützt vor den Blicken zu trinken. Ich trank zwei Flaschen auf einmal, ohne wirklich Durst zu haben. Susan stieg ebenfalls ein und wir fuhren weiter. Das Trinken hatte mich hungrig gemacht. Die Straße war allzu kurvig für einen müden Mann, der vier Flaschen Wein intus hatte, doch ich war immer noch klar im Kopf. Als das Schild, anzeigte, dass wir Tomales erreicht hatten, Scheinwerferlicht auftauchte, schlief Susan tief und fest. Ihr Kopf und was sie hier machte. Ich parkte vor einem Hotel unter einer Laterne. Ich stieg aus dem Wagen und lief durch die Gegend in der Hoffnung, jemandem zu begegnen. Ein alter Mann, der weiß der Teufel woher auftauchte, parkte in unserer Nähe, um in sein Haus zu gehen. Er musterte uns ohne Angst, aber misstrauisch. Entschuldigen Sie, Mister, wir suchen eine Gemeinschaft hier in der Gegend. Wollen Sie die Gemeinschaft dieser Geistesgestörten verstärken? Ich beruhigte ihn. Oh nein, wir suchen nur jemanden. Meine Antwort schien ihn zufriedenzustellen. Das ist die Ocean Avenue und wie ihr Name schon sagt, führt sie zum Ozean. Sie werden sehen, dass die Landschaft sich nach drei Meilen vollständig verändert. Man könnte sich in den schottischen Highlands wähnen. Die Straße verläuft in weiten Kurven nach weiteren zwei Meilen, wenn Sie Glück mit dem Mond haben, aber selbst wenn der Mond herauskommt, verbirgt ihn der Nebel. Sehen Sie linker Hand eine ziemlich eindrucksvolle Farm, deren vordere Gebäude verfallen sind, dort leben sie und pflanzen sich fort. Sie rammeln da drin wie die Kaninchen heißt es. Man sieht hier häufig Frauen herumlaufen. Sie sind immer schwanger. Wir mögen sie nicht, aber wir tun ihnen nichts. Er wünschte uns eine gute Nacht und ging. Wir fuhren langsam weiter, es war stockdunkel. Nieselregen trübte meine Sicht noch mehr, bevor die Nebelschwaden uns fast zum Anhalten zwangen. Wir fuhren in die Einfahrt der Ranch zu finden, bevor wir auf ein winziges Dorf stießen. Etwa 20 Häuser aus Brettern, umgeben von winzigen Gärten, erhoben sich auf einer sandigen Plattform. Neben jedem standen ein Pickup und ein kleines Boot. Weiter konnten wir nicht und umzukehren hatte keinen Sinn. Ich beschloss dort zu bleiben, bis es Tag wurde. Susan wurde erst wach, als sich den Motor anließ. Sie reckte sich ausgiebig und vor unübersehbar. Zudem hatte sie Hunger und wollte nicht mit leerem Magen in der Gemeinschaft erscheinen. Wir machten Kehrt und mussten noch eine Stunde warten, bis der einzige Laden von Tomerles seine Pforten öffnete. Ich kaufte ein paar in Plastik verpackte Donuts, eine große Flasche Cola und eine Kiste Wein. Nicht, dass ich ihn gebraucht hätte, ich meine den Wein, aber man konnte nie wissen. Der Ladenbesitzer fragte uns, wohin wir wollten und wir kamen auf die Gemeinschaft zu sprechen. Sind Sie eingeladen? fragte er. Susan und ich sahen uns überrascht an. Warum kommt man nur mit einer Einladungskarte hinein? fragte ich. Nein, aber es gibt zahlreiche Anfragen. Jede Woche kommen dutzende junge Leute hier vorbei. Und mit kreisrunden Augen fügte er hinzu. Die freie Liebe muss schon was tolles sein. Ich scherze. All diese jungen Leute haben bestimmt gute Gründe dorthin zu gehen. Ich weiß, dass sie ein paar Deserteure verstecken. In den nächsten Tagen müssen sie mit einer Razzia rechnen. Ansonsten sind sie ganz nette Leute. Wohlerzogen. Wollen sie bei ihnen leben? Ich deutete auf Susan. Sie schon. Ich begleite sie nur. Wir machten uns wieder auf den Weg in umgekehrter Richtung ich das Steuer in der einen Hand, den Donut in der anderen. Der Nebel hatte sich aufgelöst und die Farm war nun deutlich zu erkennen. In einer Biegung schmiegte sie sich an weitläufige gemähte Wiesen, die in Richtung Meer anstiegen. Wir fuhren durch ein rostiges Tor vom Ende des letzten Jahrhunderts, stellten den Wagen dann vor einer der Scheunen ab und gingen auf das erste Haus zu. Unterwegs begegneten wir mehreren Personen, die uns mit einem Lächeln grüßten, ohne Fragen zu stellen. Ein Typ, der etwas misstrauischer war, kam uns entgegen. Kann ich Ihnen helfen? Ich bin gekommen, um eine Freundin zu besuchen, sagte Susan schnell, und L begleitet mich. Er ist auf der Suche nach zwei Mädchen. Der letzte Satz irritierte ihn. Wir geben niemals Auskunft über die Leute, die hier gewesen sind, niemals. Das ist eine Regel, sagte er. Sind Sie vor der Polizei? Oh nein, ich arbeite im Auftrag von zwei Familien, die ihre Töchter suchen. Wir haben gute Gründe anzunehmen, dass sie hierher gekommen sind. Er ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Stellen Sie sich vor, diese Mädchen würden nicht wollen, ihre Eltern erfahren, wo sie sind und wie es ihnen geht. Ich holte zwei Fotos hervor und hielt sie ihm vor die Nase. Er reagierte ganz ruhig. Diese Mädchen sehen aus wie tausende Mädchen, aber ich erinnere mich nicht, welche gesehen zu haben, die ihnen ähneln. Wie auch immer, sie sind nicht hier. Wären sie in der Gemeinschaft würde ich sie nicht hereinlassen. Raum, in dem die Mahlzeiten eingenommen wurden. Etwa 15 Männer und Frauen gingen dort wie in der Stille einer Kathedrale ihren Beschäftigungen nach. Selbst die Kinder machten wenig Lärm. Ein Geruch nach Tee und frischem Brot erfüllte den Raum. Ein Mann um die 25, der mit einer wunderschönen blonden Frau am Tisch saß, stand auf und kam näher. Im selben Augenblick stürzte auch Susans Freundin Linde auf uns zu. Sie freute sich mächtig. Der Typ, der uns empfangen hatte, stellte alle einander vor. Der Mann Mitte 20 musterte uns ausgiebig und statt der Frage, die ich erwartete, bedeutete er mir, mich zu setzen und mich zu bedienen, bevor er zu der Blonden zurückkehrte, die von einem anderen Planeten zu kommen schien. Ich setzte mich auf eine Bank und während Susan und Linda ihr Wiedersehen feierten, richtete niemand das Wort an mich. Doch immer wenn ich einem Blick begegnete, lächelte man mir zu. Niemand sprach, alle murmelten wie in einem Beichtstuhl. Ich blickte in die Runde. Man musste keine Leuchte sein, um die Vietnam Deserteure zu erkennen. Es waren drei. Sie fielen durch ihr schlechtes Aussehen, durch nicht anders, als von unserem Gespräch mit dem Kolonialwarenhändler im Dorf zu berichten. Es war ihnen vermutlich klar, dass alle darüber Bescheid wussten, dass die Gemeinschaft Deserteure versteckte. Als die blonde Schönheit aufstand, nutzte ihr Gesprächspartner die Gelegenheit, um zu mir zu kommen. Glauben Sie wirklich, dass die Bullen Sie hier suchen werden? Ich stellte mich dumm. Wovon reden Sie? Von den Kriegsverweigerern natürlich. Kriegsverweigerer oder Deserteure? Wenn man es ganz genau nimmt, würde ich eher Deserteure sagen. Das ist schlimmer, nicht wahr? Ich weiß nicht. Warum fragen Sie dann? Weil es schlimmer sein kann. Und wenn es schlimmer ist, haben die Bullen erst recht einen Grund hier aufzukreuzen. Das klingt vernünftig. Was machst du bei den Bullen? Er hat ihr gesagt, dass ich Bulle bin? Niemand. Wenn du es nicht bist, dann willst du es werden. Aber du interessierst dich nicht für die Deserteure. Das ist nicht dein Gebiet. Dein Ding ist das Verschwinden von Mädchen aus guter Familie. Ist es nicht so? Im Grunde kommt es aufs gleiche raus. Die Jungs verraten das Vaterland, die Mädchen die Familie. Das ist die gleiche Bewegung. Ich bin nicht wirklich bei der Polizei. Die Familien haben mich beauftragt, ihre Töchter zu finden. Ich verstehe, aber es verstößt gegen unsere Prinzipien, wem auch immer Auskunft über einen Bruder oder eine Schwester zu geben. Er reckte das Kind vor. Ich versichere dir, Alter, wir können es nicht tun, aber du bist uns willkommen. Du kannst so lange bleiben, wie du willst. Dann beugte er sich plötzlich vor und reichte mir über den Tisch hinweg die Hand. Ich bin Ted Wolf. Er setzte sich wieder und fuhr fort. Dieser Besitz gehörte meiner Familie und ich habe ihn der Gemeinschaft geschenkt. 20 Personen können hier in einer vernünftigen Autarkie leben. Wir züchten Schafe, wir tauschen das Fleisch der Lämmer gegen Gemüse und es gelingt uns auch ein paar stärkehaltige Kinderfahren zum Fischen hinaus und der Rest der Gemeinschaft beschäftigt sich damit die Schafrolle zu weben. Beim Verkauf unserer Produkte lösen wir uns ab, was uns erlaubt ein bisschen heraus zu kommen. Auch beim Unterrichten der Kinder lösen wir uns ab. Im Augenblick haben wir sechs Kinder. Keines ist im Schulalter, aber wir machen erzieherische Spiele mit ihnen. Was noch? Tja, alles, was ich dir gesagt habe, betrifft die materielle Organisation der Gemeinschaft, aber wir haben auch ein sehr intensives spirituelles Leben. Wenn es dich interessiert, können wir uns ein wenig darüber unterhalten. Aber jetzt muss ich zum Arbeiten. Jeder, der hier wohnt, muss als Gegenleistung für die Nahrung, die er erhält, etwas von seiner Zeit abgeben. Wenn du nicht arbeiten willst, kannst du dir im Dorf etwas zum Essen kaufen, wir werden dich nicht daran hindern, wir sind keine Sektierer. Da meine Neugier letzten Endes doch stärker war, entschied ich mich, noch etwas zu bleiben. Brian, der Typ, der uns empfangen hatte, brachte mich zu einem kräftigen Kerl, der in einer Werkstatt arbeitete und ließ uns dann allein. Paul, so hieß er, benahm sich mir gegenüber, als würden wir uns schon immer kennen. Er musterte mich von Kopf bis Fuß und klopfte mir auf die Schulter. Ich schickte liebe Gott, ich muss einen langen Zaun für die Schafe errichten und sie haben sehr hohe Pflöcke genommen. Die Pflöcke reichten mir bis zum Gürtel. Wir luden sie zusammen mit dem dazugehörigen Drahtzaun, einem Brecheisen und einem großen Hammer auf einen zweiräderigen Wagen, der von einem sanftmütigen Pferd gezogen wurde. Wir fuhren zu einer weitläufigen Wiese, von der aus man in der Ferne das Meer sehen konnte. Paul machte das Loch und hielt den Pflock, während ich ihn in die Erde rammte. Nach einer Weile machten wir eine Pause. Paul drehte sich einen Joint, zündete ihn an und reichte ihn mir. Ich lehnte ab mit den Worten, dass sich so etwas nicht anrühren würde. Du hast recht, man weiß nie, wohin einen das führt. Angeblich kommt es bei starken Rauchern zu Dissoziationen. Verstehst du, was ich meine? Sehr gut, erwiderte ich. Ich habe in einer psychiatrischen Klinik gearbeitet. Verdammt, du hast ja wirklich alles gemacht. Ich habe nur zwei Dinge gemacht. Ich habe Mathematik studiert und zwei Jahre lang getötet. Ich reagierte nicht. Bist du auch in Vietnam gewesen? Ich wollte, aber sie haben mich wegen meiner Größe nicht genommen. Verdammt, was für ein Glück, Alter, was für ein Glück. Sei froh, wir haben dort unten nichts Gutes getan, auch wenn die Karle in Washington das Gegenteil behaupten. Es ist das Ende der Welt, das sage ich dir. Ich bin hierher gekommen, als meine Zeit wäre ich auf der Straße. Hast du jetzt hier zu bleiben? Nein, ich bin nur gekommen, um ein Mädchen abzusetzen, das das Abenteuer wagen will, und mich nach zwei Studentinnen zu erkundigen, zu erfahren, ob sie in den letzten zwei Wochen hier gewesen sind. Ich ließ den Worten Taten folgen und zog die Fotos aus der Tasche. Er betrachtete sie lange. Ich verbringe so viel Zeit damit high zu sein, dass ich mich nicht festlegen will, aber die Blonde sagt mir was. Die andere ist gewöhnlicher. Warum suchst du sie? Ich betete meine Geschichte herunter. Sie sind verschwunden, nachdem sie den Campus von Santa Cruz verlassen hatten, und da zur selben Zeit ein Killer in der Gegend sein Unwesen trieb, machten die Eltern sich Sorgen. Mit gutem Grund. Es ist durchaus möglich, dass sie hier waren, aber eines ist sicher, sie sind nicht geblieben. Ich griff wieder zu Hammer und Pflock ein Zeichen weiter zu machen. Anderthalb Stunden später stießen wir auf einen Untergrund aus Stein. Obwohl ich mit voller Kraft zuschlug, drangen die Pflöcke nicht mehr als einen Zoll in die Erde ein. Paul war verärgert, aber das war nicht mehr mein Problem. Wir mussten den Verlauf des Zauns auf der Wiese ändern. Abends im schwachen Schein der Öllampen lobte Paul mich so sehr über den grünen Klee, dass Ted mir vorschlug zu bleiben. Ich erwiderte, das Leben in einer Gemeinschaft sei nichts für mich. Während wir uns unterhielten, spürte ich, dass die anderen lebhaft diskutierten, wer mit wem schlafen würde. Eine der unantastbaren Regeln der Gemeinschaft besagte ausdrücklich, dass es verboten war, ein festes Paar zu bilden. Ich sah, wie Susan sich entfernte, mit einem Typ im Schlepptau, der nicht unbedingt eine Schönheit war, und dachte bei mir, dass sie endlich ihre ungestillte sexuelle Lust würde befriedigen können. Die Frauen waren gegenüber den Männern in der Minderheit und jeden Abend gingen zwei Typen leer aus. Kurz an diesem Abend blieben wir zu dritt übrig, drei arme verlassene Typen inmitten des Gestöhns, das von überall zu uns drang. Nur wenige Paare schlossen ihre Tür, und es kam vor, dass sie mitten in der Nacht die Partner wechselten. Gegen zwei Uhr morgens tauchte Susan auf, splitterfasernackt eine kleine Wolldecke, wie einen Putzlumpen notdürftig um sich gewickelt. Sie fragte mich, ob ich nicht mit ihr kommen wolle, und sagte, ich sei nicht verpflichtet, mit ihr zu schlafen, es seien noch andere Mädchen mit im Zimmer. Das veranlasste mich, endgültig Reis auszunehmen. Ich tat so, als wollte ich mich in der Natur erleichtern, und sie sahen mich nicht mehr wieder. Im Wagen machte ich mich über meinen Weinvorrat her und leerte zwei Flaschen, bevor ich losfuhr, erleichtert meiner Rechten und fuhr zum Highway 101. Ich trank zwei weitere Flaschen, um einzuschlafen, nachdem ich wieder in meinem Zimmer war. Bei Tagesanbruch wachte ich mit schrecklichen Kopfschmerzen auf. Nachdem ich geduscht und mich sorgfältig rasiert hatte, bügelte ich eines meiner kurzärmeligen blauen Hemden, zog es über eine der beiden Hosen an, die ich hatte, und verließ das Haus. Ich noch nicht mal acht. Dahl öffnete mir im Morgenmantel. Ich habe sie nicht zu so früher Stunde erwartet. Treten sie ein. Er musterte mich, ohne sich zu trauen, nach dem Ergebnis meiner Ermittlungen zu fragen. Wir gingen ins Wohnzimmer. Unterwegs klopfte Dahl an die Tür des Zimmers seiner Frau, um sie auf mein Kommen hinzuweisen. Dann öffnete er die Glastüren der Veranda, nicht gemacht. Er stand abrupt auf, zog seinen Morgenmantel zurecht, stürzte zu seiner Frau, die gekleidet wie für Thanksgiving erschienen war. Er hat sie gefunden, Beth, er hat sie gefunden. Ich genoss die Wirkung, die ich erzielt hatte. Naja, ich habe eine Idee, wo sie sich befinden könnte. Wo? In einer Gemeinschaft am Pazifik, nördlich von San Francisco. Aber sie ist nicht mehr dort. Sie muss noch weiter nach Norden gegangen sein. Um ganz aufrichtig zu ihnen zu sein, Mr. Kenner, ich habe niemals Zweifel gehabt, dass meine Tochter noch lebt, zumal der Serienmörder gerade verhaftet wurde und jedes seine Verbrechen zugegeben hat. Lautet Dewegan, mit dem ich gestern telefoniert habe, ist er stolz auf das, was er getan hat und bekennt sich sehr präzise zu jeder seiner Gräueltaten. Erzählen Sie mir von dieser Gemeinschaft. Sie sagen, sie ist nicht mehr dort? Als ich dort war, nicht, aber es kann sein, dass sie sie für ein paar Tage verlassen hat, bevor sie auf Dauer bei ihnen bleibt. Die Mitglieder der Gemeinschaft haben sich nicht sehr kooperativ gezeigt. Okay, und was macht diese Gemeinschaft? Plötzlich behandelte er mich wie einen Angestellten und blickte auf seine Uhr. Sie züchten Schafe auf einem großen Grundstück, das einem der Mitglieder gehört. Sie rauchen reichlich Marihuana, sie praktizieren die freie Liebe. Sie sind Vegetarier und besorgen sich Früchte und Gemüse im Tausch gegen ihre Tiere, deren Wolle sie weben. Was ist das für ein Quatsch? Soweit ich verstanden habe, ist das eine Art und Weise, seinen Urinstinkten zu entfernen, deren schädlichster der Besitz ist, und jede Form von materieller und spiritueller Entfremdung abzulehnen. Hörst du das, Darling? Mrs. Dahl hörte sehr gut. Jetzt stammelte sie. Und was die freie Liebe betrifft, wollen sie sagen? Abends bilden sich die Paare nach den Wünschen eines jeden und dem Morgengrauen lösen sie sich wieder auf. Es kommt auch vor, dass mitten in der Nacht die Partner getauscht werden oder Paare beschließen sich neu zu bilden. Dahl erhob sich. Verdammt, Kenner, sagen Sie mir nicht, dass meine Tochter bei so etwas mitmacht. Ich habe sie nicht mit meinen eigenen Augen gesehen, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass sie die Regeln der Gemeinschaft befolgt hat. Vielleicht hat sie sie aber auch verlassen, weil sie diese Praktiken missbilligte. Dahl ging ein paar Sekunden mit großen Schritten auf der Terrasse hin und her, ohne etwas zu sagen. Schließlich stieß er aus. Meine Tochter interessiert mich nicht mehr. Von heute an ist sie nicht mehr meine Tochter. Damit ist es nun vorbei. Selbst wenn sie morgen zurück käme, selbst wenn sie mir bei allem, was ihr heilig ist, schwören würde, dass sie nie Drogen genommen und an diesen Orgien teilgenommen hat, selbst wenn sie ihre Eskapade und den Schmerz, den sie uns zugefügt hat, bereut. Siehst du das auch so, Beth? Mrs. Dahl begann zu weinen, doch der vernichtende Blick ihres Mannes, der verhindern wollte, dass die Situation allzu rührselig wurde, trocknete ihre Tränen wie ein Föhn. Dahl begleitete mich wortlos zu Tür. Ich kehrte zu meinem Wagen zurück und fuhr zum Polizeipräsidium. Deweygan war gerade eingetroffen. Mac Mullins Verhaftung hatte ihn entspannt. Was machen deine Ermittlungen? Ich habe die Spur der Mädchen in einer Gemeinschaft nördlich von San Francisco gefunden. Entweder sind sie nicht dort geblieben oder sie haben sie vorübergehend verlassen. Es ist nicht leicht in diesem Milieu zu ermitteln. Sie beherbergen zahlreiche Deserteure, also herrscht das Gesetz des Schweigens. Du bist jetzt ein Spezialist für Studentinnen, die von zu Hause weg laufen. Hast du die Dahls beruhigt? Ja, wenn man es so sagen kann. Sie haben sehr schlecht reagiert. Sie dachten, ihre Tochter sei wie sie. Das ist verständlich. Wenigstens wird der Vater aufhören, den Bürgermeister anzurufen. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn meine Tochter in die Gegenkultur abrutschen würde. Mit dir als Ehemann besteht da keine Gefahr. Apropos Ehe, El, wir haben nie darüber gesprochen. Was für eine Religion hast du? Katholisch. Juygen lächelte breit. Katholisch? Zum Henker, das trifft sich gut. Weißt du, ich messe diesen Dingen keine große Bedeutung zu. Ich bin praktizierender Katholik, nicht sicher, denn meine Großeltern kamen aus dem Süden Irlands und es hätte mich gestört wenn ... Nun ja, du bist Katholik, da bin ich erleichtert. Zurück zur Arbeit, uns sind weitere Studentinnen gemeldet worden, die von zu Hause weggelaufen sind. Er suchte auf seinem Schreibtisch und zog drei Blätter hervor, die er mir reichte. Nichts Beunruhigendes, aber wenn du dich darum kümmern könntest... Er legte die Beine auf seinen Schreibtisch. Ich habe Meckmalen verhört, großer Gott, ehrlich, habe in meinem ganzen Leben noch nie einen so durchgeknallten Typen gesehen. Ich habe mit seiner Mutter gesprochen. Sie hat ihn mir als einen Jungen beschrieben, der bis zum Tod seines besten Freundes vielversprechend und ausgeglichen gewesen war. Danach kapselte er sich ab und begann, Wahnvorstellungen zu haben, bis seine Eltern beschlossen, ihn einweisen zu lassen. Er wurde behandelt und da man zu dem Schluss kam, er sei nicht gefährlich, wurde er entlassen. Dabei merkt man sofort, wenn man sich mit ihm unterhält, dass dieser Typ vollkommen durchgeknallt ist. Die Familien der Opfer werden sich nicht einmal damit trösten können, dass er sich den Arsch auf einem elektrischen Stuhl verbrennt. Warum? Kalifornien hat ein Moratorium für die Anwendung der Todesstrafe beschlossen. Glaubst du, dass Meckmalen ein geborener Killer ist verschwindend gering und alle anderen geben der Gesellschaft nur all das Böse zurück, das ihnen angetan worden ist. Und wenn ich Gesellschaft sage, meine ich vor allem die Familie. Anstatt ihnen ihren Sohn als einen vollkommen normalen Jungen zu beschreiben, hätte Meckmalens Mutter ihnen besser erzählt, was schiefgelaufen ist mit ihm, was ihn dazu gebracht hat, seine Wut gegen arme Mädchen zu wenden, deren Bauch er geöffnet hat. Von 100 Männern, die unter den gleichen psychischen Störungen leiden, kommen 60 mit ihnen zurecht, indem sie trinken oder Drogen nehmen, 38 begehen Selbstmord, die letzten beiden werden Serienmörder. Ich hoffe nur, dass der andere seine scheußlichen Taten in einem anderen County und wenn möglich in einem anderen Staat als Kalifornien begeht. Sie sagte die Worte mit absichtlich schwacher Stimme. Du kommst doch nicht etwa, um mich um Geld zu bitten, nachdem du mir welches gestohlen hast. Ich stellte mich ans Fenster, die Hände auf dem Rücken, reglos und im Zimmer wurde es dunkel, wie bei einem Unwetter. Sie stand auf, um hinaus zu gehen. Ich versperrte ihr den Weg. Ich bin gekommen, damit du mit mir redest. Mit dir reden? Ich habe dir nichts zu erzählen, abgesehen von all den Enttäuschungen, die ich dir verdanke. Ist das alles? Das ist alles. Ich bin gekommen, um dir mitzuteilen, dass ich Arbeit bei der Polizei gefunden habe. Sie seufzte. Das war alles. Dann wirst du ausziehen und dir eine Wohnung leisten können? Ich habe es dir doch gesagt, Mom, ich werde bald heiraten und mit meiner Frau zusammen ziehen. Weiß sie, was du getan hast? Nein. Du solltest es ihr besser sagen? Ihr Vater ist Bulle? Früher oder später wird er auf dein Strafregister stoßen. Ich bin nicht mehr vorbestraft. Ich habe mich einer psychiatrischen Kommission vorgestellt und sie hat mich für geeignet gehalten, ein normales Leben zu führen. Aber damit ich das kann, musst du mit mir reden. Es mir erklären, verstehst du? Was soll ich dir erklären? Das Böse, das in dir ist? Es ist das Leben, L. Man wird gut oder böse geboren. Du kannst den Guten spielen, aber du wirst immer böse sein. Du wirst immer der kleine Junge sein, der den Katzen seiner Mutter den Kopf abgeschnitten hat. Du wirst immer der Jugendliche sein, der seine Großeltern von hinten erschossen hat. Du bist nicht verantwortlich, L. Du bist so geboren. Du bist ohne Empathie für die anderen geboren. Der Schmerz der anderen kümmert dich nicht. Meiner ist dir egal. Du siehst doch, wie sehr ich leide. Sie sank auf ihrem Stuhl zusammen, vollkommen desillusioniert und in Gedanken versunken mit langsamen kreisenden Kaubewegungen. Nachdem sie ihren Bissen hinunter geschluckt hatte, fuhr sie fort. Die einzige Frage, die sie stellt, ist, ob ich zulasse, dass du das Leben eines unschuldigen Mädchens zerstörst, das in dir nichts als einen großen Jungen sieht, der ihr gut tut. Das wäre unverantwortlich von mir. Wenn irgendetwas passiert, könnte die Justiz mich verantwortlich machen, Al, und im Grunde hätte sie nicht Unrecht. Sie warf den Rest ihres zur Hälfte gegessenen Sandwiches in den Papierkorb unter ihrem Schreibtisch. Im Augenblick habe ich mich noch nicht entschieden. Ich könnte genauso gut schweigen, Al, also tu mir den Gefallen und verschwinde. Ich hätte nicht geglaubt, dass die Wut mich bis in die Haarwurzeln hinein erfüllen könnte, doch genau das war der Fall. Doch keiner meiner Wutanfälle war jemals in Gewalt ausgeartet, und auch dieses Mal verschwand sie und ließ mich allein mit meiner Mutter, die wieder an die Arbeit gegangen war. Ich brauchte eine Viertelstunde, um die Kraft zum Fahren wiederzuerlangen. Ich öffnete eine Flasche Wein und trank sie hastig aus. Danach fühlte ich mich nicht wirklich besser. Ich ließ den Motor an, fuhr langsam los und schaltete das Radio ein. Ein Mann mit einer seltsam sanften und hohen Stimme sang einen Song, in dem wie ein Refrain mehrmals der Satz wiederkehrte I'd rather be the devil than to be that woman's man. Ich wäre lieber der Teufel als der Mann dieser Frau. Schließlich nannte der Sprecher den Namen des Sängers Skip James. Man verlässt den Campus über eine langgezogene Kurve, die nach Santa Cruz hinunter führt. Von dort aus sieht man in der Ferne einen Streifen Meer und mit etwas Glück Monterey. An dieser Stelle ist eine Bank aufgestellt worden, damit man die Landschaft betrachten kann, doch merkwürdigerweise ist sie von der Straße durch Stacheldraht getrennt. Dort standen zwei Mädchen und machten lässig Autostop. Ich überlegte, ob ich sie mitnehmen sollte, da ich mir nicht sicher war, ob ich ihr Geschnatter ertragen könnte, dennoch fuhr ich langsamer und hielt schließlich an. Hätte ein ganzer Hühnerhof meinen fort im Sturm genommen, meine Trommelfälle wären nicht weniger strapaziert worden. Sie gingen in ihrer Unhöflichkeit so weit, dass sie ihre Unterhaltung fortsetzten, als wäre ich überhaupt nicht vorhanden. Ich bremste scharf, mitten auf der abfallenden Strecke. Die jenige, die neben mir saß, prallte mit dem Kopf gegen das Handschuhfach und die hintere stieß mit der Nase gegen die Rücksitzlehne ihrer Freundin. Sie hatten sich nicht verletzt, aber sie hatten sofort begriffen, wer der Boss in der Karre war. Ich entschuldigte mich. Tut mir leid, sagte ich. Ich habe Schuhgröße 49 und daher wische ich manchmal das Bremspedal, ohne es zu wollen. Wo soll ich euch absetzen? Sie wollten nach Äbtes. Ich sagte ihnen, dass ich ebenfalls dort wohnen würde. Ich machte sie darauf aufmerksam, dass ich noch Besorgungen zu machen hätte. Ich wollte einen Plattenspiel und eine bestimmte Platte kaufen. Sie waren begeistert von der Idee und wir fuhren zur Ausfahrt von Santa Cruz, wo sie in einem Einkaufszentrum zwei Läden kannten, in denen ich finden müsste, was ich suchte. Als ich ihnen erzählte, dass ich Polizist sei, entschuldigten sie sich, aber für sie war es kein nennenswerter Unterschied. Der Musikverkäufer war nicht sicher, ob er Skip James hatte, doch nachdem er gründlich gesucht hatte, kam er mit einem Album aus den Dreißiger Jahren zurück. Die Mädchen begleiteten mich, sie lachten in einem fort über jede Kleinigkeit. Sie stiegen wieder in den Wagen und ihr Geschnatter war voller Andeutungen, die sich nur ihnen erschlossen. Dann fuhren wir weiter in Richtung Äbtes. Ich kehrte erst am nächsten Abend mit meinem Plattenspieler und dem Skip James Album zu meiner Mutter zurück. Sally Enfields Wagen stand auf meinem Platz und ich stellte mich davor. Anschließend ging ich ins obere Stockwerk hinauf, um mich ein bisschen hinzulegen. Ich hörte sie ihre üblichen Unterhaltungen führen, ohne wirklich zu verstehen, was sie sagten. Ich wollte schlafen, sonst nichts. Mein Blick trübte sich und mir kamen die Tränen, ohne dass ich wusste, warum. Ich betrachtete lange das Foto von Skip James auf der Plattenhülle. Ich hätte nie gedacht, dass Musik mich so sehr rühren könnte, noch dazu Musik von einem Schwarzen. Mein Vater pflegte zu sagen, der Blues ist die Seele, die tropft. Und ich verstand nun zum ersten Mal die Bedeutung dieses Satzes. Ich schlief ein, wurde aber nach einer halben Stunde vom Gelächter der beiden Frauen wieder geweckt, die soeben den Höhepunkt ihrer Trunkenheit erreicht hatten. Ich hörte das Vibrieren ihrer Stimmbänder, die Alkohol und Zigaretten verdunkelt hatten. Ich schloss den Plattenspieler an und spielte Skip zum ersten Mal. Dann ein zweites Mal. Lauter diesmal. Das Gelächter beruhigte sich. Beim dritten Mal stellte ich den Ton richtig laut. Ich hörte, wie mit einem Besenstiel gegen meinen Fußboden gestoßen wurde und meine Mutter zu schreien begann. Daraufhin ging ich nach unten. Die Tür war abgeschlossen. Ich klopfte. Keine der beiden öffnete. Ich klopfte lauter. In meiner Verzweiflung versetzte ich einer der Scheiben einen Faustschlag und drehte den Schlüssel. Sie standen beide aufrecht da. Ein Glas in der Hand. Der Wohnzimmertisch war übersät mit leeren Flaschen. Was suchst du hier? Siehst du nicht, dass ich eine Freundin zu Besuch habe? Ich fixierte die Freundin und sagte ich kenne deine Freundin die sich hier umsonst verlaufen lässt. Ich deutete mit dem Finger auf sie. Die Gesichtszüge meiner Mutter entgleisten vor Wut. Wenn du dieses Zimmer nicht in einer Minute verlassen hast L rufe ich die Bullen und erzähle ihnen alles über deine Vergangenheit krakilte sie. Anstatt hinaus zu gehen setzte ich mich aufs Sofa und musterte Sally Enfield. Es wird Zeit. Ich sag's dir nicht nochmal. Bleib befahl meine Mutter. Sally was habe ich gesagt? Verschwinde bevor ich böse werde. Sally Enfield ging in ihr Zimmer wie ein kleines Mädchen das bestraft worden ist. Meine Mutter nutzte die Gelegenheit um sich eine ihrer langen Menthol Zigaretten anzuzünden. Sie hatte keine Ahnung wie sie wieder die Oberhand gewinnen könnte. Du wirst mich nie wieder klein machen Mom nie mal jetzt da wir beide allein sind rede mit mir ich rede nicht von verzeihen Mom man verzeiht seiner Mutter nicht als Gegenleistung für Worte man verzeiht ihr weil sie unsere Mutter ist das ist alles sie stand eine Weile schweigend da und zog so intensiv an ihrer Zigarette dass in ihrer Lunge totale Finsternis herrschen musste sie sah mich an lachte wie eine besessene hörte abrupt auf und sagte suche nicht woanders was in dir ist L sie sagte es ohne allzu sehr daran zu glauben aber sie sagte es mehrmals und dann ging sie zu erschöpft um fortzufahren in ihr Zimmer dessen Tür sie schloss ohne sich umzudrehen um meinem Blick nicht zu begegnen als ich es schon nicht mehr erwartete öffnete sie die Tür einen Spalt und warf mir an den Kopf ich muss all dem ein Ende bereiten L ich muss ihnen sagen was für ein Monster du bist das schlimmste was mir passieren könnte ist dass du ein Kind kriegst ich will nicht für die Ausbreitung des Bösen verantwortlich sein verstehst du Susan tritt ein und nimmt in dem üblichen kleinen Besuchszimmer Platz Al hat gute Laune ich habe mir noch mal unseren Ausflug nach Tomales vergegenwärtigt wann sind sie von dort weg gezogen lange nach ihnen ich habe mich in einen Typen verliebt der aus Mississippi kam Ted hat diese Bezogenheit auf uns selbst gar nicht gern gesehen und nach einer Weile hat er uns geraten zu gehen unter dem Vorwand wir würden nicht mehr im Geist der Gemeinschaft leben 20 Jahre später habe ich ihn in San Francisco wieder gesehen wir unterhielten uns ein bisschen er arbeitete bei Apple er schien Erfolg zu haben aber in seinem Gesicht konnte man die Bitterkeit über das Scheitern unseres Experiments lesen werden sie über diese Episode schreiben das habe ich schon jetzt beginne ich mit dem letzten Teil meines Buchs ich bin auch unsicher wie ich vorgehen soll ich habe Angst dass das Buch denjenigen Lesern aus den Händen fällt die mir bis hierher gefolgt sind könnte ich nicht mit dem Verleger darüber sprechen der Interesse gezeigt hat sie wollen ein fertiges Manuskript hinterher ist immer noch Zeit Passagen zu überarbeiten ich werde das Problem auf meine Weise lösen ich habe mich wegen meines Antrags auf bedingte Freilassung bei der Psychiatrischen Kommission vorgestellt und sie fanden dass ich bei vollkommen klarem Verstand sei und keine Gefahr für die Gesellschaft darstelle trotzdem und trotz meines vorbildlichen Verhaltens befürwortet der Gefängnisdirektor meine Entlassung nicht er hat es mir persönlich gesagt ich habe ihm gestanden dass ich diesen Antrag gestellt hätte um mich zu beschäftigen dass ich aber im Grunde keine große Lust hätte mich in Freiheit zu befinden hier habe ich wenigstens freie Kost und Logis und bekomme meine Wäsche gewaschen und man respektiert mich er lächelt und fährt fort ich langweile mich ein bisschen ich habe keine persönliche Lebenserfahrung mehr treiben sie es immer noch mit Kerlen Susan errötet wie ein Bauernmädchen der einzige mit dem ich es treiben möchte sind sie er prustet los selbst wenn man mich entlassen sollte würde ich nicht mit ihnen schlafen die ehemaligen knastbrüder sind nicht zwangsläufig verdammt es mit den hässlichsten zu treiben scheiße Susan schluchzt leise aber voll würde wie gemein sie manchmal sein können sagt sie dann ich bin nicht gemein Susan ich necke sie es war samstagmorgen jeden samstagmorgen bereitete der nachbar sich darauf vor ans meer zu fahren wir hatten nie miteinander gesprochen und wenn es in meinem leben einen tag gibt an dem ich absolut nicht wollte dass mich jemand anspricht dann dieser ich ging aus dem Haus und schloss die Tür hinter mir der Nachbar überprüfte die Verteuung seines Boots auf dem Anhänger und die Leine die den Anhänger mit seinem Wagen verband ich bin aus dem Alter für solche Expedition heraus er erwartete vielleicht dass ich ihm zustimmte oder widersprach mein Schweigen überraschte ihn und er beeilte sich fortzufahren aber ich habe Angst dass ich wenn ich aufhöre überhaupt noch das Alter für irgendetwas habe ich fahre nie weit hinaus aber der Nebel fällt dermaßen schnell in der Bucht außerdem war das Meer stürmisch ich sah schon mein letztes Stündlein gekommen mir war absolut nicht nach einer Unterhaltung mit ihm zumute als ich in meinen Wagen stieg sagte er mit einem verlegenen Lächeln grüßen sie ihre Mutter von mir ohne nachzudenken erwiderte ich das habe ich schon er stand sprachlos da mit baumelnden Armen und ich fuhr los eine solche Müdigkeit hatte ich vorher noch nie erlebt ich schluckte zwei Koffeintabletten und fuhr in Richtung Norden ich spürte ein Kribbeln im Kopf irgendetwas in mir würde explodieren dessen war ich sicher ich fuhr auf dem Highway 101 wählte den linken Fahrstreifen und drückte das Gaspedal durch ich war so nervös dass ich keine Reflexe mehr hatte meine Wut verschwand ebenso wenig wie das Fieber eines Kindes das von einer Meningitis heimgesucht wird ich würde mich umbringen das war sicher es handelte sich weder um eine Vermutung noch um einen Wunsch sondern um ein unabwendbares Schicksal in der Nähe von Wackerville zwischen San Francisco und Sacramento einer Stadt die wegen ihrer Strafvollzugsanstalt mehr eingesperrt als freie Bürger hatte wurde mir schlagartig bewusst dass die Bullen mich letzten Endes verhaften und meine Pläne durchkreuzen würden auch wenn ich sie noch nicht kannte ich nahm die Ausfahrt und hielt auf einem Parkplatz völlig überreizt ging ich in einer Autobahn und trank einen Liter Kaffee dann kam ich auf die Idee ein Cabriolet zu stehlen um mir den Wind um die Nase wehen zu lassen das war zu einer Obsession geworden ich wollte mit dem Kopf im Wind fahren um nicht ein zu schlafen ich trieb mich eine Stunde in den Vororten von Wackerville herum um das geeignete Auto zu finden schließlich entdeckte 1967 das mit geschlossenem Verdeck abgestellt war ich brachte den Wagen innerhalb von zwei Minuten zum Laufen ich fuhr zu meinem Ford zurück um meine Sachen herauszunehmen die sich auf einen 9 Millimeter und ein Seil beschränkten dennoch schaute ich gründlich nach um mich zu vergewissern dass ich nichts vergessen hatte und fand einen Blister Pillen ich nahm sie ebenfalls mit als wahres Geschenk des Himmels erwies sich dass der Fahrer seine Papiere im Handschuhfach gelassen hatte da ich jedoch nicht auffallen wollte beschloss ich langsam zu fahren ich setzte mich ans Steuer und merkte dass ich tatsächlich mit offenem Verdeck fahren musste andernfalls würde mein Kopf den Autohimmel ausbeulen und der Mustang wie ein Dromedar aussehen ich fuhr wieder auf den Highway 101 Tropfen begannen zu fallen und vermischten sich mit meinen Tränen ich dachte an meinen Vater ich hätte alles dafür gegeben ihn wieder zu finden warum meldet er sich nicht bei mir als Kind war ich sein Liebling gewesen ich konnte gar nicht mehr aufhören zu weinen ich hätte mir gewünscht alles würde wieder von vorn beginnen alles würde ausgelöscht er hätte mich niemals im Stich lassen dürfen ich wusste was ich sagen musste sollte ich ihm eines Tages alles erklären müssen der Regen fiel immer heftiger er überschwemmte meine Brille und ich sah genauso viel wie auf dem Grund eines Teichs der von Seerosen bedeckt ist ich wollte trotzdem nicht hier sterben verringerte meine Geschwindigkeit und wechselte auf die rechte Fahrspur ohne allerdings anzuhalten der Regen wurde stärker ich orientierte mich an den Scheinwerfern der Lastwagen vor mir die Leute in den anderen Autos sahen mich entgeistert an ich spielte den Burschen den nichts erschüttern kann als würden die Regentropfen mich nicht erreichen schließlich machte ich eine Pause um erneut Kaffee zu trinken in einem Fastfood Restaurant bestellte ich einen starken Kaffee ich war klatschnass und das Wasser tropfte nur so auf den Boden das Mädchen das mich bediente bot mir ein Handtuch für ein Viertel Dollar an nachdem ich meine Haare getrocknet hatte sagte sie sie erkenne mich sie habe mich schon mal bedient nicht in der letzten Nacht sondern die Nacht davor doch ich erkannte sie nicht obwohl ich tatsächlich in jener Nacht in dieser Gegend gewesen war ich trank den Kaffee und ging wieder der Regen hatte aufgehört ich setzte mich in den Mustang und brach in Tränen aus ich rief nach meinem Vater ich wollte dass er mich holt dass er mich zu sich nach Hause mit nimmt ich weinte so sehr dass ich fast erstickte dann hörten die Tränen abrupt auf daraufhin fuhr ich weiter als ich voll tankte stellte ich fest dass mein Geld gerade noch reichen würde um meine Reise zu beenden als ich mich der Avenue of the ich hatte allmählich die Nase voll von diesem Regen der sich ohne Vorwarnung einstellte und diesmal hatte ich es satt durchnässt zu werden die Sache hatte ihren Reiz verloren eine Tankstelle streckte mir unterhalb der Autobahn ihre Arme entgegen ich tankte dieser Mustang war der reinste Benzinfresser ein alter Mann bediente mich seine Frau war für die Kasse und eine kleine Bar zuständig in der ein paar warme Speisen serviert wurden ich bestellte sechs Spiegeleier mit Speck und Kaffee als ich fertig gegessen hatte stand ich auf und ging zu dem Cabriolet ich setzte mich hinein und als ich losfahren wollte schlief ich ein ich schlief eine gute Stunde bevor ich weiter fuhr aber der Schlaf hatte mich nicht erquickt der Verkehr auf dem Highway 101 machte mich schwindelig ich verließ den Highway um auf der Küstenstraße nach Golden Bay an der Mündung des Rogue River zu fahren ich fand mich in Oregon wieder ohne es gemerkt zu haben Golden Beach war die letzte Stadt durch die ich musste bevor ich in den Wald eintauchte auf den letzten 100 Meilen hatte ich meine Entscheidung nicht geändert ich würde in die Berge fahren und mir in der nähe eines vom blitz getroffenen Baums eine Kugel in den Kopf jagen ich dachte an Dewey und dann an Wendy bis jetzt hatte ich weder die Zeit noch die Ruhe gehabt um an sie zu denken ich musste die Sache möglichst schnell beenden verdammt was musste ich so herumtrödeln und als ich schon nicht mehr damit rechnete kam mir plötzlich der zündende Einfall ich musste etwas Gutes tun selbst wenn ich im Begriff war verrückt zu werden wegen der Schuld Gefühle die immer größer wurden wie ein Gehirntumor ich musste Dewey alles sagen ich war ihm die Wahrheit schuldig nein ich war keiner von diesen Mist Kerlen die den Leuten die ihn vertraut hatten jede Erklärung verweigern ich konnte es einfach nicht doch anstatt mich zu beruhigen machte diese Entscheidung mich erst recht nervös ich fuhr gut zehn Meilen am Rogue River entlang dort am Fuß des Gebirges kannte ich einen Weiler niemand lebte dort mit Ausnahme eines alten Mannes der die einzige Tankstelle in einem Umkreis von Dutzenden von Meilen steiler Straßen führte der alte erkannte mich wieder er war ein anständiger zahnloser Kerl ich war niemals einem so sonnigen Gemüt wie ihm begegnet er war Mitglied in einem Weinclub und sehr stolz auf seine Flaschen er bot mir Wein an ich trank eine Flasche um mich zu beruhigen er bot mir eine zweite an mit dem Argument er müsse seinen Keller leeren man habe gerade einen bösartigen Tumor in seiner Lunge gefunden die er seit 50 Jahren systematisch einräucherte ich bin nicht sicher ob ich noch da sein werde wenn du das nächste mal kommst sie wollen mich operieren wenn sie mich nicht operieren werde ich krepieren wenn sie mich operieren werde ich nicht das Geld haben um sie zu bezahlen ich werde gezwungen sein zu krepieren um mich meinen Schulden zu entziehen so ist das Leben alles läuft gut und plötzlich setzt ein das schicksals schach matt aber ich beklage mich nicht er öffnete die zweite flasche und schnuppert am korken das ist ein wein den man lange lagern kann aber wer wird ihn lange lagern wenn du willst kannst du die restlichen flaschen mitnehmen ich habe keine Familie das ist schade aber ich kann sie auch nicht lagern und warum nicht ich bin nicht sicher dass ich lange lebe er sah mich an zutiefst geschockt in deinem alter söhnchen ist das nicht normal bevor ich seine für einen einsamen allein lebenden mann verständliche neugier befriedigen konnte erhob ich mich und fragte funktioniert das telefon heute morgen funktionierte es nervös ging ich zur kabine und nahm den hörer ab schließlich hörte ich es auf der anderen seite leuten bis sich die stimme einer jungen frau meldete kriminalpolizei santa cruz kann ich ihnen helfen ich verlangte nach captain dewigan er hat heute keinen dienst erwiderte sie dann geben sie mir den officer der bereitschaft hat das ist lieutenant carlson ich erinnerte mich an carlson einen blonden mit eng stehenden augen er kam von zeit zu zeit ins jury trank aber nicht wen darf ich melden al kenner gut ich werde fragen ob er mit ihnen sprechen will sagen sie ihm ich bin dewigans zukünftiger ex schwiegersohn sie stutzte gut ich verbinde sie mit lieutenant carlson ich musste eine ganze weile warten schließlich meldete sich carlson sie wollen mit dewigan sprechen er hat das wochenende freigenommen dann müssen sie ihn suchen wo immer er auch ist und warum ich habe meine mutter und ihre freundin getötet die pause dauerte nicht lange ich hatte im jury schon bemerkt dass sie eine gewisse neigung zum trinken haben kenner aber ich habe keine zeit für solchen unsinn ich bin allein ich sage ihnen das ist die wahrheit ich bin in einer kabine und ich habe nicht viele münzen ich gebe ihnen die number sagen sie dewigan er soll mich anrufen tun sie es denn ich bin im begriff vollkommen durchzudrehen und ich habe eine neun millimeter bei mir ich begann die nummer zu diktieren doch die verbindung brach ab vor wut war ich nahe dran die kabine umzustoßen ich hatte keine münze mehr keinen schein ich kehrte zu dem alten zurück und bat ihn mir auszuhelfen bei meinem nächsten versuch geriet ich an den alten ramirez mit dem ich dutzende von unten im jury room geteilt hatte was ist das für ein unsinn al du weißt doch dass du zu so etwas nicht fähig bist doch ich bin dazu fähig ich versichere es ihnen ich gebe ihnen die adresse ich diktierte es ist ein graues zweistöckiges haus in einer kurve sie mutter und ihre freundin sally anfühlt wie hast du sie getötet es ist kein schöner anblick ich habe ihn den kopf mit einem hammer eingeschlagen gut ich werde eine patrouille hinschicken ell aber wenn das ein scherz sein soll ich kann es nicht glauben ich versichere ihnen es stimmt ich muss auflegen ich habe keine münzen mehr ich gebe ihnen die nummer sagen sie dewigan beeilen sie sich ich habe einen neun millimeter bei mir und ich verspüre einen starken drang mir eine kugel durch den kopf zu jagen ich bleibe für dewigan am leben ich gab die nummer durch ziffer für ziffer und bevor ich auflegte sagte ich noch ich warte neben der kabine ich saß einen guten teil des abends an die kabine gelehnt da und dachte über mein elendes leben nach ich schlief ein und in dem augenblick da ein streunender hund mich aufweckte indem er mein gesicht beschnüffelte klingelte das telefon an der art wie er nichts sagte erkannte ich dass es dewigan war da ich ebenfalls nichts sagte begann er mit müder stimme wir kommen gerade von dem haus zurück was hast du nur getan verdammt noch mal was hast du getan ich atmete tief ein ich weiß es ist ziemlich spektakulär mr dewigan aber es lässt sich alles erklären deine mutter enthauptet und kleine pfeile in ihrem gesicht das lässt sich erklären ell ich spürte dass er den tränen nahe war und wollte sein schluchzen nicht hören sie dürfen das nicht so dramatisch sehen mr dewigan und ihre freundin ell wo bist du in oregon auf einem parkplatz zwischen redding und golden beach zehn meilen von golden beach entfernt an der straße die dem rogue river folgt ich ich in alles erklären ich will mich nur ihnen stellen mr dewigan ausschließlich ihnen ich mache mich auf den weg ell kannst du mir versprechen dass du da sein wirst ich kann nichts versprechen wenn ich noch am leben bin dann nur weil ich ihnen eine erklärung schulde man wird mich in jedem fall auf den elektrischen stuhl schicken aber ich habe keine angst das einzige was mir wichtig ist ich wäre vollkommen übergeschnappt rühr dich nicht von der stelle ich mache mich mit einem deputy auf den weg ich werde vortages anbruch bei dir sein ich setzte mich in das cabriolet dort kippte ich den sitz in die schlafposition ich vergegenwärtigte mir noch einmal diese letzten minuten nach den letzten worten die wir gewechselt hatten stieg ich in mein zimmer hinauf ich fand keinen schlaf und hatte die vorahnung dass mein unterbewusstsein mich zu etwas schlimmem unausweichlichem führen würde als ich es nicht mehr aushielt ging ich wieder nach unten ich klopfte an ihre tür bekam aber keine antwort sie war vollständig angezogen aufs bett gefallen die arme ausgebreitet ein opfer ihrer trunkenheit ich zwickte sie sie sah mich an und fragte was willst du denn noch ich setzte mich neben sie aufs bett an die wand gelehnt ich möchte dass du mit mir redest mam sie blickte mir direkt ins gesicht allmählich gehst du mir wirklich auf die nerven ell ein berg von zwei meter zwanzig der um aufmerksamkeit bettelt ist erbärmlich lass mich schlafen ich meine es ernst ell lass mich in ruhe oder ich rufe deine bullen freunde und erzähle ihnen alles was ich weiß da ich mich nicht rührte schrie sie verdammt noch mal wann wirst du endlich aus meinem Leben verschwinden siehst du nicht dass du mich ins Grab bringst ell du bringst mich noch ins Grab ich seufzte tief und während sie sich beruhigte stand ich auf und verließ ihr zimmer ich schloss die tür sorgfältig hinter mir und achtete darauf sie nicht zuzuschlagen ich war nicht imstande auch nur die geringste Gewalt zu ertragen ich kehrte in mein Zimmer zurück und legte mich hin bis vier uhr hörte ich skipp james und dachte an nichts um viertel nach vier machte ich mich auf den weg man kann hypermnestisch sein und trotzdem gedächtnisaussetze haben ich hatte keine ahnung warum sich ein Hammer in meinem Zimmer befand ich nahm ihn ohne Hass aber mit der entschlossenheit eines Sonntagsbastlers hinsichtlich einer Aufgabe die er sich schon lange vorgenommen hatte ich ging hinunter ich ging in das Zimmer meiner Mutter sie schlief auf dem Rücken die Arme immer noch ausgebreitet in diesem Augenblick dachte ich dass ich keine andere Wahl hatte ich erledigte meinen Job ohne jede Leidenschaft drei sehr heftige Schläge Sally Enfield musste einen sechsten Sinn haben sie kam aus ihrem Zimmer ich war im Flur weil ich meinen Hammer abwaschen wollte sie fragte mich ob alles in Ordnung sei wunderbar sagte ich ich habe gerade meine Mutter getötet sie stieß ein ups raus und machte kehrt um in ihr Zimmer zurück zu kehren ein Hammerschlag traf sie auf der Tür schwelle sie war sofort tot dann schlief ich mit meiner Mutter es dauerte nicht lang anschließend ging ich in die Küche und holte was nötig war um sie zu enthaupten ich stellte ihren Kopf auf die Einfassung des altmodischen falschen Kamins der das Wohnzimmer zierte und beschoss ihn mit kleinen Pfeilen während ich einen Abzählreim eigener Erfindung sang du hast mich um den Verstand gebracht gebracht ich hab dich um den Kopf gebracht selten so gelacht ich hatte mich nie so lebendig gefühlt wie in den Minuten die dann folgten über den Bergen brach bereits der Tag an die Wipfel waren noch nicht vollständig in Licht getaucht als ich langsam ein Wagen näherte zwei Männer stiegen aus ich erkannte Dewegan an seinem großen kantigen Kopf den anderen Bullen kannte ich vom Seen ich stieg aus dem Mustang und ging ihn mit hocherhobenem Kopf entgegen ich war nicht mehr so niedergeschlagen wie am Abend zuvor und die Selbstsicherheit mit der ich ihnen entgegenschritt beunruhigte den Blonden der die Hand auf sein Holster legte ich hob meine Arme und drehte meine Hände wie ein Kind um diesem Idioten zu zeigen dass ich unbewaffnet war Dewegan bot einen jämmerlichen Anblick er wirkte als käme er von einer Beerdigung wir standen stumm da während sich Carter der Deputy eine Zigarette anzündete bevor er fragte ob der Wagen mir gehöre ich erwiderte dass ich ihn gestohlen hätte und nichts drin hätte als einen 9 Millimeter während unseres Wort wechsel sah ich wie Dewegan mich bekümmert ansah der blonde holte meine knarre während wir allein waren fiel mir nichts anderes ein als es wird kalt werden im Gebirge da Dewegan stumm blieb fügte ich hinzu ich glaube dass sie die Polizei von Oregon brauchen werden Kalifornien ist nicht so weit weg wir werden sagen dass wir dich dort festgenommen haben ich schüttelte lange den Kopf nein Mr. Dewegan sie werden ihre Staatspolizei brauchen warum L das kann ich ihnen nicht sagen aber ich werde sie hindringen da Kater zurückkam murmelte ich es tut mir leid Mr. Dewegan ich hatte beschlossen mir eine Kugel in den Kopf zu schießen ich habe es nicht getan um sie nicht ohne Erklärung zu lassen aber das könnte sie in eine anbringen er sah mich verdutzt an mit dem Rücken zu Kater sprach ich mit gesenkter Stimme weiter ich habe ihnen etwas zu zeigen aber es wäre mir lieber wir würden nur zu zweit fahren anschließend werden sie entscheiden was sie tun wollen ich versichere ihnen es ist in ihrem interesse ich drehte mich zu dem deputy um ich muss dem captain etwas zeigen aber unter vier augen kater warf juigen einen fragenden blick zu juigen schien zu zögern doch dann sagte er kater sie bleiben hier dann sah er mich an wie lange werden wir brauchen den vormittag wir fuhren unverzüglich los an der kreuzung der letzten für längere zeit fuhren wir in südlicher Richtung in die berge die schmale straße stieg in scharfen kurven steil an schon bald befanden wir uns im gebirge auf schwindelerregenden steil hängen juigen sprach kein wort mir war jedoch nicht nach schweigen zumute sie haben sich mein straffregister angesehen mister juigen er nickte natürlich steht nichts drin die psychiatrische kommission hat alles gelöscht weil sie mich als vollkommen normal eingestuft hat aber ich habe 1963 meine großeltern getötet am tag der ermordung von jfk ich habe fünf jahre in einer psychiatrischen klinik verbracht man hat mich für unzurechnungsfähig erklärt wogegen ich mich gewährt habe juigen wandte sich zu mir um warum hast du deine mutter getötet l weil ich keine wahl hatte das war die einzige möglichkeit für mich zu überleben hätte ich sie 1963 getötet hätte ich ein normales leben gehabt ich nehme es mir nicht übel dass ich nicht früher den mut dazu gehabt habe ich bin aus ihrem bauch gefallen wie eine kiste von einem laster fällt aber sie war immerhin meine mutter daher braucht es Zeit um die richtigen entscheidungen zu treffen juigen machte verstört eine vollbremsung ist dir eigentlich klar was du getan hast du hast das oder verrückt werden aber du bist verrückt total verrückt ganz ehrlich ohne sie verärgern zu wollen ich glaube nicht ich habe perverse Schutzwelle errichtet um es nicht zu werden obwohl man mich dazu trieb ich habe keine allgemein anerkannte psychose die Experten sind mir in diesem Punkt gefolgt sie kennen meine Mutter nicht hätten sie sie kennengelernt hätten sie begriffen dass sie einen Sohn zur Welt gebracht hat mit dem Gedanken dass es keinen Platz für uns beide auf dieser Erde gibt sie hat 50 Jahre gelebt davon 21 in denen ich nicht atmen konnte irgendwann musste ich frische Luft tanken was den Rest betrifft so weiß ich dass es spektakulär ist aber man tötet seine Mutter nicht einfach so es ist schon ein Minimum an Ritual nötig es gab Dinge die exorzieren musste die Enthauptung damit sie mir meinen Verstand wieder gibt und der Besitz damit ein Hommage wenn sie so wollen oder um ihr den verdammten Samen zurückzugeben der der Ursprung meines verdammten Lebens ist und was die kleinen Pfeile betrifft ich musste sie verleugnen so wie sie mich verleugnet hat Du stieg aus dem Wagen und schrie du bist ein scheiß verrückter Al ein scheiß bekloppter hast du denn nicht mal Gewissensbisse ich stieg ebenfalls aus dass ich sie getötet habe nein aber dass ich sie dadurch in die Klemme gebracht habe obwohl sie mir vertraut haben wir wir stiegen wieder in den Wagen ist es noch weit fragte Dewey wir hatten noch eine Stunde zu fahren wohin bringst du mich Al hast du eine Ahnung wo wir sind machen sie sich keine Sorgen wir sind bald da nach einer Kurve tauchte etwas unterhalb ein vom Blitz getroffener Baum auf der abgestorbene Baum stand ganz allein zwischen gesunden Bäumen auf einem eindrucksvollen Gefälle ich bedeutete Dewey anzuhalten hast du mich den ganzen Weg hier herauf machen lassen um mir einen toten Baum zu zeigen ich fühlte mich sehr verlegen all das Schlimme das ich ihm jetzt zumuten würde er schien mir geradezu monströs wenn er es erführe würde er vielleicht seine Dienstwaffe ziehen und mir eine Kugel in den Kopf schießen ihm war klar dass dies kein Ort für gute Nachrichten sein konnte ich sah dass er sich in sein Schicksal fügte bereit sich der Realität zu stellen also El was ist an diesem toten Baum so besonders ich zögerte bevor es aus mir herausbrach er ist genauso tot wie die Mädchen die ich unter ihm abgeladen habe Dewey stützte sich auf den Wagen er war nicht wirklich entschlossen sich die Fortsetzung anzuhören doch in einem Akt äußerster Selbstüberwindung murmelte er was für Mädchen El die verschwundenen Mädchen sechs Studentinnen aus Santa Cruz er stellte sich vor mich und sagte die Tochter der Dahls willst du sagen ich nickte er begann zu weinen und ich hatte aufrichtiges Mitleid mit ihm dann hörte er abrupt auf zu weinen verdammt du hast die Tochter der Dahls getötet ich versuchte wieder die Initiative zu übernehmen deswegen habe ich sie hierher geführt die Entscheidung liegt bei ihnen es ist wahrscheinlich nicht mehr viel von ihnen übrig die Bären die Koyoten die Wölfe die Raubvögel wie hast du sie getötet mit hammerschlägen oh nein mit meiner neun millimeter eine kugel unter die brust und ich habe dafür gesorgt dass sie nicht zu identifizieren sind ich habe in Kopf und Hände abgeschnitten und was hast du damit gemacht die Hände habe ich überall im Wald verteilt die Köpfe habe ich aufgehoben es gelang mir einfach nicht mich von ihnen zu trennen es ist unvorstellbar an dem Tag an dem ich bei der psychiatrischen Kommission vorstellig wurde die mich rehabilitiert hat hatte ich zwei Kai-Köpfe auf dem Raum meines Wagens aber aber was Mr. Dewegan jetzt liegt die Entscheidung bei ihnen ich versuche nicht für was auch immer eine Entschuldigung zu finden aber sie müssen wissen dass ich hunderte von Mädchen als Anhalterinnen mitgenommen habe doch bei diesen konnte ich nicht anders und als ich vor drei Tagen die beiden letzten mitgenommen habe wurde mir klar dass sie nichts mit all dem zu tun hatten ich brauchte noch zwei weitere Tage um mich zu entscheiden meine Mutter zu töten jetzt spüre ich dass das böse mich verlassen hat ich fühle mich tatsächlich wie nach einem Exorzismus ich weiß dass ich nie mehr jemandem etwas böses antun werde Dewegan schwieg und traute sich nicht weiter als bis zu seinen Schuhspitzen zu blicken Dewegan ging zum Rand des Abgrunds und versuchte irgendetwas zu erkennen Sie werden nichts sehen ich habe sie sehr tier tier unter geworfen niemand wird sie jemals zufällig finden so was werden sie entscheiden ich werde die polizei von oregon rufen und meine knickung einreichen wenn ich wieder wieder in Kontakt bin das tut mir leid mr dewegan wissen sie es versucht um mich dagegen zu wehren ich hätte mehr töten können er hörte mir nicht mehr zu sagen sie bitte auch wendy dass es mir leid tut wir fuhren den ganzen weg zurück irgendetwas beschäftigte dewegan und er braucht eine ganze weile bevor er davon anfing hättest du auch meine tochter töten können die frage schockierte mich geradezu oh nein wie können sie so etwas nur annehmen der gedank ist mir niemals gekommen ich mochte sie zu sehr und sie auch und das alles muss ein Ende haben wendy hätte schließlich entdeckt dass ich nicht imstande bin sie wirklich zu berühren sie wissen was ich meine in diesem augenblick spürte ich dass die dankbarkeit die juhigen mir gegenüber empfand weil ich seine tochter nicht getötet hatte stärker war als sein groll über die verlorene karriere hast du die mädchen auch vergewaltigt ja unmittelbar nachdem ich sie getötet hatte als sie noch warm waren aber ich habe sie nicht deswegen getötet auch wenn es schwer zu glauben ist ich wollte mit meinen eigenen Augen den Übergang vom Leben zum Tod sehen man lebt nur für diesen Augenblick natürlich ist es schwierig sich das vorzustellen aber als sie begriffen hatten dass sie nichts mehr retten könnte starrten sie mich an ohne etwas zu sagen und ich erkannte Liebe in ihren Augen ich gab sie ihnen zurück indem ich in sie eindrang das war ich ihnen schließlich schuldig oder nicht Dewegan starrt auf die Straße die ihn von diesem Gemetzel fortbrachte ich sagte all das um gerade siebenmal Liebe zu machen in meinem armseligen Leben es gab da noch etwas das ich mir nicht erklären konnte ich muss ihnen etwas gestehen Mr. Dewegan er drehte sich abrupt zu mir um die Köpfe der Mädchen legte ich neben mich aufs Kopfkissen ich legte mich ins Bett und zog die Decke bis unter mein Kinn und wir sahen fern dann schlief ich tief und fest und wachte erst später am nächsten Morgen auf ich bin in meinem ganzen Leben nie so ruhig gewesen aber ich kann es mir einfach nicht erklären und das bekümmert mich es trat ein langer Moment des Schweigens ein als wir fast wieder unten waren wollte ich einen Scherz machen ich habe nur Töchter von Republikanern getötet glauben sie dass Reagan mir das übel nehmen wird warum hast du wirklich nur Töchter von Konservativen getötet ja alle Mädchen die sich liberal gaben interessierten mich nicht und die hippies erst recht nicht dennoch bin ich wunderschönen begegnet aber sie widerten mich an Deweygin antwortete nicht sofort erst als wir an die Kreuzung auf die Ebene trafen sagte er Reagan wird dich nicht töten El Kalifornien hat das Moratorium für die Todesstrafe noch immer nicht aufgehoben ich werde verlangen dass man mich hinrichtet du wirst gar nichts verlangen von jetzt an wird die Gesellschaft alles für dich entscheiden wir erreichten den Vorplatz mit der Tankstelle und der Telefonzelle Carter stand im Winter rauchte nervös ich sagte Deweygin zum Abschluss all all diese Mädchen gelten als Aussteigerinnen ihre Körper werden niemals gefunden werden Carter weiß nicht was wir da oben gemacht haben sie können immer noch entscheiden die Fiktion eines kleinen Abenteuers aufrecht aufrecht zu halten das wäre für die Eltern weniger schmerzlich man muss auch an sie denken er starrte mich an und erwiderte und das sagst ausgerechnet du ja und sie müssten nicht kündigen man kann die Zeit anhalten ich werde nie mehr töten Mr. Deweygin ich habe jetzt da meine Mutter tot ist keinen Grund mehr warum also ihr Leben zerstören und das von Wendy das der Eltern der Mädchen warum all die Skuddel Muddel wo man doch zusammenleben und eine Familie gründen könnte sie werden im Fall der Ermordung meiner Mutter und Sally Enfields meine Unzurechnungsfähigkeit feststellen und in fünf Jahren werde ich wieder frei sein vollständig geheilt sei still Al ich flehe dich an sei still ich weiß nicht ob ich mein Leben damit verbringen will Häuser für Arme zu entwerfen und zu bauen natürlich verdient man damit Geld man braucht sich ja nur anzuschauen wie wir leben sie breitet die Hände aus mit den Handflächen nach oben um die Offensichtlichkeit zu betonen ich möchte eine weltweit anerkannte Architektin werden so dass man mich beauftragt Museen riesige Stadien und Häuser für Intellektuelle zu bauen und ich Interviews für Architectural Digest gebe wirst du mit mir arbeiten jammy oh natürlich wir sollen eine weile nach europa gehen um klassische architektur zu studieren italien und die franzosen haben ein fantastisches kulturelles erbe ich liebe sie auch ich werde meinen vater bitten mir ein semester in paris zu bezahlen aber die franzosen scheinen ein bisschen speziell zu sein und sie sehen auch nicht so gut aus wie die amerikaner aber im bett werden sie verrückt ich schwör's dir ich habe eine freundin die ein semester kunstgeschichte in paris studiert hat sie ist mit einem franzosen zusammen gewesen der ständig miesepetrig war aber im bett machte er es bis zu fünf mal am Tag fünf mal am Tag jammy übertreibst du da nicht kennen sie frankreich vom namen her sind sie schon mal im ausland gewesen nie ich bin nie weiter als bis montana im osten und bis ans meer im westen gekommen fehlt ihnen das nicht stell dir mal vor jammy er ist nie aus den vereinigten staaten heraus gekommen ich bin mit meinen eltern schon in ganz südamerika und in japan gewesen mein vater sagt japan ist die zukunft meine nächste reise geht nach europa jammy du kommst mit mir ich will nicht dass wir getrennt sind ich folge dir janice du hast keine angst vor dem fliegen nein ich fliege für mein leben gern und sie haben sie angst vor dem fliegen ich bin niemals geflogen das sollten sie ich versichere ihnen das ist ein fantastisches gefühl ich verstehe die leute gar nicht die angst davor haben aber wohin fahren sie denn wir entfernen uns ja von der straße das ist genau meine absicht was ist denn los gar nichts ist los ich habe beschlossen sie dort hinzubringen wo ich will soll das ein witz sein was wollen sie uns vergewaltigen uns töten beides aber nicht in dieser reihenfolge aber nein ich scherze lust auf mehr weitere spannende hörbücher aus dem audiomedia verlag gibt es überall im handel und in unserem online shop www hörkiosk de der audiomedia verlag bedankt sich fürs zuhören 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 Untertitelung des ZDF, 2020